Teil 1 von »Die Acht Gesichter am Biwasee« von Max Dautendai. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Segelboote von Jabase am Abend heimkehren sehen. Abschnitt 1 Hanake hatte allen Körperschmuck, den ein japanisches Mädchen sitzend, trippelnd und liegend zeigen muss, um zu den göttlichen Schönheiten der Vergänglichkeit gezählt zu werden. Ihr Hals war biegsam wie eine Reiherfeder, ihre Arme kurz wie die Flügel eines noch nicht flüggen Sperlings. Saß sie auf der Matte und bereitete ihren Tee, so arbeitete sie vorsichtig wie unter einer Glasklocke. Ging sie abends mit ihrer Dienerin auf den hohen Holzschuhen zum Theater, so war sie unauffällig, als hätte sich ihr Körper mit der Sonne zur Ruhe gelegt und als ginge nur ihr Schatten mit der Dienerin und der Papierlaterne den Weg zu den Schatten. Sie war nicht bloß reich an der äußeren Schönheit, welche die Frauen ruhig und wunschlos macht, auch reich an Besitz. Die Götter der Vergänglichkeit hatten sie mit ihren glänzendsten Geschenken, mit Schönheit und Geld verwöhnt. Aber auch die Göttin der Unendlichkeit hatte ihr eine Seele in die Augen gelegt, sodass ihre Augen weinen konnten, denn die Wollust der Träne ist das höchste Geschenk dieser Göttin. Lange ehe der Krieg Japans mit Russland begann, hörte Hanake in ihrem Hause am Biwasee von Freunden und Freundinnen, die im Sommer über die Berge von Kyoto zum Besuch zu ihr an den See kamen, dass die Fremden vom Westen wie böse Heuschreckenschwärme in Japan erwartet würden, um die Männer zu töten, die Frauen zu verschleppen und sich in das Land zu teilen. Auf dem Biwasee würde man dann bald Schiffe sehen, die Rauch ausstießen und die Seetiefe mit Schrauben auffühlten. Auf Eisen würden bald Eisenwagen, rasselnd wie Gewitterwolken, täglich durch Japan eilen. Diese Wagen würden die Fremden in Massen nach Kyoto und an die Ufer des Biwasees bringen. Die leichten Vogelkäfige der Bambushäuser würden verschwinden, und Steinhäuser, wie man sie im Westen der Erde baut, würden zum Himmel wachsen, und überall würde dann Rauch und Eisenlärm sein. Denn die Fremden lieben das Eisenrasseln und können ohne die betäubende Stimme des Eisens nicht leben. Sie lieben, das Leben als einen ewigen Kampf anzusehen. Sie sind wie Donnergötter, ungeduldig und aufstampfend, und sie werden schlimmer als Wolkenbrüche und schlimmer als Taifun Japan verheeren, so sagte man. Hanake, die keine Eltern hatte und nur mit ein paar Dienerinnen und Dienern noch das Haus ihres Vaters bewohnte, hörte gruselnd die Berichte ihrer Freunde, und er fand mit ihrer Freundin kleine Spottlieder, welche die Dämonen des Westens verhöhnten, Lieder, die sie abends bei den Bootsfahrten in Lampen erleuchteten Booten auf dem Biwasee sangen. Eines Abends, die Sonne war eben untergegangen, der See war hell, als wäre er aus Porzellan, weiß und glänzend, und der Himmel war golden, als hätte Hanake eine ihrer Truhen geöffnet, die aus Goldlack waren und die Geheimfächer enthielten, trat Hanake auf den Landungssteg, der vor ihrem Haus in den See reichte und den links und rechts hohes Schilf umwiegte. In der Richtung nach Jabase erschienen drei Segelboote. Die drei Segel glitten wie senkrechte Papierwände über das abendglatte Wasser. Man sah keine Menschen, denn jedes Segel reichte so tief, dass es das Boot verdeckte. Die aufgepflanzten Segel wurden größer und kamen näher. Hanake fühlte eine Bangigkeit, als kämen mit den drei Segeln drei weiße, unbeschriebene Blätter aus ihrem Schicksalsbuch geschwommen, und plötzlich las sie, als eine Sekunde von Windstille die Segel schlaff werden ließ, ein japanisches Schriftzeichen, zufällig entstanden aus den Falten der Segelleinwand. Das erste Boot sagte, »Ich grüße dich!« Das zweite Boot sagte, »Ich liebe dich!« Das dritte Boot sagte, »Ich töte dich!« Nach der kurzen Windstille, die knappe Sekunden dauerte, wechselte der See seine Farbe, wie vergossene schwarze Tusche über weißes Papier lief eine Finsternis über die Seefläche, und ganz unvermittelt setzte ein trompetender Seesturm ein, der alle drei Segel fast flach auf das Wasser legte, als müßte die Leinwand den Seeschaum reiben. Hanake tat einen Schrei vor Entsetzen, da sie glaubte, die Segelboote müßten unter dem plötzlichen Wind und in den kreiselnden Wellen versinken. Aber die drei Boote hoben sich wieder. Geschickte Hände regierten die Segel. Doch dieses sah Hanake nicht mehr. Sie hatte zugleich mit dem Schrei, als das aufgeregte Schilf ihr um den Nacken schlug, einen Sprung in die Luft gemacht, wie eine elektrisierte Katze, und war in das Wasser gefallen. Als sie die Augen öffnete, sah sie ein Rudel Fische und wußte, dass sie unter dem Wasser war, als wäre sie selbst ein Fisch. Dann verlor sie das Bewusstsein. Als sie aufwachte, lag sie in ihrem Zimmer. Es war Nacht, eine Kerze brannte, und ihre Lieblingsmagd, welche singende Seemuschel hieß, kniete neben ihr und weinte in beide Hände. Man hatte sie umgekleidet, aber sie roch noch das Seewasser, von dem ihre Haut nass war, und sie besann sich sofort wieder auf die drei Schiffe, und ihre erste Frage war, »Sind die drei Segelboote, die aus Jabase kamen, untergegangen?« Die Magd antwortete nicht, hörte auf zu weinen, und streichelte die Hände ihrer Herrin, entzückt, sie wieder lebend zu sehen. »Sind die drei Segelboote untergegangen?« fragte Hanake beharrlich. Aber die singende Seemuschel hatte keine Segelboote gesehen. Die Magd hatte die Herrin auf dem Kies im Schilf gefunden und geglaubt, das junge Mädchen sei von der Landungsbrücke ins Wasser gefallen und habe sich durch einen Zufall selbst gerettet. »Schiebe die Seefenster auf,« sagte Hanake zur Magd, diese Tat wie ihr befohlen. Draußen lagen der See und der Himmel wie ein einziges schwarzes Loch. Kein Stern, kein Mond, kein Licht auf dem See. Hanakes Fenster schien in einen Abgrund zu schauen, und dem jungen Mädchen war, als müsse sie zum zweiten Mal ertrinken, so schmerzhaft wurde ihr die Finsternis draußen. Und in ihrer Brust war eine Leere, so unendlich wie die Nacht über dem Bivasee, als habe sie einen großen Verlust erlitten, als wäre mit den drei Booten ihr Herz fortgezogen und totenstill war das kleine Bambushaus. »Schließe die Fenster und hole mir den grauen Papagei, nicht den grünen, nicht den gelben, den grauen, singende Seemuschel, den mein Vetter mir vor ein paar Wochen mitgebracht hat aus Nagasaki.« Die Magd gehorchte, brachte den grauen Papagei und wurde dann von ihrer Herrin schlafen geschickt. Aber sie hörte in der Nacht bis zum Morgen, wie Hanake ihrem grauen Papagei drei Sätze lehrte. »Ich grüße dich, ich liebe dich, ich töte dich.« Und sie sah an der weißen Papierwand den Schatten ihrer Herrin aufrecht neben dem Schatten des Vogels sitzen. Und immer, wenn der Vogel sagen sollte, »Ich liebe dich«, dann lachte er so unheimlich knarrend, dass es der Magd gruselte. Während der ganzen Nacht lachten und sprachen Hanake und ihr Vogel zusammen. Und ganz früh rief Hanake zwei Dienerinnen, die sie frisierten, und Seemuschel, die Lieblingsmagd, die alle Verstecke des Hauses kannte, musste aus dem ältesten Lackkasten zwei winzige, kostbare Satsuma-Vasen holen, die sich in der Familie seit Hunderten von Jahren vererbt hatten, und musste am Seeufer zwei Schwertlilien abschneiden, eine blaue und eine gelbe. Die Vasen mit je einer Lilie wurden von Hanake in eine Nische gestellt und ein auf weiße Seide geschriebenes Gedicht eigenhändig an die Wand gehängt. Das Gedicht hieß Auf dem See steht ein weißes, segelndes Boot Mein Herz, mein Leises, mein Auge, mein Heißes, Die Menschen, die einsam sind, sind wie die Boote von Jabase, die blaß hintreiben im Abendwind. Hanake hatte an diesem Tag allen ihren Freunden und Freundinnen absagen lassen und saß drei Stunden vor Sonnenuntergang schon am Fenster, das auf den See sah. Auf dem Seespiegel brannte die Sonne wie ein helles Herdfeuer, und Hanake hielt einen Fächer zwischen sich und das grelle Licht. Aber von Zeit zu Zeit strengte sie sich an, dem Licht zu trotzen, und suchte mit aufmerksamen Augen die funkelnde Seefläche ab und wünschte die drei Segel herbei, die gestern Abend ihre Ruhe mit fortgenommen hatten. Auf Hanakes Kleid waren Schwertlilien gewebt, blaue und gelbe auf silbernem Grund, und ihr Kopf sah aus der silbrigen Seide, als schaute er aus dem Kamm einer hellen Welle. Sie hatte seit gestern Abend noch nicht geschlafen, und das Schauen auf die sonnenfeurige Seefläche brannte ihr fast die Augen aus. So daß sie für einen Augenblick die Augenlider schloß und ohne es zu wissen einschlief. Sie hatte vielleicht eine kleine Stunde geschlafen, da weckte sie der graue Papagei, der ihr auf die Schulter kletterte und ihr ins Ohr krächzte, »Ich liebe dich« und dazu schnarrend lachte. Hanake hob das Köpfchen aus der silbrigen Seide und sah am Landungssteg ein großes, gerafftes Segel. Das war so nah an ihrem Fenster, daß sie die Segelleinwand an die Maststange klatschen hörte. Sie bog sich vorsichtig aus dem Fenster und sah, daß das Segelboot festgebunden war. Aber im Boot war kein Mensch zu sehen. »Das ist eines der drei Boote«, sagte atemstockend ihr heimkehrendes Herz. Aber sie wußte nicht, war es das erste, das zweite oder das dritte. Da trat ihre Lieblingsmagd, die singende Seemuschel, herein und brachte einen zusammengerollten Brief. »O Herrin, diesen Brief sollt ihr lesen und euch für einen hohen Besuch bereithalten«, flüsterte die Magd. Im Brief stand, »Gestern, als wir nach Sonnenuntergang bei deinem Hause kreuzten, schöne Hanake, hatten wir das Unglück, dich zu erschrecken, aber auch das Glück, dir das Leben zu retten. Und das allergrößte Glück, dich zu sehen, um dich nie mehr zu vergessen, wurde mir zuteil. Ich sende dir heute meinen treuesten Freund, der dich gestern rettete und dich heute zu mir über den See bringen soll und in meine Arme, die dich sehnsüchtig erwarten. Ich grüße dich, Hanake.« Der Brief war unterschrieben mit dem Namen eines jungen Prinzen aus dem kaiserlichen Hause, und Hanake wußte als gut erzogene Japanerin, daß es eine ungeheure Ehre bedeutete, daß ein kaiserlicher Prinz sie seiner Liebe würdigte, und sie ließ den Freund des Prinzen sogleich zu sich herein ins Zimmer bitten. Die Diele zitterte, und ein prächtiger junger Mann trat ein. Hanake fiel vor ihm auf die Knie und berührte mit der Stirn die Diele, wie es die japanische Begrüßungssitte vorschreibt. Aber es war nicht, als ob ein Mensch, sondern als ob ein stürmisches kleines Pferd ins Zimmer gekommen sei. Sie hörte den Mann mit beiden Füßen mehrmals kräftig aufstampfen, und aus seiner Brust drangen ein paar hohle, seufzende Laute. Hanake wartete mit gesenktem Angesicht lange Zeit auf die Anrede des kaiserlichen Gesandten, denn sie durfte sich erst erheben, wenn der Begrüßte sie dazu aufforderte. Nach einer Weile, als immer noch keine Anrede erfolgte, hob Hanake leicht ihr Gesicht von der Diele, die noch unter den stampfenden Schritten des Mannes zitterte. Wie zwei Steine aus einer Schleuder geworfen, fielen des jungen Mannes starke Augen in des Mädchens blinzelnden Blick. Ich liebe dich, schrieen ihr diese ungeduldigen Augen entgegen, und Hanake senkte von neuem ihr Gesicht, das abwechselnd weiß und rot wurde, von Blutfülle und Blutschwäche. Antworte, sagte plötzlich der Mann laut. Ich liebe dich, sagte Hanake, tief auf die Diele gebeugt, als wäre die Diele ein Ohr, in das sie hineinflüsterte. Zugleich fiel ihr ein, dass der Befehl Antworte sich wahrscheinlich auf den Brief des Prinzen bezog, aber es war nicht mehr zurückzunehmen. Ihre Lippen hatten deutlich gesprochen, ich liebe dich, und den zwei Männeraugen geantwortet, die sie gefragt hatten. Da fühlte sich das junge Mädchen von zwei hastigen Händen um den Leib gefasst. Wie ein Häufchen Seide hob sie der ungeduldige Mann hoch und trug sie aus dem Hause, dem Landungssteg entgegen. In demselben Augenblick hatte sich der Abendwind erhoben, und der seidene Ärmel von Hanakes Kleid bauschte sich und fiel wie eine Kapuze über den Kopf des Mannes, der sie auf den Armen trug. Und als Hanake aufsah und ehe sie noch den Ärmel zurückziehen konnte, erblickte sie ein zweites großes Segel, das eben an der Landungsbrücke vorbeizog. Ein Schauer, kälter als der Wind, rieselte über die Haut. Denn in dem Boot stand ein Mann, er war kein Japaner, er hatte keine schöne, gelbe Elfenbeinhaut, er war grau im Gesicht wie Moder, wie ein Stein, der lange auf dem Seegrund gelegen hatte, und seine Haut war runzlig wie die Haut der Kröte. Er hatte ein erschreckendes, gelbes Haar, das war hell wie Hobelspäne, und seine Augen waren fischblau, und eine unordentliche Seele blickte Hanake wirr an, als stürzte ein surrendes, häßliches Insekt auf Hanake los und wollte sie stechen. Sie wußte, es war der Amerikaner, der abends hier am Biwasee im Uferschilf Wildenten jagte. Morgens und abends hatte sie oft den Knall aus seiner Jagdbüchse gehört, und dann waren, zu Tode geängstigt, kreischend und entsetzt Scharen von Wildenten über Hanakes Haus fortgeflogen. Das junge Mädchen wartete eine Sekunde, es ließ das Boot des häßlichen Fremden vorübergleiten und zog dann erst den Ärmel vom Kopf des Geliebten. Denn daß der Mann, der sie trug, ihr Geliebter war, sackten ihr seine Hände, die beim Tragen Hanakes Blut anredeten, und ihr von großen Zärtlichkeiten erzählten, die sie ihr glühend versprachen. Nach einer Weile ging das Boot vor dem Wind, und drinnen lag Hanake mit dem Kopf zwischen den Knien des Mannes, der wie ein Feuerdrache in Hanakes Haus gestürzt war und der wie ein großer Zauberer den Biwasee jetzt in ein riesiges Seidenbett verwandelt hatte, darinnen die beiden eingebettet lagen. Und Hanake sah das Wasser ohne Grenzen, den Himmel ohne Grenzen und die Liebe zu dem plötzlich erschienenen Mann ohne Grenzen. Sie fragte nicht, wie heißt du? Sein Name war ohne Namen. Sie fragte nicht, wohin fahren wir? Ihre Fahrt war ohne Fahrt. Das Segel stand senkrecht zwischen Wasser und Himmel, und sie wußte, das Segel hatte ein Spiegelbild unten im See, so wie ihr Gesicht im Schoß des Mannes das Spiegelbild des geliebten Gesichtes geworden war. Das Segelboot glitt nahe am Schilfufer hin. Das Mädchen verstand. Der Mann vermied es, auf die Höhe des Sees zu segeln, damit nicht Boote, die von Jabase kämen, ihnen begegneten. Da knallte ein Schuß im Röhrricht, und braune Wildenden strichen aus dem Schilf heraus, aufkreischend über die Seefläche. Ein zweiter Schuß knallte, und Hanakes Geliebter wirft die Arme in die Luft, springt auf, wie von einem Strick in die Höhe gerissen, und stürzt kopfüber in den abenddunklen See. Kein Schrei, nur das Aufklatschen des Wassers und der Hall der Schüsse am Ufer des Biwasees entlang springt durch die Stille. Hanake greift unwillkürlich mit beiden Händen über den Bootrand in das Wasser, wohin der Geliebte verschwand, und als sie die Hände aus dem Wasser zieht, sind sie blutig. Sie fällt lautlos auf den Boden des Bootes, das im Winde weiter treibt. Hanakes Diener sehen vom Fenster, dass das Boot, in dem die Herrin fortfuhr, draußen nicht weit vom Ufer steuerlos im Kreise treibt, und dass ein anderes Boot aus dem Schilf heraus die Seewölbung ersteigt und unter dem Wasser verschwindet. Ein paar der Diener schwimmen heraus und bringen das Boot mit der ohnmächtigen Hanake an den Landungssteg. Zur gleichen Stunde wie am vorhergehenden Abend liegt Hanake ohnmächtig in dem Zimmer, das auf den See geht. Bei derselben Kerze, die gestern brannte, sitzt ihre Lieblingsmagd, die singende Seemuschel, und wartet auf das Erwachen ihrer Herrin. Als diese gar nicht zu sich kommen will, kommt die Magd auf den Einfall, den grauen Papagei zu holen, der von den drei Sätzen immer nur den einen gelernt hat. »Ich liebe dich.« Als sie den Vogel neben die Kerze in das Gemach bringt, schreit er sofort, »Ich liebe dich.« Da zuckt das Gesicht der ohnmächtigen Hanake zusammen, als habe ihr einer einen unendlichen Schmerz angetan. Ihre Lippen seufzen tief auf, ihr Gesicht verändert die Farbe und wird wie die Asche im Aschentopf, der neben der Kerze steht. Die Magd beugt sich erschrocken über ihre Herrin, und wie sie noch zweifelt, ist das der Tod der Hanake so entfärbt. Da schüttelt der Papagei sein Gefieder, schlägt mit den Flügeln um sich und schreit plötzlich und unvermittelt, »Ich töte dich!« Die singende Seemuschel starrt, entsetzt den Vogel an, dessen großer Schatten vor der Kerze wie der Schatten eines mächtigen schwarzen Segels über die Wände des Gemaches fliegt. Die Magd greift mit beiden Händen nach dem um sich schlagenden Papagei. Der Vogel schreit zum zweiten Mal, »Ich töte dich!«, die Hände der Magd packen das Tier und drücken dem Papagei den Hals zu, damit er nicht zum dritten Mal das schauerliche »Ich töte dich!« schreien kann. Der Vogel verdreht seine Augen, lässt mit einem Ruck die Flügel schlaff hängen, spreizt die Krallen und hängt als lebloser Vogelbalg in den Händen der Magd. Hanake schlägt die Augen auf. Die Magd wirft die Vogelleiche auf die Diele und ruft, »O Herrin, ihr kommt wieder, ihr wart weit fort!« Hanake richtet sich auf, sitzt auf der Diele und sagt in Gedanken, »Ich glaube, ich komme von den Toten.« Dann sprach sie lange nicht mehr. Sie sah nicht den toten Papagei. Sie weinte nicht über den Tod ihres Geliebten. Sie ließ sich von der Magd umkleiden, und als ihr diese ein Hauskleid bringen wollte, sagte sie, und ihre Augen sahen durchdringend durch die geschlossenen Wände des Hauses, »Ich sehe am Abendbote von Jabase kommen. Ich sehe, man bringt mir ein rotes Scharlachkleid, wie es die Hofdamen tragen. Aber die hundert Segel, die jetzt von Jabase kommen, zeigen in den Segelfalten keine Schriftzeichen mehr. Jedes Segel ist glatt wie eine leere Hand. Hunderte leere Hände kommen in mein Haus. »Bring mir ein weißes Unterkleid«, singende Seemuschel, »damit ich das rote Scharlachkleid, das man bringen wird, darüber ziehen kann.« Die Magd widersprach ihrer Herrin nicht. Sie öffnete nur ein wenig die Schiebewand nach dem See, aber sie sah keine Lichter von Booten in der Nacht draußen. Kein Bootskiel rauschte am Wasser, nur das Schilf zischte unten um das Haus und in der Ferne um den Landungssteg. »Hanake ist hellsehend geworden«, dachte die Magd. Dann ging sie durch die Kammern des Hauses nach den Wandschränken, wo die Kleider gefaltet in großen Lacktruhen lagen. Sie ließ sich von zwei Mägden leuchten, und die eine Magd erzählte halblaut, »Wißt ihr schon, unsere Männer, die zur Nachtzeit aus Jabase herüberkamen, sagten, man erzählte sich in allen Teehäusern, dass der Freund eines kaiserlichen Prinzen von einem Europäer auf dem See erschossen worden sei. Der blutige Körper des Toten wurde in Jabase auf den Kies gespült, und heimkehrende Boote haben gesehen, wie der fliehende Europäer, der Wildenten im Schilf gejagt hat, durch einen Fehlschuß den Freund des Prinzen tötete. Der Prinz selbst kam dann an das Ufer, wo die Leiche seines Freundes lag. Der Prinz hat seinen Freund lange angesehen, aber nicht geweint, sagen die Leute. Er hat gefragt, ob in der Nacht noch jemand über den See fährt, und als er hörte, dass unsere Männer noch über den See fuhren, sandt er eine kleine Kleidertruhe und ließ sie in das Boot unserer Männer stellen. Die Truhe ist für Hanake. Morgen, ehe die Sonne im Mittag steht, wird der Prinz selbst zu Hanake kommen, sagte ein kaiserlicher Diener heimlich zu unseren Männern. »In der Truhe ist ein rotes Scharlachkleid für Hanake«, sagte die singende Seemuschel zu den Mägden. »Woher weißt du das?« fragten die beiden Mägde erstaunt. »Niemand durfte bis jetzt in die Truhe sehen.« »Wir wissen das bestimmt«, nickte die Gefragte. Sie nahm das weißseidende Unterkleid über den Arm und schickte die Mägde in die Küche. Ende von Teil 1 Gelesen von Hokus Pokus Teil 2 von »Die Achtgesichter am Biversee« von Max Dautendai Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Segelboote von Jabase im Abend heimkehren sehen Abschnitt 2 Am nächsten Tag um die Mittagsstunde kam ein Segel auf Hanakes Haus zu. Die singende Seemuschel sagte zu Hanake, die im Purpurkleid auf der Altane saß und weiß und rosa geschminkt war, so dick gepudert und geschminkt, als verberge sie das Gesicht hinter einer roten und weißen Maske, »Das ist nicht der Prinz, der da kommt, denn ich sehe nur ein Segel, Herrin, und ihr sagtet gestern Nacht voraus, es würden hundert Segel kommen. Alles, was ihr sagtet, als ihr von den Toten erwartet, ist eingetroffen. Wenn aber der Prinz nur in einem Boot kommt, dann habt ihr euch geirrt, weil ihr von hundert Booten gestern redetet.« »Schweig und empfange den Prinzen«, sagte Hanake mit einer fast männlichen Stimme, die die Magd nie an ihr gehört hatte. »Geh mit allen Mägden und allen Dienern dem Prinzen zur Landungsbrücke entgegen, denn ich kann noch nicht gehen, meine Füße zittern noch. Ich kann den Prinzen nur hier im Hause empfangen.« Als ich im Tode lag unter den Toten, aber mit meinem Geliebten nicht vereinigt war, fragte meine Seele alle Toten, »Was habe ich getan, dass ich meinen Geliebten nicht unter den Toten finde?« »Du hast noch dem Leben verweigerten Gehorsam zu geben,« sagten die Toten, »und ich erwachte wieder.« »Ich weiß, ich habe gefrefelt. Ich habe meinen Leib einem Prinzen, einem Sohn des Himmels, entziehen wollen und habe einen anderen Mann umarmt. Aber der Geliebte konnte meinen Leib nicht mit in den Tod nehmen, weil ich erst lernen musste, dem Leben zu gehorchen.« Die Magd weinte über Hanakes Worte, aber Hanake verbot es ihr und sagte, »Wir wollen nicht neuen Ungehorsam auf dies Haus laden. Ich darf nicht weinen, wenn ich auch bis an die Augen voll Trauer bin. Meine Füße aber zittern, und ich kann dem Prinzen nicht entgegengehen. Ich kann meine Füße noch nicht zum Gehorsam zwingen.« »Wenn der Prinz dich fragt, wo ist Hanake?« »Sage, und laß dir nichts anmerken.« »Sage, Verzeihung, Sohn des Himmels, meine Herrin trauert um ihren toten Lieblingspapagei.« »Aber wenn meine Herrin des Prinzen Angesicht sieht, wird ihre Trauer zur Freude werden und doppelt glänzen, wie dein weißes Segelboot, o Herr im Bivasee.« Und wie der Schiller auf starrem, poliertem Porzellan glänzte Hanake bis zum Abend, solange der Prinz in ihrem Hause war und mit ihr spielte. Und auch, als sie ihr Scharlachkleid öffnete und ihren kleinen, weißgepuderten Leib nackt in die Arme des Prinzen legte, sang sie Lieder und zwitscherte mit den Lippen. Der Prinz sagte am Abend, »Dein Leib ist mir lieb, weil er kühl ist wie die Schneeflocken und mich aufweckt wie die Kälte am Wintermorgen. Und nun sing mir noch zum Abschied das Lied vom Bivasee, das nur auf weiße Seide geschrieben werden darf.« Die singende Seemuschel saß hinter der Papierwand im Nebenzimmer, wo sie die Gitarre spielen musste, solange der Prinz die nackte Hanake umarmte. Aber als die treue Magd hörte, dass der Prinz das Lied von ihrer Herrin verlangte, das nur eine sehnsüchtig Liebende singen darf, da konnte sie sich nicht mehr des Schluchzens erwehren. Und während die Hände der singenden Seemuschel auf der Gitarre spielten, wimmerte ihre schluchzende Brust. Hanake, die in ihr Scharlachkleid schlüpfte, raschelte mit der Seide, damit der Prinz das Wimmern der Magd nicht höre. Dann wollte sie singen, aber der Prinz fragte, ehe sie begann, »weint jemand hinter der Wand?« »O nein«, lächelte Hanake, »das sind nur Brieftauben, die ich in einem Käfig halte, und ihre Kröpfe kluxen, weil sie zu viel gefüttert wurden.« »Singe jetzt«, sagte der Prinz. Das Wimmern hinter der Papierwand verstummte, und Hanake sang das Lied. »Auf dem See steht ein weißes, segelndes Boot, mein Herz, mein leises, mein Auge, mein heißes. Die Menschen, die einsam sind, sind wie die Boote von Jabase, die blass hintreiben im Abendwind.« Hanake hatte während des Singens ihren Kopf in den Schoß des Prinzen gelegt und mit offenen Augen zur Decke gestarrt. Ihr Körper war in derselben Stellung wie an jenem Abend auf dem Biwasee im Boot, als sie mit dem Kopf im Schoß ihres Geliebten gelegen. Plötzlich fährt Hanake wie von einem Schuss getroffen auf. Sie wirft die Arme in die Luft und fällt ohne Aufschrei auf die Diele, wo sie in tiefer Ohnmacht liegen bleibt. Der Prinz wird blaß. Auf seinen Ruf kommt die Magd hinter der Papierwand hervor. Der Prinz sieht die verweinten Augen derselben und denkt, daß Magd und Herrin wirklich in Trauer seien über den toten Papagei. Er ist erstaunt darüber und sagt, »Deine Herrin ist noch schwach von Trauer über den toten Papagei. Pflege deine Herrin. Und wenn sie aufwacht, sage ihr, ich käme morgen Abend und hundertmal wieder.« Die Magd verneigt sich vor dem Prinzen. Sie verbirgt ihre verweinten Augen und lügt. »Sohn des Himmels, verzeiht, meine Herrin. Aber der Tod ihres Papageis geht ihr nicht so sehr zu Herzen wie jetzt der Abschied von euch. Die Trauer darüber hat sie gleich einer Ohnmacht überfallen.« Als Hanake wieder zu sich kommt, sieht sie fern im Abend über dem Biwasee das verschwindende Segel des kaiserlichen Bootes und das Kielwasser treibt eine lange, schwarzlinige Welle von der Mitte des Sees bis an Hanakes Haus. Hanake murmelt, »Die Magd sagt, hundertmal wird er wiederkommen. Ich will lieber hundert verschiedene Männer umarmen, ihr Götter. Erlasst es mir, einem Mann lieber heucheln zu müssen, hundertmal hintereinander. Ich schwöre euch, ich will mich lieber auf dem Liebesmarkt zu Kyoto hingeben, wo fünftausend Mädchen sich jede Nacht einem anderen Mann anbieten. Aber erlasst mir, o Götter, die Qual und bindet mich nicht hundert Nächte an den einen Mann, der sich einredet, daß ich ihn liebe.« Die untergehende Sonne schminkt den Himmel wie das Gesicht eines Freudenhausmädchens. Kaminrosig und violett-silbrig färbten sich alle Wolken über dem Biwasee, wie die fünftausend Mädchengesichter auf dem Liebesmarkt zu Kyoto. Dann hörte Hanake lautes Gelächter, laute Männer- und Frauenstimmen, das Räderrasseln von kleinen Rikscha-Wagen und das Geschrei von Kulis. Eine Schar ihrer Freunde und Freundinnen war in Wagen und Tragsesseln von der Landstraße hergekommen und rief jetzt von draußen ins Haus nach Hanake. Dann drängten die Gesichter ihrer Freunde und Freundinnen in das Nebenzimmer, und Hanakes Gesicht wurde wieder höflich und freundlich und unbeschrieben wie eine weiße Eierschale. Sie warf noch rasch einen Blick aus dem Fenster. Das Segel des kaiserlichen Bootes war hinter der Seehöhe verschwunden. Der See lag gradlinig, und nur wie eine kleine schwarze Schnur verzog sich am Horizont das Kielwasser des verschwundenen Bootes hin. Die Kielwelle erreichte nicht mehr Hanakes Haus und verlor sich wie ein abgerissenes Band draußen auf der Seefläche. Hanakes Herz war leichter. Sie trat aus dem Seegemach in das danebenliegende Gemach, in das die Freunde hereindrängten. Das Haus war jetzt voll von zwitschernden Frauenstimmen und gurgelnden Männerkehlen, die den Atem auf japanische Sitte laut und achtungsbezeugend einzogen. Nachdem alle eine Weile voreinander auf den Knien gelegen hatten und sich verbeugt hatten, rutschten alle zusammen, bildeten einen Halbkreis um Hanake und hockten auf den Seidenkissen am Boden, und das Zimmer war laut wie ein Baum, in dem eine Sperlingsschar plaudert. Gerüchte, dass ein kaiserlicher Prinz sich nach Hanake umsähe, hatte sich bei den Freunden verbreitet, aber niemand wußte Genaues, und niemand wußte von dem Besuch des Prinzen. Alle waren des Mordes wegen gekommen, der sich auf dem See in der Nähe von Hanakes Haus ereignet haben sollte. Sie wollten wissen, ob Hanake den Schuß gehört habe, ob der Europäer fehlgeschossen oder auf den Japaner gezielt habe, ob Hanake damals am Fenster gestanden habe und ob nach dem Schuß das Seewasser rot von Blut gewesen sei. Hanakes Gesicht verlor keinen Augenblick die starre Politur. Die Magd hatte ihr, als sie aus der Ohnmacht aufgewacht war, das Scharlachgewand ausgezogen und ihr ein blaues Gewand gereicht, auf dem nur Seewellen und Wolken eingewebt waren, und hatte die Schminke und den Puder erneuert und den klingenden Haarschmuck in ihrem Haar fester gesteckt, als man das Herannahen der Freunde hörte. Jetzt reichten die singende Seemuschel und die anderen Mägde den Gästen Tee und Pfefferminzzucker herum und kleine, winzige Kuchenwürfel. Als die Schar der Fragen sich wie eine Dornenhecke um Hanake aufbaute, suchte die singende Seemuschel nach einem rettenden Gedanken, um ihrer Herrin zu helfen. Sie lief fort, holte den toten Papagei, kam wehklagend herein und sagte, »Ach, Herrin, seht, der Papagei liegt im Sterben!« Aber wie war sie verblüfft, als Hanake sie abwies und lächelnd zu den Gästen sagte, »Ich glaube, meine Magd ist irrsinnig geworden von der Ehre, die uns heute widerfuhr. Sie zeigt mir den Papagei, der seit gestern tot ist und der uns heute schon helfen mußte, einen kaiserlichen Prinzen zu belügen.« Im Zimmer wurde es still, wie wenn alle Spatzen aus einem Baum fortgeflogen sind. Alle Gäste verstanden, daß der Prinz da gewesen war, alle verstanden, daß Hanake ihn nicht liebte, und daß man einen Prinzen belügen könnte, war ihnen auch noch verständlich. Aber welch ein Frevel, laut über den Sohn des Himmels zu spotten und einzugestehen, daß man ihn belogen hatte? Als wären allen Gästen die Teetassen aus den Händen gefallen und als wäre der Tee vergossen, so erschrocken saßen alle und starre. Keiner rührte mehr einen Teeschluck an. Und als Hanake mit kalten, glitzernden Augen sagte, »Der Prinz wird nicht von dieser Lüge sterben. Ich bin auch nicht an seiner Liebe gestorben.« Da schlossen die Freundinnen vor Schrecken ihre Augen. Die Männer richteten sich auf, und wie eine Schar Krebse, die nach rückwärts krabbelt, verließ die Freundesschar das Gemach, teils aus Furcht, weil in diesem Haus gegen den Sohn des Himmels gefrevelt wurde, teils erschrocken vor Hochachtung, weil die Luft hier noch voll sein mußte von der Leidenschaft und der Nähe des kaiserlichen Prinzen. Unter kaum hörbar gewisperten Entschuldigungen verließen die Letzten das Haus, bestürzt und eilfertig, als wären die Zimmer des Hauses voll Feuer, das sie alle verbrennen könnte. Hanake aber ließ das Zimmer aufräumen, ließ sich von der singenden Seemuschel eine Schlummerrolle unter das Genick schieben, streckte sich auf der Diele aus und schlief fest ein. Am nächsten Abend erschien ein Segel auf der Seehöhe. Es kam, wie ein selbstbewusster Schwan, lautlos auf Hanakes Haus zugeschwommen, aber die Landungsbrücke bei dem Hause blieb leer. Nur die Köpfe der Schilfblüten bewegten sich und verneigten sich vor dem kaiserlichen Boot und vor dem Prinzen, der ans Land stieg. Die Papierfenster und die Bambustüren von Hanakes Haus waren geschlossen und öffneten sich nicht, als der Prinz klopfen ließ. Wie eine Laterne ohne Licht lag am See das vergitterte Holzhaus mit den weißen Papierscheiben. Ein vorüberfahrender Schiffer in seinem Boot sagte den Leuten des Prinzen, dass Hanake am Morgen alle ihre Dienstboten entlassen habe. Sie habe ihr Haus zugeschlossen und sei nur mit einer Magd auf ihrem Segelboot in den See hinausgefahren, aber niemand wußte, wohin die Fahrt gegangen. Das kaiserliche Boot kreuzte die ganze Nacht auf der Seefläche in der Nähe von Hanakes Haus, aber die Papierfenster des Hauses blieben dunkel und das lautlose kaiserliche Boot verschwand gegen Morgen hinter der Seehöhe. Am nächsten Abend kamen hundert kaiserliche Segelboote von Jabase. Sie kamen an wie hundert weiße Fächer, die sich über den See spannten. Sie kreuzten über den ganzen Biwasee während der ganzen Nacht von Ozu bis Jabase, von Karasaki bis Katata, von Seta bis Amatsu. Und als leuchteten sie in die Unterwelt des Sees, so zogen sie die hellen Scheinbilder der hundert weißen Segel durch die Seetiefe nach sich. Die nächsten Abende wiederholte sich das Schauspiel der hundert Segelboote, die Hanake suchen sollten und die sich durch den Seenebel verteilten wie hundert weiße Seidenspinner-Schmetterlinge, die in einem grauen, riesigen Spinnwebnetz hängen geblieben wären. Jede kleine japanische Stadt eröffnet abends einen Liebesmarkt, der sich Yoshihara nennt. Der Yoshihara von Tokio ist einer der größten Liebesmärkte in Japan, wo die schönsten Mädchen vom Inland und aus allen Provinzen zusammenkommen, wo sich verwaiste Mädchen vom Ertrag der Liebe zu ernähren suchen, wo verarmte Mädchen mit dem Erlös der Liebe ihre alten Eltern zu erhalten suchen. Auf diesen Liebesmarkten verkauft sich die Liebe natürlich und schandlos. Unschuldig und feurig, wie die Sterne der Milchstraße nachts am Himmel, beleuchten sich nach Sonnenuntergang die schön gepflegten, sauberen und breiten Straßen des Liebesmarktes. Das große eiserne Gitter, das den Stadtteil des Liebesmarktes von der Straße trennt, steht, von Polizisten bewacht weit offen. Hinter dem offenen Tor in der Mitte der Eingangsstraße zieht sich am Frühlingsabend eine rosige Wolke hin durch die Luft. Die rosigen Blüten blühender Kirschbäume, welche in der Mitte der Straßenlinie eingehegt stehen. Links und rechts von der Straße beleuchten die kleinen, einstöckigen Häuser mit milden, weißen, langen Lampionketten ihre Balkone. Lautlos und feierlich und ruhig beleuchtet liegt hier der Weg offen zu den fünftausend Mädchenschönheiten. In den weiten Seitenstraßen, welche die Eingangsstraße kreuzen, beginnt der Liebesmarkt. Hier stehen saubere, ebenfalls mit weißen Lampenketten erleuchtete Häuser. Die Erdgeschosse aller dieser Häuser zu beiden Seiten der Straße zeigen große, offene, vergoldete Gemächer. Die sind durch hölzerne Gitterstäbe wie goldene Käfige von der Straße getrennt und innen beleuchtet von elektrischen Glühbirnen. In jedem langen Gemach sitzen in einer Reihe der Straße entlang dreißig bis fünfzig junge, schmalschuldrige Mädchen, in blumige, kostbare Seidengewänder gehüllt. Jede sitzt auf einem kleinen Seidenkissen wie ein Schaustück in einem Schaufenster. Die langen Reihen der weiß gepuderten und rosa geschminkten Gesichter, unter schwarzen, hohen Frisuren, die mit goldenen Nadeln bedeckt sind, endet nicht. Und Viertelstunde um Viertelstunde kannst du durch die Straßen gehen, vorüber an dem Heere der Tausenden von jungen Mädchen. Die Wände jedes Gittergemaches sind schwer geschnitzt, aus Goldlack und rotem Lack stehen lebensgroße Bäume darin, springen lebensgroße Tiger und Drachen an den Lackwänden entlang, fliegen lebensgroße Kraniche und Paradiesvögel, größer als die Mädchen selbst, an den Wänden der Gemächer hin. Wie dreißig weiße Perlen, in einer Reihe aufbewahrt, in einer goldenen oder roten Truhe, leuchten perlenweiß die eirunden, gepuderten Mädchengesichter in jedem Gemach. Mal sitzen da dreißig in eisvogelblauen Gewändern mit scharlachnen Blumen bestickt, mal dreißig in smaragdgrünen Gewändern mit karmesinroten Blumen bestickt, mal fünfzig in weißen Gewändern mit regenbogenfarbigen Schmetterlingen bestickt, mal fünfzig in schwarzen Gewändern, darunter die Schleppen von rosa, grün und blauseidenen Gewändern abgestuft vorschauen. Jedes Mädchen hat neben sich einen großen Porzellantopf, darin Holzasche um Kohlenglut liegt. Sie rauchen kleine silberne Pfeifen, in die nur eine Prise Tabak geht, nicht mehr als Daumen und Zeigefinger zu einer kleinen Tabakkugel drehen können und zünden diese mit einem Stückchen Kohle in feiner silberner Zange an. Die eine frisiert sich vor ihrem kleinen Spiegel, die andere schreibt mit einem Tuschepinsel auf ihrem Schoß auf einem langen Reispapierstreifen einen Brief. Die nächste trinkt Tee aus einer Fingerhutgroßen Tasse und wieder eine fächelt sich und wieder eine andere liest in einem kleinen Büchlein einen Roman. Eine zupft eine Mandoline und eine andere wispert ein Lied dazu. Eine kommt an das Gitter getrippelt, hebt vorsichtig ihre drei Schleppen, winkt vorsichtig ein paar Fremden, eine andere kommt an das Gitter und plaudert mit Mutter und Geschwistern, die zu Besuch auf der Straße stehen, freundlich und bescheiden. Eine vielhundertköpfige Menschenmenge, Männer, Soldaten, Frauen und Kinder, gehen gesittet, flüsternd und lächelnd, mit hellbeschienenen Gesichtern, durch die erleuchteten Straßen, vorüber an den vergitterten Gemächern der Erdgeschosse, und stundenlang bis nach Mitternacht wandern die Volksmengen jeden Abend vor den fünftausend Mädchen auf und ab, stehen als Besucher an den Gittern, treten als Besucher in die Häuser, kaufen sich Gesang, Musik, Tanz und Liebe, nachdem jedermann auf der Straße unter den dreißig eines Gemaches seine Wahl getroffen hat. Hier in eines der Häuser des Tokio Yoshihara trat Hanake mit ihrer Magd ein und blieb hundert Nächte, um hundertmal ihren Leib zu verkaufen, wie sie es den Göttern versprochen hatte, um sich dadurch frei zu kaufen von dem Gehorsam gegen den Sohn des Himmels. Sie verkaufte sich jungen Männern, welche die Liebe kennenlernen wollten, und alten, von der Lebenssorge abgetöteten, einsamen Männern, welche die Liebe noch einmal erleben wollten, ehe sie starben. Sie verkaufte sich den in den Krieg gehenden Soldaten und den aus Schlachten heim geschickten Invaliden. Sie verkaufte sich Studenten, Handwerkern, Adeligen und Kulis. Nur den Ausländern, den Europäern und Amerikanern verweigerte Hanake ihren Leib. Aber eines Abends kam ein junger Amerikaner, ein hübscher Marineoffizier in das Haus und forderte für sein gutes Geld vom Hausbesitzer Hanake. Es war in den Tagen, da die amerikanische Flotte im Hafen von Yokohama lag und die Amerikaner der japanischen Nation einen Ehrenbesuch machten. Vom Stadtgouverneur war der Befehl ergangen und an den Straßenecken angeschlagen. Japaner, ihr dürft nicht vor den Europäern ausspucken. Ihr dürft ihnen auch keine Stöcke in den Weg werfen, daß sie stolpern. Auf den Straßen sollt ihr nicht zu dicht neben den Europäern gehen, immer drei Schritte von ihnen weg. Ihr sollt alle europäischen Barbaren überhaupt höflich behandeln, als wenn sie gesittete Asiaten wären. In den Besuchstagen der amerikanischen Yoshivaras sich einem Ausländer verweigern dürfen. Hanake verweigerte sich trotzdem. Und da es gerade die hundertste Nacht war, in der sie den Göttern abgedient hatte, floh sie mitten in der Nacht samt ihrer Magd durch die Hintertür aus dem Yoshivara Hause, ließ ihre Kleidung und ihren Schmuck zurück und eilte in ihren Alltagskleidern aus dem Yoshivara. Verhüllt und unbemerkt entkam sie im Gedränge der vielhundertköpfigen Menge. Sie trug nichts bei sich als einen kleinen Vogel in einem winzigen Käfig. Eines der Mädchen in dem Yoshivara hatte ihr eine Stunde vor der Flucht den Vogel verkauft, eben als der amerikanische Offizier in das Haus trat. Im Schreck der Flucht hatte Hanake den Vogelkäfig krampfhaft in der Hand behalten, ohne ihn loszulassen. Der Vogel saß verblüfft in dem kleinen Käfig, denn er war eben erst von seinem Weibchen, mit dem er einen anderen Käfig geteilt hatte, getrennt worden. Die beiden Frauen wollten den Vogel unterwegs füttern, aber er fraß nicht. Sie reisten beide mit dem wunderlichen Vogel in der Nacht mit dem nächsten Zug nach dem Biwasee und kamen am nächsten Mittag wieder in Hanakes Haus am See an. Die Magd öffnete die Fenster und ließ frische Luft durch die Kammern streichen. Es war Herbst geworden und mit jedem Luftzug flogen welke Blätter von den Uferbäumen herein. Das Seewasser zeigte nicht mehr die blaue Sommerfarbe, es war tiefgrün, die Sonne stand schräg und warf gespenstige Schatten, das lebhaftes Schilf war abgemäht und die Stoppeln standen lautlos und tot. Aber Hanake wurde von der Herbstwelt nicht traurig gestimmt. Das Leben im Yoshihwara ging noch in lauten Bildern durch ihr Blut. Sie war täglich hundertmal bewundert worden, hatte hundertmal gefallen, hatte hunderttausendmal lächeln müssen, ohne lachen zu wollen, war hundertmal umarmt worden, ohne eine Umarmung zu ersehnen. Die Bewunderung war ihrem Körper zur Gewohnheit geworden. Hanake wußte jetzt fast nicht mehr, warum sie einst aus diesem Hause hier am See fortgegangen war. Sie hatte den Tag mit dem Prinzen beinahe ganz vergessen. Sie hatte kaum noch den Abend mit dem Geliebten in Erinnerung. Sie hörte nur noch den Schuss im Ohr und sah sich noch im Boot auf dem Schoß ihres Geliebten liegen, wenn sie wollte. Aber sie konnte sich nicht mehr des Gesichts ihres toten Geliebten erinnern, nicht mehr seine Stimme erinnernd zurückrufen. Die Hunderte von Gesichtern und Stimmen, die im Yoshihara Hanake bewunderten, hatten das Gesicht und die Stimme des Geliebten aus ihrer Erinnerung verdrängt. Hanake war auch darüber nicht traurig, nur verwundert. Es wurde Abend, die Magd hatte das Haus bestellt. Da bemerkte Hanake das kleine, halbtote Nachtigallenmännchen im Käfig und dachte, ich will dich fliegen lassen, kleiner Vogelmann, vielleicht fliegst du zurück ins Yoshihara nach nach Tokio zu deinem Weibchen. Sie öffnete den Käfig. Da schoß der kleine Vogel heraus, aber anstatt aus dem offenen Fenster zu fliegen, warf er sich wie ein wütender in Hanakes Frisur und riß wie wahnsinnig geworden mit den beiden kleinen Krallenfüßen an den Haaren des erschrockenen Mädchens und fiel dann, wie tot, an Hanake herunter auf die Diele. Hanake zitterte vor Schreck und sank in die Knie. Sie verstand, dass das Vogelmännchen, das sie von dem Weibchen getrennt hatte, sich an ihr rächen wollte und vor wütender Anstrengung gestorben war. Hanake hielt die Finger an ihr schmerzendes Haar. Aber es war, als sei der Liebesschmerz des Vogels in ihr Herz getrunken und habe auch in ihrer Seele wieder alle Liebeserinnerungen geweckt. In der Ferne auf dem See tauchten drei Segel auf. Sie zogen die Seelinie entlang, langsam und verschwanden. Hanake erkannte, als sie vom See weg auf die weiße Wand ihres Zimmers sah, plötzlich wieder in der Erinnerung das Gesicht ihres Geliebten. Sie schauderte vor Entzücken. Sie wollte das Gesicht des Geliebten mit ihren Augen auf der weißen Wand festhalten, aber die Gesichtszüge verschwanden und die Erinnerung erlarmte wieder und Hanake wurde verstört und tief traurig. »Kleiner Vogel«, seufzte Hanake, »zeig mir den Weg zu meinem Geliebten!« Der kleine Vogelkörper zuckte plötzlich auf der Diele zusammen und flatterte taumelnd an die Papierwand. Dort stand in einer Nische neben einer Blumenvase ein winziger Lackkasten. Der um sich schlagende Vogel warf das Lackkästchen aus der Nische. Die winzige, perlmutterbeschlagene Schublade des Kästchens fiel heraus und der Vogel stürzte dann tot zur Diele. Aus der offenen Schublade aber flatterten im Windzug ein paar Seidenpapiere zu Hanake hin. Zwischen den Seidenpapieren lagen kleine Stückchen des platten Schaumgoldes, womit die Japaner ihr Briefpapier schmücken. Aber Hanake verstand auch den tödlichen Wert, den das Schaumgold für den Lebensmüden hat. Rasch entschlossen legte sie sich ein paar Blättchen des dünn gewalzten Rauschgoldes auf die Lippen, tat ein paar Atemzüge und hüllte ihr Gesicht in die Ärmel ihres Kleides. Dann sank sie erstickt auf die Diele am offenen Fenster hin. Ende von Teil Zwei Gelesen von Hokus Pokus Teil Drei von Die Acht Gesichter am Biversee von Max Dautendai Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Den Nachtregen Regnen Hören in Karazaki Abschnitt Eins Kiri war der einzige Sohn der Wolke vor dem Mond, so hieß seine Mutter. Sein Vater war Fischer, und außer einem Kahn und den Fischfanggeräten und einer kleinen, struppigen Strandhütte besaßen Kiris Eltern nichts. Doch wir sind reicher, sagte Kiri immer, reicher als die Reisfeldbesitzer in den Bergen am Biversee, reicher als die Kaufleute von Ozu. Unser Besitz ist größer als die Hauptstadt Kyoto, denn uns Fischersleuten gehört der ganze Biversee und alles, was darin ist. Der Biversee ist unser Königreich. In Karazaki verspotteten die Mädchen den Kiri, der stets den Biversee als sein Eigentum aufzählte, wenn man von Geld und Vermögen sprach, und nannten ihn den Fischkönig von Karazaki. Aber immer am ersten April, wenn alle Häuser eine Bambusstange aufs Dach oder vor die Tür stellten und der Hausvater meterlange Papierfische an der Stangenspitze befestigte, so viel Fische, wie ihm seine Frau in der Ehe Knaben geboren hatte, dann war immer Kiris trostlosester Tag gewesen. Auf ihrer Strandhütte zappelte nur ein einziger Fisch, während drinnen über den Dächern von Karazaki hunderte von Fischen wie Fahnen die Luft erfüllten. Kiri fand sein Vaterhaus dann sehr traurig, und das Wort Fischkönig, das ihn sonst gar nicht ärgerte, schien am ersten April gar nicht auf Kiri zu passen. Solange er Knabe war, hatte er sich an diesem Tag versteckt und sich fern von Kindern gehalten, weil er sich für seinen Vater und seine Mutter schämte, hatten, und am großen Fischfesttag nur einen einzigen Fisch auf der Bambusstange vor der Haustür waagrecht im Winde flattern ließen. Kiri war jetzt siebzehn Jahre und dachte ans heiraten. Zwei Mädchen kamen für ihn in Betracht. Eine kleine Teehaustänzerin, die nicht mehr jung war, aber etwas Geld beiseite gelegt hatte, da sie einmal sehr schön gewesen und gewisse Liebesumarmungen besser verstanden hatte als andere Teehausmädchen. Sie hieß Perlmutterfüßchen und war Kiri besonders von seiner Mutter und von seinem Vater dringend zur Ehe empfohlen. Die andere war eine Traumerscheinung, ein Mädchen, von dem er immer träumte, wenn er den Nachtregen über Karasaki regnen hörte. Diese auserwählte war sein persönliches Geheimnis. Kein Bewohner von Karasaki hatte sie je gesehen. Keiner der Menschen, die rings um den Biwasee wohnen, war ihr je begegnet. Nur Kiri allein wußte, wie sie aussah. Aber weder seinem Vater noch seiner Mutter, der Wolke vor dem Mond, erzählte er jemals von diesem Mädchen. Jetzt im März, im Vorfrühling, lag Kiri in einer Nacht allein draußen auf dem See, hatte eine Kienfackel am Kiel des Bootes befestigt, das große Netz ausgeworfen und ruderte langsam vom rötlichen Feuerschein umgeben über das Wasser, das schwarz wie Nachtluft war und das ihm vertraut war wie die Diele seiner Elternhütte. In dieser Nacht rauschte der See nicht und soviel Kiri auch horchte, kein Fisch rührte sich und schnellte auf. Es war, als sei der See darunter Fisch leer wie der Himmel droben. Trotzdem kein Nebel war, verwunderte sich der junge Fischer allmählich, daß ihm nicht ein einziges Fischerboot begegnete und daß auffallenderweise nicht ein einziges Fackellicht von anderen Fischenden Booten in der dunklen Runde zu bemerken war. Nur Kiris Kinspan knisterte und paffte, aber keine Welle funkelte und zum ersten Male wurde es Kiri unheimlich auf dem altbekannten treuen guten See. Die Ruder ruderten widerstandslos, als zerteilten sie gar kein Wasser. Kiri zog zuletzt die Ruder ein und getraute sich nicht mehr den See zu berühren. So oft er auch das Fischnetz hob, es war leer, und nicht die kleinste Seemuschel und nicht der kleinste Fisch, nichts hing in den nassen Maschen. Wie Kiri noch lag und nach allen Richtungen horchte, um Geräusche von fernen Ufern aufzufangen, da er nicht wußte, ob sein Boot auf der Seehöhe oder in Landnähe lag, da tauchte im roten Schein seiner Kienfackel am Kiel ein ovaler Fleck auf, ähnlich dem aufgehenden Mond über der Seelinie. Kiri griff erleichtert zu den Rudern und wollte dem blassen Fleck entgegenfahren, Aber sein Boot schien sich nicht mehr vom Fleck zu rühren, so viel er auch ruderte. Nun wußte Kiri, daß eine Seeverzauberung über ihn und sein Boot gekommen war, daß der Seebahn, vor dem sich alle Bewohner von Karasaki fürchteten, sein Boot festhielt und daß das blasse Licht, das durch den rotbraunen Fackelschein ihm entgegensah, das Gesicht eines Seedämons war, dem er nicht mehr ausweichen konnte. Die Kienfackel hörte auf zu paffen, brannte eine Weile lautlos, dann schrumpfte ihr Licht ein, als wäre die Fackel ins Wasser gefallen, und das altvertraute Boot, in dem Kiri von Kindheit an geatmet, gearbeitet, gegessen und geschlafen hatte, war schwarz geworden wie die Nachtluft und wie das Seewasser. Kiri fühlte nicht mehr den Bootrand. Vielleicht war auch sein Körper jetzt Luft, verzaubert von dem fahlen Gesicht des Dämons, das nun erscheinen sollte. Kiri erwartete eine Schreckensgestalt, einen Seedrachen mit zackigen Flügeln, einen Riesen, der den Kopf nicht auf den Schultern trägt, sondern dem er aus dem Bauch wüchse, dort, wo sonst bei den Menschen der Nabel ist. »Guten Abend, Kiri«, sagte ganz einfach eine Stimme im Dunkeln. »Warum hast du kein Licht an deinem Boot?« fragte die Stimme eines Mädchens. »Kannst du nicht etwas Licht anzünden? Ich habe meinen Feuerstein ins Wasser fallen lassen und bin auf dein Boot zugerudert, ehe deine Fackel erlöschte. Kiri, schläfst du? Hör doch und mache Licht. »Wer bist du?« getraute sich Kiri erleichtert zu fragen. »Mach Licht, dann wirst du mich sehen. Du kennst mich gut, Kiri. Verstell dich nicht und erkenne mich. Erinnerst du dich nicht mehr?« sagte die Stimme im Dunkeln. »Weißt du nicht mehr, wo wir uns zum letzten Mal verließen?« »Nein, ich kenne dich noch nicht« gab Kiri zurück und sein Herz suchte in allen seinen Erinnerungen und wie er grübelte wurde es seltsamerweise Tag und Kiri sah keinen See, kein Ufer. Er lag auf der Altane eines Hauses, das er gut kannte, aber in dem er lange nicht gewesen war. Neben ihm auf einem flachen Seidenkissen saß ein schönes junges Mädchen und sagte »Samurai, kennst du mich jetzt?« Und er sah sie an und grübelte wieder in seinen Erinnerungen und sah über das Altanengeländer einen Zwerggarten mit kleinen Brücken und kleinen Felsen. Und unter einer der kleinsten Brücken ging eben das letzte Stückchen der Abendsonne unter. Und Kiri grübelte und der erste Stern erschien über dem lautlosen Zwerggarten. Aber der junge Mann erkannte das Mädchen nicht und er erkannte auch das Haus noch nicht, trotzdem er wußte, dass es sein Haus war. Doch es lag nicht am See und es war kein Fischer Haus. Es war das Haus eines Samurai, eines reichen Adeligen aus der Kriegerkaste. Kiri betrachtete seine rechte Hand und sah, dass sie nicht mehr die grobe Hand eines Fischers war. Und Kiri grübelte und hörte plötzlich einen Laut, wie wenn aus vielen Tempeln viele Gongs andröhnen. Er fragte das Mädchen neben sich auf der Altane, welches Fest ist heute, weil alle Tempel rufen. Es ist kein Fest, sagte das Mädchen und war rot und leuchtete wie eine Fackel, trotzdem kein Licht auf dem Altan brannte. Kiri grübelte weiter, aber die Tempelgongs schwiegen nicht und auch die Erde unter ihm dröhnte wie ein Tempelgong und schien Kiri zu wecken und zu rufen. Es ist kein Fest, es ist ein Krieg, sagte Kiri plötzlich. Was ist das für ein Krieg um die Tempel und auf der Erde? fragte er von neuem das Mädchen. Diese wurde blaß und leuchtete weiß wie ein Metallspiegel und ist kein Krieg Kiri kein Krieg um die Tempel und kein Krieg auf der Erde. Dabei bog sie sich über ihn, legte ihre Wange an Kiris Ohr und ihre Hand auf sein Herz. Da wurde es still draußen um die Tempel und auch die Erde schwieg. Die Sterne über dem Garten verschwanden und Kiri hörte wie ein leiser Regen begann. Es regnete ein Nachtregen und er sah mit offenen Augen daß das Mädchen neben ihm aufstand. Dina herbei winkte, ihn in eine Sänfte legen ließ und sich selbst zu ihm hinein in die Sänfte kauerte. Und der Regen regnete leise auf das Dach der Sänfte wie das Getrippel einer tanzenden Frau. Dann standen die Dina nach Stunden wie es schien still. Man hob Kiri aus der Sänfte heraus. Er ließ alles geschehen und sah nur mit offenen Augen zu, daß man ihn in ein Boot legte. Es war ein vornehmes großes Boot, ein Samurai-Boot. Ein Goldlackhaus stand inmitten des Bootes. Eine große rote Laterne brannte am Kiel und die Diener legten ihn auf die Diele des Goldlackhauses. Und Kiri hörte wieder den Regen auf das Dach trippeln wie die Füße von tausend Tänzerinnen. Neben ihm saß das junge Mädchen, dessen Arme ließen seinen Nacken nicht los. Nur durch die offene Tür des Bootshauses sah Kiri an der roten Laterne, die ausgelöscht wurde und wieder angezündet, daß es Tag und Nacht wurde. Aber wie viele Tage und Nächte vergingen, das wußte er nicht. Immer regnete der Regen, dieser seltsame Regen, der auch regnete, wenn die Sonne am Tage hereinschien, und auch nachts, wenn die Sterne an der Tür des Goldlackhauses standen, und der nur aufhörte, wenn das Mädchen neben ihm für einen Augenblick die Wange an seine Wange legte, die Lippen an seine Lippen und die Zungenspitze an seine Zungenspitze. Allmählich aber wurde Kiri den Regen gewohnt, und eines Tages übte er keinen Bann mehr auf seine Glieder. Aber er sah an dem erschrockenen Gesicht des jungen Mädchens, es gefiel ihr nicht, dass er den Regen vergessen, dass er sich aufrichten und sich umsehen konnte. Da fragte Kiri sie, wo sind wir? In Japan, Samurai, sagte das Mädchen ausweichend. Achtmal wurde die Laterne draußen ausgelöscht und achtmal wieder angezündet, und Kiri hatte wieder zählen gelernt. Am neunten Tag fragte er abermals das Mädchen, wo sind wir in Japan? Auf dem Biwasee, Samurai, sagte das Mädchen. Sind viele Menschen auf dem See? fragte Kiri. Samurai, nur ich und du und die Ruderer und ein paar Diener deines Hauses. Aber ich höre viele Menschen auf dem See. O Herre, es sind nicht Menschen, die du hörst, es sind die vielen Füße des Regens. Kiri schwieg noch einmal eine Nacht lang, aber als die rote Laterne am Morgen ausgelöscht wurde und der letzte Stern aus der offenen Tür ging, richtete er sich auf und fragte, wo sind wir auf dem Biwasee? Wir sind auf der Höhe von Karasaki, Herr, antwortete das Mädchen. Aber ihre Stimme war vor Schreck nicht mehr ihre Stimme, und das Rascheln der Seide ihres Ärmels war lauter als ihre Sprache. Kiri mußte noch einmal fragen, um sie zu verstehen, und er richtete sich auf und befahl, mit seinen Augen dem Mädchen zu bleiben und ihn nicht mehr anzurühren, aber er hatte ihr nicht befohlen, zu schweigen. »Bleib doch bei mir, Samurai«, sagte sie lauter und flehend, »sieh, es wird bald wieder Nacht draußen.« Und sie hob ihre weißen Händchen aus den Ärmeln und langte nach den Zipfeln von Kiris Ärmel und hielt sie mit ihren kleinen Händen fester als ein Dornbusch. Da lachte Kiri über die Kraft der kleinen Finger, blieb aufrecht sitzen und hörte für eine Weile wieder den Regen. Das Mädchen schmeichelte ihm und legte die Wange an seine Wange und sagte, »Was willst du draußen, Samurai, wo es immer regnet?« Und ihre Hände und ihre Stimme brachten es noch einmal fertig, daß Kiri nicht aufstand und bei dem Mädchen sitzen blieb und sich schmeicheln ließ und sie liebkoste. Aber in derselben Nacht noch, gegen Mitternacht, als die rote Laterne vom Kiel der Diele des Goldlackhauses rot leuchtete, sah Kiri eine zweite Laterne, eine gelbe, neben dem Kiel aufsteigen, und er erkannte, daß es der gelbe Vollmond war. »Wie kann es regnen?«, sagte Kiri zu dem Mädchen, wenn der Vollmond draußen neben der roten Laterne scheint. »Es regnet immer nachts über Karasaki,« sagte das Mädchen, und war zweifach von der Laterne und dem Mond beschienen. »Du hast zwei Farben im Gesicht, als ob du lögest. Ich höre keinen Regen mehr.« »Oh, du hörst nicht mehr den Nachtregen über Karasaki,« sagte das Mädchen, öffnete den großen Fächer und hielt ihn gegen den Mond und gegen die Laterne, so daß ihr Gesicht dunkel war. »Ich höre keinen Regen mehr. Lass uns aufstehen. Ich will den See und die Ufer im Vollmond sehen.« »Oh, höre doch den Regen,« flehte das Mädchen, bleib. Sie hob wieder ihre kleinen Hände, um ihn zu halten. Da befahl Kiri ihr, die Hände in die Ärmel zu verstecken und sagte, »Schweig!« Zum ersten Mal seit vielen, vielen Tagen und Nächten stand Kiri auf und fühlte wieder, daß er Füße, Knie, Schultern, Ellenbogen und eine atmende Brust hatte. Und aus dem schwülen Räucherwerk, das in dem Lackhaus brannte, trat er durch die offene Tür hinaus in das Boot, das sich bei Kiris aufstampfendem Gang tief ins Wasser drückte. »Ich will nach Karasaki fahren,« rief er den Ruderern zu. Und als er sich gegen das Goldlackhaus umwandte, sah er oben auf der kleinen Altane des Dachs sechs Frauen sitzen. Drei hatten kleine Holztrommeln und drei hatten Mandolinen im Arm. Ihre Finger bewegten sich im Mondschein. Sie schienen zu musizieren, aber seltsamerweise hörte Kiri keinen Ton mehr im Ohr, weder von den Trommeln noch von den Mandolinen. Kiri beachtete die Musikantinnen nicht lange, denn das Boot schoß jetzt auf Karasaki zu und ganz Karasaki schien ihn zu erwarten. Auf vielen Masten am Ufer waren Laternen aufgezogen und lange Ketten von farbigen Papier Laternen schillerten in der Luft und glitzerten im Wasser. Je näher sie kamen, desto festlicher hob sich das erleuchtete Karasaki aus der Nacht. Kiri staunte eine Weile. Dann winkte er dem Mädchen, das drinnen noch immer auf der Diele des Bootshauses hockte und sich nicht rührte. »Komm und sieh, wie Karasaki uns empfängt!« Ganz schwach hörte Kiri des Mädchens Stimme zurück. »O komm wieder herein, Geliebter! Komm herein zu mir! Es ist der Nachtregen von Karasaki, der draußen im Mondschein glänzt. Es sind die Ketten der Regentropfen, die im Vollmond glitzern. Hörst und siehst du nicht den Nachtregen?« Da stampfte Kiri ungeduldig, daß das Boot sich unter seinen Füßen noch tiefer ins Wasser senkte und rief, »Stehe ich nicht auf meinen zwei Füßen? Sehe ich nicht mit meinen zwei Augen? Fühle ich nicht mit meinen zwei Händen, daß die Luft trocken ist?« Da kam das Mädchen aus dem Boothaus und rief rasch zu den Musikantinnen auf das Dach hinauf, »Spielt lauter! Bei allen Göttinnen bitte ich euch, spielt lauter!« »Spielen die da droben oder spielen sie nicht?« fragte plötzlich Kiri. »Zwei von ihnen spielen immer, Herr. Jetzt spielen aber alle sechs. Hörst du nicht, Geliebter? Hör doch, komm in das Haus. Du hörst vor dem Ruder rauschen hier draußen gar nichts. Komm in das Haus.« »Nein, ich höre nichts. Aber welches Lied spielen sie?« »O Herr, Sie spielen das Regenlied.« »Verzeih, Sie spielen das Lied schon seit Wochen, um dich einzuschläfern, Herr.« »Ich habe gelogen, Herr.« Das Mädchen warf sich vor Kiri nieder. »O Geliebter, ich habe dich nicht von mir lassen wollen. Das ganze Land war voll Krieg. Die Samurais aus dem ganzen Land zogen in den Krieg. Seit Wochen tobt der Krieg. Als die Tempel den Krieg verkündeten, habe ich dein Schwert verstecken lassen und habe dich einschläfern lassen mit dem Regenlied und habe dich im Arm gehalten und habe dich in eine Sänfte bringen lassen. »Und die Musikanten, die das Regenlied spielten, haben dich begleitet bis an den Biversee, und ich habe ihnen befohlen, sich auf das Dach zu setzen, und zwei von ihnen mußten immer spielen Tag und Nacht. Und ich habe dich nicht von meiner Seite lassen können Tag und Nacht, vor Furcht, dass dich der Krieg töte, wenn du ans Land gingest, und vor Furcht, dass der Tod dann mein Geliebter würde. Jetzt aber sehe ich, dass Frieden im Land ist. Deshalb glänzt Karasaki festlich beleuchtet in der Nacht, und ich bin froh, dass Friede wurde, denn dein Ohr wollte nicht mehr auf die Musik des Regenliedes hören, und ich fühlte seit Tagen, dass ich dich nicht mehr aufhalten könnte, wenn du die Musik nicht mehr hörtest und an den Regen nicht mehr glaubtest. Sieh, Geliebter, jetzt kann ich dich nicht mehr verlieren, jetzt können wir in unser Haus zurückkehren. Ich habe dein und mein Leben gerettet, denn die Toten können nicht küssen, nur die Lebenden. Was hast du, Geliebter? Blendet dich das Mondlicht? O, bei den Göttern, ich hatte doch kein Gift auf meinen Lippen, als ich dich küßte. Warum wirfst du dich auf deine Knie? Warum schüttelst du die Fäuste in die Luft? Warum wird dein Haar lebendig und sträubt sich wie bei einer Katze? O, Götter, deine Augen quellen dir aus dem Kopf. Samurai, bist du vergiftet. Suchen deine Hände dein Schwert an den Hüften? Ich will's dir bringen. Verzeih, wenn ich dein Eigentum versteckte. Dein Schwert ist im Lackhaus im Wandschrank. Während das Mädchen noch flehte, hatte sich der Mond bedeckt. Aber Kiris Gesicht leuchtete, als wäre es aus Phosphor. Seine Armmuskeln wölbten sich, seine Fäuste schlugen in die Luft, seine Brust keuchte. Mein Schwert! Dann stürzte er an dem Mädchen vorüber in das Lackhaus und zerbrach die Wandschranktür, die sich nicht sofort öffnete. Aber kaum berührten seine Finger das Schwert, das dort in einem seidenen Futteral lag, da fiel der Mann weich wie Schaum zusammen und warf sich schluchzend und weinend auf die Diele und presste sein Schwert an die Brust, als wäre es seine wiedergefundene Geliebte. Eine Weile noch tobte sein Stöhnen, sein Schluchzen. Dann hob er sein tränenüberströmtes Gesicht, setzte sich mit gekreuzten Beinen ruhig auf den Boden, löste den Seidengürtel seines Obergewandes, zog das kurze Schwert aus der dicken, geschnitzten Elfenbeinscheide, strich mit der äußerst feinen Schneide des Schwertes über den Haarbüschel an seiner nackten Brust, schnitt ihn glatt ab und lächelte eine Sekunde zufrieden über die gute, treue Schärfe des Stahls. Dann sagte er ruhig, beherrscht so dem Mädchen mit einem Tonfall und einer Stimme, als wäre nichts geschehen, »Mach dich bereit, wir müssen jetzt sterben.« Das Mädchen, das ihm in das Haus gefolgt war, kauerte neben ihm, willenlos und bleich wie eine hingewehte weiße Feder. Sie antwortete ihm nur mit dem einen Wort, »Geliebter.« Aber diese Antwort brachte wieder den alten Sturm in Kiri herauf. Alle Muskeln an seinem Leibe zuckten, als würden sie von Zangen zerrissen. Darf ein Samurai sein Schwert je verlassen? Hatten nicht die Gongs der Tempel und selbst der große Kriegskong, der tief in der Erde begraben ist, Kiri und sein Schwert vor Wochen gerufen? Die Erde hätte ihn mit ihrem Feuer verschlungen, wenn er nicht in den Krieg gegangen wäre. Denn jeder Samurai ist der Sohn der Erde und der Sohn des Feuers. Beide Gewalten haben ihn geboren. Nur das Wasser hat nichts mit seiner Geburt zu schaffen. Dem Wasser ist er fremd, und das erkennt den Samurai nicht an, nicht den Krieger, denn das Wasser ist sanft und ausweichend, und das Wasser ist der Tod des kriegerischen Feuers. Nur auf dem Wasser konnte ein japanischer Samurai einen Krieg versäumen. Nur eingelullt vom Regen und fern allen Ufern konnten die Ohren eines Samurai den Kriegsgesang der japanischen Erde nicht mehr hören. Aber hat ein Krieger einen Kampf ausweichend versäumt, so ist seine adelige Seele erniedrig, seine Unsterblichkeit, die ihm als Held angeboren ist, wird ihm dann für immer genommen, und sein nächstes Leben ist das eines gemeinen Mannes aus dem Volke. Doch das Schicksal gewährt dem Entehrten noch eine Gunst. Wenn es der Zufall geben will und sein Mut, dass er im nächsten Leben als gemeiner Mann einen Heldentod stirbt, dann erlangt seine Seele wieder die alte Unsterblichkeit und den alten Adel seiner Vergangenheit zurück. Bis dahin aber muss er niedrig denken, niedrig handeln, und ist nicht zu unterscheiden von den niedrigsten des Volkes. Kiri sprach, »Weib, deine Liebe zu mir wurde der Tod meines Adels und aller meiner vergangenen adeligen Leben. Aber du hast aus Liebe gehandelt, und Liebe ist vor den Göttern unstrafbar. Darum hoffe ich, dass mich die Götter begünstigen und dich und mich im nächsten Leben aus der Erniedrigung wieder zum alten Adel erheben. Ich hasse dich nicht. Ich muss dich lieben, trotz des Todes, den du uns antust. Ich will zwei Fragen an das Schicksal stellen, ehe wir beide sterben. Ihr Götter, könnt ihr durch einen Zufall trüben in Karasaki alle Lampen des Friedensfestes auslöschen, dann will ich euch glauben, dass ihr mir im nächsten Leben eine Gelegenheit gebt, durch Krieg ein Held zu werden. Trotzdem ich heute noch nicht verstehen kann, wie ihr dazu helfen wollt, da ich als niedriger Mann geboren werde und dann nicht zum Kriegerstand gehöre und kein Schwert besitzen darf. Aber, ihr Götter, euch ist nichts unmöglich. Gebt mir das Zeichen. Die rote Laterne draußen am Kiel hob und senkte sich jetzt auf den Strandwellen von Karasaki. Bei jeder Senkung tauchten die Lichterketten des festlichen Ufers wie feurige Galanten über die rote Laterne des Kiels und senkten sich wieder und verschwanden hinter den Bootrand. Nach einer Weile tauchten die Lichter von Karasaki plötzlich nicht mehr auf. Kiri wartete und wartete und sagte mit gedämpfter und bewundernder Stimme zu dem Mädchen, »Geh und frag die Bootsleute, warum sie die Richtung geändert haben und nicht mehr auf Karasaki zufahren, wie ich befohlen habe. Denn du siehst, die hellen Ufer sind verschwunden und der Kiel fährt in die Dunkelheit.« Das Mädchen wollte gehorchen und zu den Bootsleuten gehen und fragen, aber sie blieb unter der Tür stehen und sagte, »Herr, ich sehe, es regnet. Der Regen hat die Festlichter von Karasaki ausgelöscht.« Da fragte Kiri lachend, »Ist es ein lauter Regen?« Das Mädchen beteuerte, »O Samurai, es regnet wirklich dieses Mal, es regnet laut.« »Das ist der Regen der Götter. Aber ich höre ihn nicht«, sagte Kiri feierlich und hielt den Atem an. Das Mädchen setzte sich wieder zu Kiri und beide lauschten. Von Zeit zu Zeit fragte der Mann das Mädchen, »Wird der Regen lauter?« »Ich höre ihn nicht.« Dann hüllte das Weib sein Gesicht in die seidenen Ärmel und schluchzte. Kiri fragte, »Fürchtest du dich vor dem Tode?« »O Herr, mit dir zu sterben ist kein Tod. Aber ich fürchte mich vor der Ungewißheit, ob die Götter mich im nächsten Leben mit dir leben lassen. Wenn du wenigstens den Nachtregen über Karasaki wieder hören würdest, dann würde ich das als Zeichen nehmen, dass die Götter mir verzeihen und mich im nächsten Leben wieder mit dir leben lassen.« Und das Mädchen legte seine Wange an Kiris Wange. Da war es dem Samurai, als ob ihm die Ohren auftaten, und er sagte, »Ich höre den Nachtregen über Karasaki, und ich höre, dass wir uns wiedersehen und wieder lieben werden.« »O Dank allen Göttern und Dank auch dir, daß du mich verziehen hast, Samurai. O könnte ich dir im nächsten Leben den Weg zum Krieg zeigen und dir dein Schwert wieder schenken.« »Auch dieses werden die Götter erfüllen«, antwortete Kiri, denn wenn sie zwei Lebenden zwei Wünsche erfüllt haben, so legen sie die Erfüllung des dritten Wunsches als Göttergabe dazu.« Die beiden umarmten sich nicht mehr, und der Samurai nahm sein Schwert, stellte es senkrecht gegen seinen eigenen Leib, drückte es an seine Eingeweide und zog den Harakiri-Schnitt waagrecht durch seine Gedärme. Das Mädchen war leise aufgestanden und hatte sich hinter den Mann gestellt. Als er umsank, fiel sein Kopf auf ihre Knie und glitt sanft auf den Boden. Sie nahm das vom Blut verdunkelte Schwert dem Toten aus der Hand, stemmte es an ihr Herz und stürzte sich in die Schwertspitze. Draußen tönte der Nachtregen auf das Dach des Bootgemaches und der Kahn fuhr schnurrend auf den Kiesstrand von Karasaki. Und die rote Kiellaterne stand still wie angemauert im Regen. Ende von Teil 3 Gelesen von Hokus Pokus Teil 4 von Die Acht Gesichter am Biwasee von Max Dautendei Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Den Nachtregen regnen hören in Karasaki Abschnitt 2 Dies alles erlebte Kiri, der junge Fischer, jetzt, als er das Mädchen, das ihn auf dem See anredete, gefragt hatte, »Wer bist du?« »Kennst du mich nun?« fragte die Stimme wieder aus dem Dunkel. »Ich kenne dich wieder, aber zeige dich nicht, gib mir mein Schwert, gib mir den Krieg, ich bin ein armer Fischer jetzt.« »Wirf dein Netz aus«, sagte das Mädchens Stimme. »Es sind keine Fische heute Nacht im See, und ich will nicht länger ein Fischer sein, seit ich weiß, dass ich einst ein Samurai war.« »Wirf dein Netz aus«, sagte die Stimme wieder. »Ich kann im Dunkeln nicht sehen, sagte der junge Fischer, und ich habe keinen Feuerstein da, meine Fackel anzuzünden. Wie soll ich im Dunkeln wissen, wohin ich mein Netz werfe?« »Wirf dein Netz aus und vertraue mir«, sagte noch einmal die Stimme. Unwillig griff der junge Bursche nach dem Netz, aber er warf es nicht mit gewohntem Griff über den Bootrand, sondern er schleuderte es in die Luft und sagte zu dem Netz, »Geh zu den Göttern. Ich will kein Fischer mehr sein, seit ich weiß, dass ich ein Samurai war.« Plötzlich begannen alle Netzmaschen wie ein Sternschnuppenfall in der Luft zu leuchten. Das fortgeschleuderte Netz wurde zu vielen elektrischen Blitzen und fiel wie ein blaues Maschengewebe aus elektrischem Feuer in den See. »Gut, du bist ein gutes Netz und hast gehorcht«, sagte Kiri stolz in die Luft. »Du hast Feuer gefangen, so wie ich Feuer gefangen habe, seit ich weiß, wer ich bin.« »Greife ins Wasser und zieh dein Netz wieder über den Bootrand. Dann will ich dir zeigen, was deine Arbeit sein wird, Samurai.« Kiri griff aufs Gratewohl ins Wasser und zog einen blauglühenden Strick aus der Tiefe. Aber er fühlte, daß er keine Kraft besaß, den Strick nur um das kleinste höher zu ziehen. Es war, als lägen steinerne Berge in seinem Netz. Der Strick rückte nicht von der Stelle. »Deine Kraft wird über dich kommen zu deiner Stunde«, sagte das Mädchen. Aber Kiri war unwillig und schüttelte den Strick, verzweifelt über seine Ohnmacht. »Binde den Strick am Bug des Schiffes fest und nimm deine Ruder und Rudere«, befahl ihm die Stimme, und der junge Fischer tat so. Und wie er ruderte, schien es ihm, als würde der See in der Tiefe hell. »Sieh jetzt um über deine Schulter in dein Netz, und alles, was darin ist, wird deine Samurai-Arbeit sein.« Kiri sah hinter sich den ganzen weiten See von den Maschen eines riesigen, feurigen Netzes leuchten. Drinnen in dem Netz lagen die zerstückelten Leichen von abendländischen Offizieren, Arme, Beine, Köpfe, Kanonenrohre, Bayonette, blutig zerschossen, zerfetzt und zertrümmert. Es war, als schleife das feurige Netz den ganzen See wie ein zuckendes Schlachtfeld hinter sich her. Es schauderte Kiri. Entsetzt ließ er die Ruder ins Wasser fallen. Das niedrige Gemüt des Fischersohnes überwältigte ihn. Er griff nach einem Fischbottich, der auf dem Grunde des Bootes stand, und stülpte ihn über seinen Kopf, um nichts mehr zu sehen. Er klapperte mit den Zähnen, daß der Bottich dröhnte, und getraute sich mit seinem Kopf nicht mehr aus seinem Versteck heraus. Er wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören, bis ein paar Fäuste von außen an den Bottich trommelten und ihn die Stimme seines Vaters anrief. »Kiri, bei allen Göttern, was treibst du, Junge? Wo hast du dein Netz gelassen? Wo sind deine Ruder?« Kiri zog vorsichtig seinen Kopf aus dem Versteck. Er sah im Morgendampf den Vater im Strohmantel vor sich in einem anderen Boot, und viele Boote waren um ihn versammelt. Aber keiner der anderen Fischer lachte ihn aus. Es schien, als hätten sie alle dasselbe erlebt, denn alle waren bleich, und alle waren ernst. Alle Boote drängten nach den Ufern, Boote, die sonst wochenlang draußen zu liegen pflegen. Alle kamen in Scharen herbeigeströmt, und die Frauen der Fischer trippelten am Ufer, jede mit einem Kind auf dem Rücken bepackt, und jede umgeben von einem Kinderkreis. Aber die Uferlinie entlang standen im Morgennebel die rauchenden Scheiterhaufen von großen Signalfeuern, die man angezündet hatte, um die Fischer von draußen ans Land zu rufen. Und nun sah Kiri, wenn der Morgenwind die Rauchwolken zur Seite drückte, Gruppen von kleinen japanischen Offizieren und Soldaten in europäischen Uniformen. Bayonette blitzten im Morgennebel, und hie und da leuchteten rot und gelb und golden im Morgengrau die Borten und Uniformaufschläge an den Soldaten. Kiri, du musst in den Krieg, sagte der Vater. Heute hat Japan den Krieg mit Russland angefangen, drüben auf dem chinesischen Meer in der Manchurei. Ich bin kein Samurai, ich will nicht in den Krieg, sagte Kiri. Ich habe schreckliche Träume heute Nacht gehabt, ich habe Netz und Ruder dabei verloren, ich will nicht in den Krieg und auch noch den Kopf verlieren. Du wirst nicht gefragt, ob du willst, du mußt in den Krieg. Heutzutage sind alle Männer, die einen rechten Arm und einen linken Arm, ein rechtes Bein und ein linkes gesundes Bein am gesunden Leib haben, Samurais. Du bist glücklicher als ich, mein Sohn. Zu meiner Zeit war das nicht so und wir armen Fischer bekamen kein Schwert vom Kaiser von Japan zugeschickt. Drüben am Ufer stehen die Soldaten, die dir vom Kaiser einen neuen Anzug und kaiserliche Waffen bringen. Geh in den Krieg, mein Sohn. Dort bekommst du auch das Brot des Kaisers zu essen. Das ist ein Brot, das jeden Japaner mutig und unsterblich macht. Aber jetzt kam Kiris Mutter an das landende Boot gelaufen. Sie schüttelte ihre Hände in die Luft und wehrte Kiri, er solle nicht landen und rief, Kiri, flieh, fliehe, die Soldaten wollen dich holen, schwimm in den See hinaus, der Biwasee wird dich verstecken. Eine alte Frau hat mir prophezeit, dass du unsterblich bist vom Tage an, wo du den See betrittst, aber dass du sterben wirst, wenn ein Krieg ausbricht und du ans Land kommst. Mach deinen Sohn nicht feig, Wolke vor dem Mond, sagte der Vater zu Kiris Mutter, und er zog sein eigenes Boot mit beiden Händen ans Land und erwartete, dass sein Sohn ihm folgen würde. Aber Kiri, bleich und grau vor kleinlicher Furcht, schlotterte vor Angst und Kälte in seiner dünnen, blauen Leinwandjacke. Er tat, als wolle er aussteigen, aber als sein Vater fort sah, griff er nach den Rudern in dem Bote seines Vaters, stemmte ein Ruder auf den Kies und stieß sein Boot zwischen den anderen Booten durch in den See hinaus und rief seinem Vater zu, »Ich will mein Netz noch suchen, das draußen bei meinen Rudern schwimmt.« In allen Kähnen, wo man die Unterhaltung des Alten mit dem Jungen gehört hatte, lachten die ernstesten Leute hell auf über Kiris Feigenrückzug. »Er tritt den Krebsgang an,« lachten einige Fischer Burschen, die am Ufer standen und Uniformen anprobierten. »Er wird wiederkommen,« sagte der Vater dumpf. »Er ist unser einziges Kind, er braucht nicht in den Krieg,« jammerte die Mutter. »Wir sind keine Samurais, die sich von anderen töten lassen, wir sind arme Fischersleute, er soll nur sein Netz holen. Kiri soll draußen auf dem See bleiben, bis die Soldaten fortgezogen sind. Der See kann ihn ernähren.« Kiri kam nicht am Abend und nicht am nächsten Tag und auch in den nächsten Wochen nicht mehr nach Hause. Nach Monaten fanden Leute aus Karasaki Kiris Boot im Uferschilf versteckt und man sagte, er müsse wahrscheinlich im Schilf verborgen von Krebsen, Wildenteneiern und Fischen leben. Aber als es dann Winter wurde und der See zufror, das Schilf abgemäht war und die weiße Schneekruste an allen Ufern lag und Kiri kam immer noch nicht zu seinen Eltern heim, meinten einige, Kiri müsse ertrunken sein. Doch sein Vater behauptete unerschütterlich, Kiri ist in den Krieg gezogen. Nur die Mutter wünschte, dass er noch auf dem See sei, wenn auch das Wasser zugefroren war. Denn draußen auf dem See war Kiri unsterblich, wenn er auch nichts aß, nichts trank. Er konnte nicht erfrieren, er konnte auf der Eisfläche irgendwo liegen und schlafen, und im Frühling, wenn der Krieg aus war, konnte er heimschwimmen. Alles dies konnte möglich sein, dachte die alte Frau, da die Prophezeiung Kiri für unsterblich erklärt hatte, solange er auf dem See bleiben würde. Aber der Frühling kam und der Krieg dauerte und Port Arthur hatte sich noch nicht ergeben und das Schilf wuchs und der See rauschte. Zwar waren alle Männer im Krieg und keine Fischerboote auf dem See, aber solange Kiri nicht vom See heimkehrte, war er für seine Mutter unsterblich. Endlich war der Krieg zu Ende. Viele Fischer kehrten heim. Fast zwei Jahre dauerte der Heimzug, bis die letzten angekommen waren. Dann baute man in den kleinsten Dörfern aus Kiefernzweigen Triumphbogen. »Es sind noch ein paar Regimenter in der Manchurei,« sagte Kiris Vater zu den Fischern. »Kiri kann immer noch heimkehren.« Aber die Leute verlachten den Alten wegen seines feigen Sohnes und auch die Mutter sah nicht mehr auf den See hinaus, weil der Sohn nicht heimkehrte und sie nicht mehr an seine Unsterblichkeit glaubte. Eines Tages hat sie ihren Zweifel laut ausgesprochen und zu ihrem Mann gesagt, »unser Sohn ist tot. Wir haben keinen Sohn mehr. Ich will heute Nacht eine kleine Kerze zu seinem Gedächtnis vor dem Gott des Biwasees in einer Zimmerecke anzünden.« »Tu das,« sagte der Vater. »Ich will vor dem bronzenen Kriegsgott in Karasaki eine Räucherstange für die Nacht anzünden lassen. Die Götter werden uns vielleicht antworten und uns sagen, ob unser Sohn im Himmel bei den Helden oder im See bei den Krebsen ist.« Die beiden Alten taten, was sie sich vorgenommen hatten, und der Vater kniete in dieser Nacht das Gesicht auf der Erde vor der bronzenen Statue des Kriegsgottes von Karasaki. Die Mutter kniete zu Hause in der Zimmerecke vor dem vergoldeten Gotte des Biwasees. Als es Mitternacht war, begann ein feiner Regen über Karasaki zu fallen. Der Vater im Tempel konnte nicht beten. Er musste immer dem Regen zuhören, der auf die Ziegelhäuser der Tempeldächer pochte. Der Mutter zu Hause ging es ebenso. Sie lauschte dem Regen, der auf die Altanen draußen fiel und an die ölgetränkten Papierscheiben trommelte. Und sie musste bei dem unruhigen Regen die Schritte von zwei Fremden überhört haben, denn ein vornehm gekleideter Samurai in schwarzer Zeremonientracht, eine vornehm gekleidete schwarze Samurai-Frau in Schleppgewändern, die schoben gegen Mitternacht die Türen zum Gemach der Alten auf und fragten sie, ob sie sich einen Augenblick bei ihr ausruhen dürften. Sie seien auf dem Weg nach Tokio, wo morgen das große Siegesfest sei, mit dem der Kaiser und die Minister das Gedächtnis der großen Helden von Port Arthur feiern würden. Mutter, laßt euch im Beten nicht stören, sagte der junge Samurai. Wir sitzen nur einen Augenblick hier hinter eurem Rücken und horchen auf den Nachtregen von Karasaki. Es regnete, und Gebet und Regen schläferten die alte Frau ein. Ihr Mann, der morgens vom Tempel heimkam, weckte sie, und sie hatte den Samurai-Besuch ganz vergessen. Das Zimmer war längst leer, und die beiden Nachtwanderer waren verschwunden. Liebe Wolke vor dem Mond, sagte der alte Fischer, zieh deine besten Kleider an, nimm die Wandersandalen vom Nagel, wir müssen eine Reise machen, der Kriegsgott hat es mir heute Nacht befohlen. Wie kann ich auf meine alten Tage noch reisen, sagte die Frau, wenn ich wüßte, wo mein Sohn wäre, ja, dann würde ich hinreisen. Unser Sohn ist in Tokio, sagte der alte. Als ich heute Nacht im Tempel betete, kamen zwei Fremde herein und knieten an meiner Seite nieder. Es waren ein junger Samurai und seine Frau. Da konnte ich nicht mehr beten und ging auf die überdachte Tempelaltarne und horchte auf den Nachtregen, der über Karasaki fiel. Und denke dir, wie ich dort sitze, kommt derselbe Samurai, den ich eben noch drinnen neben mir knien sah, heraus. Aber er war nicht mehr im schwarzen Zeremonienkleid. Er hatte Panzer, Schwert, Speer und Helm des Kriegsgottes auf, und er deutete mit dem Speer nach der Sternenrichtung von Tokio und sagte, Vater, du suchst deinen Sohn, du wirst ihn in Tokio wiederfinden. Für einen Augenblick war es mir, als wäre es Kiri selbst, der in der altmodischen Rüstung vor mir stand. Wie ich aber genau hinsehen wollte, war nichts als die Nachtluft um mich, und der große Hanfstrick, der über dem Tempeltore hängt und die Geister vertreibt, schaukelte im Windzug, in dessen alle Tempeldächer im Regen wie Trommeln redeten. Hier bei mir war auch ein Samurai mit seiner Frau, sagte die Wolke vor dem Mond. Ich habe ihn aber nicht als meinen Sohn erkannt. Er redete fremd und feierlich und vornehm, wie ich Kiri nie sonst reden hörte. Er blieb nicht lange hier mit seiner Frau. Er wollte nur etwas am Wege ausruhen und dem Nachtregen von Karasaki lauschen. Wahrscheinlich hatte er seinen Tragsessel und die Träger vorausgeschickt, der Samurai, denn ich hörte keinen Laut ums Haus, nicht da sie kamen und nicht da sie gingen. Aber wenn du sagst, dass dein Samurai im Tempel aussah wie unser Sohn, dann erinnere ich mich, dass auch mein Samurai hier Ähnlichkeit mit Kiri hatte. Aber wie hätte ich ihn erkennen können? Dieses Samurai Gesicht war zerschlagen von Kriegswunden und die Narben entstellten die Gesichtszüge. Die Narben waren so dicht über seinen Händen und auf seinem Gesicht wie die Maschen eines Fischernetzes. Da war kaum ein fingerbreites Stückchen Fleisch von seinem Gesicht, das nicht durch die Narben zertrennt gewesen wäre. Ich habe meinen Sohn nicht erkannt. Du hast deinen Sohn niemals erkannt, Wolke vor dem Mond, aber du wirst ihn in Tokio gleich erkennen, sagte der alte Fischer. Am nächsten Morgen reisten die beiden Alten nach Tokio. Erst mussten sie wandern und dann konnten sie die Eisenbahn von Tokio benutzen. Sie kamen am Morgen dort an und nahmen sich nicht die Zeit in ein Gasthaus zu gehen. Die Stadt war überfüllt von Japanern aus allen Landesteilen. Aber als die beiden Leute vor den Menschenmassen in den Straßen standen, wurde ihnen sehr bang und sie fragten sich im Herzen, wie sollen wir Kiri hier finden? Eher findet man ein verloren gegangenes Ruder auf dem großen Bivasee als einen verloren gegangenen Menschen in dieser großen Stadt. Wie sie noch Berat schlagten, kam ein Rikscha-Wagen auf sie zugefahren, und drinnen saß einer der angesehensten Männer aus Karazaki. Er war so hoch im Rang, daß er die armen Fischerleute auf den Straßen von Karazaki niemals angeredet hatte. Aber jetzt hielt er seine Rikscha an, winkte zehn Rikschas, welche ihm folgten und in welchem dem Range nach lauter angesehene Männer von Karazaki saßen, Männer, die im Krieg gewesen waren und Familien Oberhäupter, die im Krieg Söhne verloren hatten. O Herr, sagte der hohe Beamte und verbeugte sich aufs tiefste vor dem alten Fischer, welch ein Glück, daß ihr schon hier seid, haben euch die Kuriere des Kaisers geholt, habt ihr die Telegramme erhalten, die man heute Nacht aus Tokio an euch schickte, habt ihr den Sonderzug erhalten, mit dem man euch heute hierher holen wollte? Und alle anderen Männer aus den zehn Rikschas standen mit tief gebeugtem Rücken vor dem alten Fischer Paar und trauten sich nicht mehr sich aufzurichten, als verbeugten sie sich vor dem Kaiser selbst. Und nun schienen die Menschen auf den Straßen von Tokio und die Gesichter auf den Straßen keine Rücken und keine Rückseite mehr zu haben. Nur Wangen und Augen und Augen und Wangen strahlten den beiden Fischers Leuten entgegen, ihnen, die die Eltern des großen Helden Kiri waren, von dem man sagte, dass er vor dem Tor von Port Arthur eines dreihunderttausendfachen Todes gestorben sei. Dreihunderttausendmal hat er sich in den Kriegsjahren dem Tod ausgesetzt. Immer dort, wo die Gefechte am schlimmsten waren, sah man ihn auftauchen. Einmal schleppte er Arme voll Dynamit vor das eiserne Tor eines Fohrs. Um den japanischen Truppen den Eingang in das Fohr zu verschaffen, lief er seinem Regiment voraus und warf am Eisentor das Dynamit sich selbst vor die Füße und stampfte darauf, wie der Deckel einer Sardinenbüchse auftat. Aber Kiri blieb mitten in der Dynamitexplosion unversehrt wie ein Ei aufs Stroh. In den Wolfsgräben, auf deren Grund die Russen Bayonette senkrecht eingerammt hatten, warf sich Kiri hunderte Male steif wie ein Balken quer über die Bayonette und ließ seine Kameraden über seinen Rücken laufen. Und er blieb steif gestreckt und sein Leib widerstand den Bayonette, so hart machte der Mut seinen Körper, so hart, daß die Bayonette nicht einmal seine Augäpfel zerschnitten hatten, bis der letzte seines Regiments über ihn weggeschritten war. Dann stand er heil und unversehrt auf. Zum letzten Male, als man von Kiri hörte, verdingte er sich verkleidet als russischer Lotse, gelangte an das russische Admiralsschiff und führte es in einem Morgennebel vor die Kanonen der im Nebel verborgenen japanischen Flotte. Mit diesem Schiff war Kiri untergegangen und niemand hatte ihn seitdem wiedergesehen. Waffen, die er getragen, Uniformstücke, die seine Kameraden von ihm aufgehoben hatten, alles lag jetzt auf dem Ehrenplatz im Kriegsmuseum dicht neben dem eroberten, zerschossenen Feldbett des russischen Generals Korupatkin. Nun hatte sich von Mund zu Mund auf den Straßen von Tokio weitergesprochen, daß die Eltern des großen Kriegshelden Kiri, die Mutter, die ihn im Schoß getragen, der Vater, der ihn gezeugt hatte, auf das Paradefeld kämen. Dort stand ein mächtiger, stacheliger Triumphbogen, aufgebaut aus erbeuteten russischen Bayonetten. Weit über das morgensonnige Feld blendeten die langen Reihen von erbeuteten russischen Kanonen, aufgestapelten Stahlgranaten und eroberten Torpedogeschossen. Und über der Holzhalle des Kriegsmuseums wimmelte ein Wald von erbeuteten Fahnen, die den Himmel bunt belebten, ähnlich den bunten Scharen von Papierfischen, die am ersten April über den Dächern flattern. Der Älteste der angesehenen Männer aus Karasaki sagte, all diese Fahnen hat euer Kiri erbeutet. Für jede seiner Heldentaten hängt eine Fahne dort über dem Dach des Kriegsmuseums, in dem euer Sohn jetzt als ewiger Name wohnt, angebetet vom japanischen Volk wie ein Kriegsgott. Gehehrt von Kaiser und Reich kehrten die Fischersleute nach den Friedensfeierlichkeiten wieder heim nach Karasaki. Und als man ihnen in der Stadt Karasaki eine neue Hütte bauen wollte und dem Vater einen neuen Kahn geben wollte, sträubten sich die beiden Alten und sagten, das Holz des Kahns und die Bambuswände der Hütte und die Papierscheiben, die mit uns alt und grau geworden sind und die mit Kiri so oft den Nachtregen fallen hörten, all diese Dinge sind wohltönend geworden vom Alter und von Erinnerungen und wohltönend von dem Nachtregen, der melodisch auf sie gefallen ist. Wir leben im Alten wohler als im Neuen, wir alten Leute. Den Regen von Karasaki hören bedeutet am Biwasee heute noch, dass dich dann nie ein Misslaut beirren wird, denn Kiris Heldenseele lauscht mit dir und dieser Nachtregen sinkt von Liebe und Unsterblichkeit. Ende von Teil Vier gelesen von Hokuspokus Teil 5 von Die Acht Gesichter am Biwasee von Max Dautendai Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Abendglocke vom Miidera-Tempel hören Der älteste Baum Japans steht am Biwasee, nicht weit von der Stadt Ozu, nicht weit von den Tempelterrassen des Miidera-Tempels, der auf grünem Hügel über einem Kryptomerienwalde liegt. Als dieser vieltausend Jahre alte Baum nicht höher als ein Grashalm war, leuchtete der harfenförmige Biwasee dicht bei dem Baumschössling, ebenso wie heute noch unverändert bei der alten zerklüfteten Baumruine. Dieser älteste Baum Japans stützt sich jetzt wie ein gealterter Gott, der hunderte von Armen vom Himmel über die Erde ausbreitet, auf hunderte von Stangen, die gleich hunderten von Krücken und Stelzen sein morsches Dasein tragen. Damals, als der Baum jung wie ein Halm war, war der Miidera-Tempel noch nicht gebaut, und niemand hörte noch den wunderbaren Klang der Miidera-Glocken, die abends beruhigend wie eine singende Frau ihre Stimme von den Tempelterrassen an dem alten Uferbaum vorüber zur Harfe des Biwasees schickt. Dieser Baum wurde in ferner Vorzeit aus China nach Japan herübergebracht, als winziges Würzelein zuerst, und in Japan erfuhr man erst sehr spät seine chinesische Geschichte. Als der Baum so groß wie ein Menschenkind wurde, hatte er noch nicht einmal einen Japaner gesehen, und als die ersten japanischen Menschen zu ihm kamen, war er schon in den kräftigsten Mannesjahren und fast so hoch wie die Kryptomerienbäume des nahen Bergwaldes. So ein Baum, der nie von der Stelle rückt, und dessen Umgebung gleichfalls nie fortreißt, und der nur die Bewegung der Jahreszeiten kennt, hat ein vorzügliches Gedächtnis. Dieses drückt sich aber nicht darin aus, dass sich sein Mark Gedanken macht über das, was gewesen ist oder was kommen wird, sondern das Gedächtnis eines Baumes liegt immer offen an seiner Außenseite. Die Furchen und Rinden haben sich jeden Tag mit Linien, Eingrabungen, Knorpeln, Schürfungen die kleinsten Erlebnisse wie mit einer stenographischen Schrift in Zeichenschrift notiert. Wie der Baum sich dehnte, wenn ihm in der Welt wohl war, und sich verborgte und sich verpanzerte, wenn ihn die Welt bedrohte, vergrübelt sich seine Rinde und faltet sich zu einer Zeichenschrift. Die Schriftgelehrten der Bäume sind die Ameisen, die Libellen, die Bienen, die Vögel. Die Borkenkäfer und Borkenwürmer sind untergeordnete Schriftsetzer, die an der Schicksalssprache des Baumes an der Rindenschrift mitarbeiten. Diese Sprache der Bäume entdeckte eines Tages, als die Japaner noch vorzeitliche Bastkleider, Blättergewänder und verwildertes Kopfhatt trugen, nicht in Japan, sondern in China ein weiser Einsiedler. Er hieß Atamono. Die Geschichte Atamonos liegt weit zurück. Sie fällt vor die Entdeckung des alten Baumes am Biwasee. Als Atamono die ersten Schriftzeichen in einem chinesischen Weidenbaum entdeckte, las er auch in der Baumrinde das Mittel, seinen Leib unsterblich zu erhalten. In dem Bast jenes Weidenbaumes in China stand geschrieben, dass jeder Mensch, ob groß oder niedrig, ob klug oder beschränkt, ob schwach oder stark, alt oder jung, sich die Unsterblichkeit des Lebensfadens und auch des Leibes erhalten könne, wenn er einmal im Leben beim Laut einer bestimmten Harfe einschlafe. Diese Harfe, sagte der chinesische Weidenbaum, sei nicht in China, aber nicht weit über dem Meer in einem kleinen Inselland, das damals in China noch keinen Namen hatte und nur von einigen des Land des ewigen Feuers genannt wurde, weil der Feuerkrater Fujiyama dort immer rauchte. Atamono suchte den Weg dorthin und las von Baum zu Baum die Rindensprache, bis er ans Meer kam. Aber niemand konnte ihn hinüberführen, denn nur Schiffe, die durch Zufall nach dem Inselland verschlagen wurden, alle hundert Jahre einmal, hatten Kunde von dem Feuerland gebracht, in dem Atamonos Harfe liegen sollte. Atamono saß bereits Jahraus, Jahr ein am Meer und schmachtete nach der Unsterblichkeit, kehrte seinem Vaterlande den Rücken und sah mit seinem Angesicht Tag für Tag nach Osten, wo hinter den Wellenbergen das kleine Land des ewigen Feuers war, darin die fremde Harfe liegen sollte. Eines Tages kam ein Oststurm. Atamono zog sich etwas weiter vom Strand zurück. Da sah er in der Ferne über dem aufgerüttelten Meer ein vielarmiges Wesen. Das kam mit senkrechtem Leib und dunklen Krallen wie ein mächtiger belaubter Baum über das Meer geschossen. Atamono hielt die Erscheinung zuerst für einen Gespenst, dann für einen Drachen und dann erkannte er, dass der vielarmige riesige aufgerichtete Körper wirklich ein Baum war, ein grüner frischer Kryptomerienbaum mit feuerrotem Stamm, denn die Rinden der Kryptomerienbäume leuchten rot, wenn sie naß werden. Dieser Baum troff von Seewasser, schoß an den kiesigen Strand, und als wandere er leibhaftig auf seinen Wurzeln eilte er, vom Wind getrieben eine Viertelstunde tiefer in das Land hinein, bis er andere Bäume fand, in deren Nähe er windgeschütz stehen blieb und sich mit seinen Wurzeln wie mit riesigen Adlerkrallen feststellte. Atamono kannte keine Furcht, und als der wunderbare Baum wie eine rote Fackel über das Wellengewühl des Meeres aufrecht daherkam und seine finsteren Zweige wie schwarzen Rauch in die Luft streckte, da wich der sehnsüchtige Träumer nicht zurück, denn er war ja der Erste Vertraute, den die Bäume sich unter den Menschen auserwählt und dem sie ihre Rindenschrift in einer guten Stunde zu erkennen gegeben hatten, und er kannte keine Furcht vor den Bäumen, auch nicht vor diesem seltsamen übers Meer gewanderten Baum Riesen. Atamono legte sich in dieser Nacht unter den neu angekommenen Baum, nachdem er Wurzeln und Rinde von Tang, Seeschlamm und Seemuscheln gereinigt hatte, und er schlief ein mit dem Bewusstsein, dass dieser Baum zu ihm allein nach China und sonst zu keinem andern gesendet war, und er freute sich am nächsten Morgen aus der Rinde dieses Baumes Schicksale und Gedanken und Wünsche dieser Kryptomerie zu lesen zu lesen und vielleicht zu erfahren, wie er nach dem kleinen Lande des ewigen Feuers zu jener Harfe gelangen könne. Der Morgen kam, und Atamono studierte bis zur untergehenden Sonne, ohne zu essen, ohne aufzuschauen, die Gruben, Windungen und Furchen in der Rinde seines Baumkameraden. Aber es war ihm unmöglich, die Zeichen der Rinde zu entziffern. Er verstand nichts von der Sprache dieses Baumes. Die Zeichensprache aller chinesischen Bäume konnte er lesen, an diesem Baum aber blieb sie für ihn unleserlich. Und Atamono weinte, als die Sonne untergegangen war, und er unter dem unbegreiflichen Baum saß, unwissend und einsam. »Wenn ich dich nicht lesen kann, so sprich«, schrie er den Baum ungeduldig an, als die Sonne zum letzten Mal aufleuchtete und den Stamm rot bestrich. »Herrlicher, herrlicher Baum«, schrie Atamono voll Entzücken, weil der Baum von der Wurzel bis zur Krone wie eine feurige Kohle leuchtete. Der Baum schwieg, die Sonne ging unter. Atamono schrie, »Ich schwöre, dass ich nichts mehr essen und nichts mehr trinken werde, bis du mich deine Rindenschrift lesen läßt, oder bist du mir jemanden sendest, der mich deine Schrift lehrt.« Und Atamono lief zum Strand und stopfte sich den Mund mit Kieseln voll, weil er nicht mehr essen, nicht mehr reden, nicht mehr schreien und nicht mehr atmen wollte. Halb erstickt lag er am Strande und haßte den neuen Baum und haßte China und haßte seine Sehnsucht nach der Unsterblichkeit. »Ich will die Harfe vergessen«, dachte er und lag in den letzten Atemzügen. Dann wurde ihm wohler. Wie beruhigend ist es doch, wenn man einen wilden Wunsch aufgibt. Man steigt herab, wie von einem wilden Pferd, und hat wieder festen Boden unter den Füßen. Nach dieser beruhigenden Betrachtung richtete er sich gedankenlos auf, nahm die Steine gedankenlos aus dem Mund und schöpfte frischen Atem. Dann sprang er auf seine beiden Beine, streckte die Arme aus und lachte wieder zum ersten Male seit vielen Jahren. Und seine Stirn, die immer gegrübelt hatte, wurde blank und jung wie die aufgehende Mondscheibe. »Ach, Mond, lebst du noch? Ich habe dich lange nicht gesehen. Und Atamono bewunderte die kleinste Muschel im Mondschein, die Grübchen im Sand und die Wölklein, die mit dem Mond zogen, denn er hatte seit Jahren nur Bäume und Baumrinde gesehen und alles andere vergessen. Und nun ließ er auch sein Gehör wieder zu sich kommen. Er, der nur mit den Augen an den Baumrinden gelebt hatte, horchte, wie das Dünengras raschelte, wie die Dünenmäuse miteinander wisperten, wie die Füchse hinter den Baumwurzeln bellten, wie die Eulen sich zuriefen und wie die Fische im Mondschein plätscherten. Und nachdem er sein Gehör befriedigt hatte, sagte seine Zunge und sein Gaumen zu ihm, seine Zähne und sein Magen und sein gekühltes Blut, weißt du, es gibt ganz andere Dinge zu essen als Baumsaft und Baumrinde, wovon du dich jahrelang genährt hast. Hörst du nicht? In der Ferne gackern Tuthühner im Schlaf und die Schweine grunzen im Schlaf, weil ihnen der Mond auf die Rüssel scheint und Bauernhöfe sind in der Nähe, wo du Eier, Schweine, Speck, gebackene Fische und Reis essen kannst. Und sehnst du dich nicht nach Wärme am ganzen Leib? Hast du nicht dort, wo den anderen Menschen ein verliebtes Herz sitzt, einen bitterkalten Fleck in der Brust? Atamono seufzte tief auf, weil alles ihm wahr schien, was seine Sinne zu ihm sagten. Er stand auf und erinnerte sich, dass die Menschen Kleider trugen. Er flocht sich noch in der Nacht ein langes Hemd aus gedörrtem Tang und war eitel genug und flocht sich Ketten aus Muscheln daran und Ketten aus Muscheln ins Haar, weil er den Dirnen, denen er begegnen sollte, zu gefallen wünschte. Atamono ging dann, als es kaum Tag war, unter den letzten Sternen fort vom Meer und wieder mit dem Gesicht in das chinesische Land hinein. Bei dem ersten Bauernhaus standen drei Weiber an einem Brunnen, die sagten freundlich Guten Morgen Atamono und Atamono dankte und war verwundert, daß man seinen Namen kannte und er bat um etwas süßes Wasser. Während er noch wartete, bis der Eimer aus dem Brunnen stiege, ging eines der drei Weiber grüßend fort. Der erste Becher süßen Wassers, den er seit Jahren trank, schien ihm so nahrhaft und so wohltuend, daß er glaubte, es würde ihm nie mehr dürsten, und er sagte zu den Frauen, ich werde euch später danken, wenn ich einmal reich werde. Die Frauen verneigten sich vor Atamono wie vor einem adeligen Herrn und sagten, du bist der Reichste im Lande, und ihr Gruß und ihre Ehrerbietung machten, daß er sein Herz sich wieder erwärmen fühlte, als schiene ihm die Sonne in den offenen Mund. Atamono ging, gesättigt durch den Wassertrunk von dem Bauernhof fort, tief in das Land, bewunderte die Reisfelder und die Maulbeerbäume und kam zu einer Ortschaft, die bestand nur aus zehn Häusern, aber nahezu dreißig Frauen standen am Eingang des Ortes, und alle dreißig verneigten sich vor Atamono. Er erkannte unter den Frauen jene, welche die dritte gewesen war an dem Brunnen, an dem er vorher getrunken hatte, und die fortgegangen war und hier seine Ankunft angesagt hatte. Er staunte darüber, daß das geschehen war und wußte nicht, warum die Leute so viel Wesens aus ihm, dem Unbekannten machten. Eine Frau wurde rot und trat vor und sagte, unsere Männer sind bei der Feldarbeit und wissen nicht, daß du kommst, nur wir haben es eben erst durch eine Frau erfahren, daß du nach China zurückkehrst. Er konnte vor Staunen nicht antworten und kaum danken, so tief verfiel er in Betrachtungen und er riet nicht, warum alle die Frauen Zeit und Lust hätten, sich um ihn zu kümmern. Atamono hatte noch nicht den Ort mit den Zehn Häusern verlassen, da kamen ihm auf der Landstraße über den nächsten Hügel und über den zweiten Hügel und über den dritten und vierten Hügel schon neue Frauen und Mädchen entgegen. Immer empfing er dieselben Grüße und immer wieder musste er hören, daß die Männer bei der Arbeit seien. Atamono ging über den fünften Hügel. Dort standen schon Reihen von Frauen zu beiden Seiten des Weges. Die hatten sich gelagert und standen auf und verneigten sich. Ihre Reihen waren dicht getränkt. Aber kurz vor Sonnenuntergang am sechsten Hügel, dahinter die Hauptstadt der Provinz lag, standen die Frauen nicht nur am Wege, sondern saßen auch in den Zweigen der Bäume und ihre Gesichter waren glänzend wie Lampen am Abend. Die oben in den Bäumen klatschten Beifall und die die unten standen verneigten sich und murmelten Beifall. Hundert Schritte vor dem Tor und den vier Türmen der Provinz Hauptstadt, wo das Frauengedränge am Wege am dichtesten war, hörte Atamono plötzlich einen allgemeinen Schrei des Entsetzens. Ein surrender Laut traf sein Ohr und ein langer schwirrender Pfeil sauste vor ihm in den Boden und stand senkrecht und zitternd fest vor seinem Fuß. Er staunte, aber er ließ sich nicht in seinem Weg stören und trat drei Schritte weiter. Da stürzten schnell drei Speere vor ihm nieder. Der eine zerschellte an einem Baum, der zweite durchbohrte ein Weib am Wegrand, der dritte fuhr durch Atamonos Haar und riß die Muschelkette aus seinem Haar mit sich. Gleich darauf sah Atamono daß die Frauen auf den vier Türmen des Stadttores in Aufruhr gerieten und von jedem Turm einen Mann herunter stürzen. Was bedeutet das? fragte Atamono die zwei Frauen, die ihm zunächst standen. Oh Herr, ein paar eifersüchtige Männer wollen euch töten, sagte die eine der beiden Frauen eifrig, die andere lachte. Warum sehe ich nur Frauen und keinen Mann der mich begrüßt? fragte er weiter. Oh Herr, der Regent hat befohlen, am Tage, wo ihr vom Meer wieder nach China zurückkehren würdet, dürfe kein Mann sein Haus verlassen und kein Mann die Straße betreten, da die Eifersucht der Männer grenzenlos ist und weil dich alle Männer hier hassen. Atamono sagte verwundert, ich habe seit Jahren keine Männer gesprochen, warum hassen sie mich und warum sind sie eifersüchtig auf mich? Herr, ihr wißt nicht, daß der Regent tief betrübt war, weil ihr, der ihr der Erste seid, der die Sprache der Bäume verstand, weil ihr China den Rücken kehren wolltet. Atamono staunte, ich habe es niemand erzählt, woher weiß der Regent, daß ich die Schrift der Baumrinden lesen kann. Herr, man sah euch ja täglich in eurem Heimatort an allen Wegen, in allen Wäldern, wo ihr laut die Sprache der Bäume entziffert habt. Die Menschen standen in Scharen um euch und lernten von euch das Lesen der Rinde, und jetzt lesen alle unsere Männer und verstehen die Sprache der Bäume wie ihr. Sind sie deswegen eifersüchtig, eure Männer, weil ich der Erste war, der die Sprache der Bäume verstand? Oh nein, Herr, sie sind eifersüchtig, weil der Regent am Tag, da ihr China den Rücken wendetet und ans Meer ging, geschworen hat, daß ihr an dem Tag, an dem ihr heimkehren würdet und unter sein Volk zurückkehren, daß ihr dann die Wahl haben würdet unter allen Frauen, ob verheiratet oder unverheiratet, ob hoch oder niedrig, ja, die Regentin selbst dürft ihr als Frau euch wählen. Aber ihr müsst euch entscheiden, ehe die Sonne dieses Tages morgen töten. Der Regent will, daß ihr tot oder lebendig jetzt im Lande bleibt, und daß ihr nicht den Ruhm des Landes gefährdet, daß ihr nicht auswandert oder eine Frau aus einem anderen Volke wählt als aus dem Unsern. Die Männer, die vorhin von den Türmen gestürzt wurden, waren die Männer von den vier schönen Töchtern des Regenten. Diese vier Männer wollten euch töten, ehe ihr die Stadt betreten hättet, weil sie bei eurer Brautschau für ihre Frauen fürchteten. Atamono sagte, alle hunderttausend Frauen des Landes sind mir willkommen. So wenig wie ich jetzt mir den Willen zur Unsterblichkeit habe, so wenig Willen habe ich zur Liebeswahl. Ich werde also morgen sterben. Warum bin ich nicht schon vorhin gestorben, als der Pfeil zielte und die Speere eine Frau töteten, statt mich zu töten. Komm, sagte das Weib, das ihm geantwortet hatte, lege deinen Arm um mich und verkündige mich als deine Frau. Dann wirst du nicht sterben müssen, und ich will dir helfen, dir die Unsterblichkeit zu sichern, die du am Meer vergeblich erwartet hast. Atamono fragte rasch, kennst du die Rindensprache der roten Kryptomerienbäume? Natürlich, sagte die Frau ebenso rasch, ich habe zwar nie einen solchen Baum gesehen, ich kenne aber seine Rindensprache wie die Linien meiner Hand. Atamono fragte noch rascher, weißt du, wo die Harfe liegt, die ich suche? Natürlich, antwortete ebenso rasch die Frau, alle Bäume erzählen es, dass die Harfe im kleinen ewigen Feuerland liegt. Weib, weißt du den Weg dorthin? Natürlich, ich werde ihn dir schon zeigen, wenn du mich zu deiner Frau gemacht hast, werde ich ihn in Erfahrung bringen. Alles wird mir gelingen, wenn du mich liebst. Wirst du mir treu bleiben, wenn ich dich heirate, und willst du die Unsterblichkeit mit mir teilen? Treu bleiben? fragte das Weib und schmollte. Das ist das Natürlichste von der Welt, das verspreche ich dir gar nicht, aber die Unsterblichkeit werde ich natürlich mit dir teilen. Atamono betrat die Stadt nicht. Siebenundneunzig Schritte vor der Stadt, heißt es in den chinesischen und japanischen Chroniken, legte er seinen Arm um ein Weib, aber nicht um das Weib, das er ausgefragt hatte, welches immer so geläufig natürlich geantwortet hatte, sondern um eines, das daneben stand und zu allem gelacht hatte, melodisch und freundlich wie eine singende Glocke. Diese Frau hatte Atamono nichts versprochen, und die Länder ehren noch heute ihr Andenken und ihr singendes Lachen. Als der große chinesische Weise und Wissende und sein lieblich lachendes Weib nach glücklichster Ehe hochbetagt starben, begrub man beide am Meeresstrand unter dem rätselhaften Baum, dessen Rinde Atamono niemals entziffert hat. Hundert Jahre nachher, als die Chinesen Japan entdeckten und den harfenförmigen Biwasee, als die große Harfe im Lande des ewigen Feuers liegen fanden, brachte man dort ein Reis jenes unerklärlichen Baumes, zu einer Zeit, wo die Japaner noch in Blätterkleidern und mit ungekämmten Haaren das kleine Feuereiland bewohnten, und die Chinesen dort die ersten Apostel höherer Bildung und Gesittung wurden. Und wieder einige Jahrhunderte später, als die ersten chinesischen Buddhisten Mönche die Religion des Pflanzen, des Tierreiches und des Menschenreiches den Japanern gaben und sie die Verbrüderung aller Weltallwesen lehrten und Mönche den Miidera-Tempel mit seinen Terrassen am Biwasee Bauten, da erinnerte man sich wieder des rätselhaften Baumes, der nun durch die Jahrhunderte stark und mächtig geworden war. Und jeder, der zu dem Baum am Biwasee kam, sprach von Atamonos Geschichte, bis eines Tages ein japanischer Mönch geboren wurde. Dieser war der Erste, der die Rinde des alten rätselhaften Baumes am Biwasee entziffern lernte, die bis unleserlich geblieben war. Und er las zu seinem Erstaunen in der Baumrinde den Satz »O Wisse, Mensch, und höre mich, der ich alt werde wie die Erdrinde, mir und allen, welche so alt werden auf der Erde, steht die Liebe höher als die Unsterblichkeit.« Und diesen Spruch las der japanische Mönch Milliarden und Milliarden Mal in die stieg das Lachen jenes Weibes wie aus einem Grab, als Mönche eine Glocke gegossen hatten, die noch heute abends im Miedera-Tempel geläutet wird, und deren Stimme, wie die sanft gewordene Stimme von Jahrtausenden klingt, und die den singenden Ton eines glücklichen Weibes hat. Der alte Baum ist heute nur noch ein Stummel, von Stelzen und Krücken gestützt. Zu dem Platze, wo er am See steht, führt ein hölzernes Tempeltor. Seine Zweige sind mit Tausenden von weißen Gebetszetteln behangen. Tausende von Pilgern aus Japan und China besuchen ihn, den Unsterblichen, der verkündet, die Liebe ist größer als die Unsterblichkeit und nennen ihn den Glücklichen, weil er Abend um Abend die kostbare Frauenstimme der Abendglocke des Miedera-Tempels belauschen darf, die jenem weiblichen Lachen gleicht, bei welchem einst Atamono den Wunsch nach Unsterblichkeit vergaß. Ende von Teil Fünf Gelesen von Hukuspokus Teil Sechs von Die Acht Gesichter am Biwasee von Max Dautendai Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sonniger Himmel und Brise von Amatsu Im brütenden Hochsommer ist der Biwasee wie eine gute, erquickende, milchreiche Amme, die Tausende von Japanern an ihrer Brust einwiegt. Die leichten Buchten des ovalen Sees und seine geschwungene Harfenlinie sind von farbig gekleideten Menschenkindern umvölkert, gleichwie von roten, grünen, blauen und weißen Käfern. Gruppen von Badenden spielen im Schilf, unschuldig nackt wie Neugeborene. Die Stimme der Wellen, die sonst Tag und Nacht raschelt und die zischelnden Schilfstimmen sind alle überstimmt von dem Gekicher und Gerufe der Menschen in Ruderbooten und Segelbooten und von spielenden Menschengruppen am Kiesstrand. Bis in den Abend schallen die Rufe und bis in den Mondschein der Sommernächte antworten sich die Menschenstimmen über dem Wasser. Mädchen, Frauen, Männer und Kinderstimmen. Die große Harfe des Biwasees hat unter dem sonnigen Himmel ihre Wasserstimme eingetauscht gegen die Skala der Menschenstimme. Nur im schläfrigen Hochsommermittag, wenn das Seewasser faltenlos mit dem sonnigen Himmel eins geworden ist und kaum noch eine dünne Haarlinie der Seehöhe von der Himmelshöhe getrennt, dann ist da eine Sekunde, die jedem ewig im Gedächtnis bleibt, der einmal den Seesommer am Uferrand dort eingeatmet hat. Eine Sekunde, die in die Einheit des Sonnenglatten Sees eine Teilung bringt, als ob in einem lautlosen Zimmer, in dem zwei glückliche umarmt Gesicht an Gesicht liegen, ein einziger Glücksseufzer die Stille unterbreche und an ein fernes, künftiges glückliches Leben sich anschlösse. Das ist die Brise von Amazu, die wie ein großer Glücksseufzer über den Hochsommersee durch die Sommerstille kommt. Die Brise von Amazu bringt eine Seespiegelung mit sich. Aus rosigen und bläulichen Palmutterfarben steigt eine Gespensterlandschaft über der Seefläche auf. Mitten im hellen Mittagslicht verwandelt sich der See gleichsam in eine grüne Wiese, überhangen von den Gliedern rosiger Kirschbäume, die sich im Hitzegezitter zu bewegen scheinen, und ferne Schilfspitzen verwandeln sich in die Silhouetten von Tänzerinnen, welche die zerbrechlichen Linien von japanischen Mädchen zeigen. Die Erscheinungen der blühenden Kirschbäume gleichen irisierenden Reflexen von aufsteigenden Wolkenrändern. Der Kirschengarten, in den sich der See verwandelt, ähnelt einer japanischen Palmutterlandschaft auf bläulichem Silberlack. Dieses Seegesicht, das nur bei sonnigem Himmel und nur bei der Brise von Amatsu und nur im Hochsommer erscheint, übt eine Zauberkraft auf Menschen aus, sagen die Japaner, so dass man über den Bootrand wie von der Schwelle Schwelle eines Hauses hinaustreten und zu Fuß über die Perlmutterfläche gehen kann, ohne zu versinken, getragen von der Begeisterung, vom sonnigen Himmel und von der Brise von Amatsu. In diesen höchsten Sekunden der See-Ekstase sollen Menschen von Boot zu Boot gegangen sein, Viertelstunden weit über das Wasser, ohne unter zu sinken, ohne den Fuß mit einem Wassertropfen zu benetzen. Aber wehe denen, die nicht Schritt halten mit der Begeisterung des Sees, nicht Schritt halten mit den Glücksaugenblicken und der Glücksstärke des sonnigen Himmels und der Brise von Amatsu. Nur solange die Brise wehrt, wehrt der Enthusiasmus des sonnigen Himmels, der den Menschen stehenden Fußes über das Wasser trägt, legt sich die Brise, so läßt der sonnige Himmel die Wasserwanderer los, und sie werden vom See tiefer verschlungen als sonst Ertrinkende. Vermessene, die sich stärker glauben als das Glücksgefühl des sonnigen Himmels und der Brise von Amatsu und die auch nur eine halbe Sekunde das Glücksgefühl nicht aufgeben wollen, nachdem die Brise sich schon gelegt hat, schießen senkrecht zum Seeboden von der Gegenkraft des einsetzenden Unglücks gepackt und versteinern. Man sagt, vom Unglück wie zu Eisen verhärtet und schwarz wie Meteorsteine stünden ihre Körper wie Statuen unten auf dem Seegrund. Aber die größte Strafe dieser Vermessenen ist, daß solche Jählings Versunkenen nie mehr geboren werden können, daß ihre Seelenwanderung abschloß, ehe ihre Seele sich zum Nirwana hob, und daß sie die dumpfesten Weltüberreste sein werden, wenn das ganze Menschengeschlecht zum Nirwana eingegangen ist. Die Brise von Amatsu hat ihn verlassen, oder der Brise von Amatsu trotzen wollen, sagen die Japaner sprichwörtlich von Menschen, die das Glück, das sie verlässt, mit den unmöglichsten Mitteln festhalten wollen. Und sie schenken einem solchen Menschen, um ihn zu warnen, ein kleines schwarzes Bronze Amulett, das nichts ist als eine schwarze eiserne Träne. Dieser Eisentropfen sieht aus wie der Haarschopf eines Menschen, der senkrecht ins Wasser schießt. Hört ein Freund auf diese Warnung nicht, so sendet man ihm einen Fächer, darauf ein Mensch gezeichnet ist, der über Wellen wandert. Und ist ihm diese Warnung noch nicht genug, so singt man ihm folgendes Lied abends unter den Fenstern. Gab dir heute der sonnige Tag, als der See im Mittagsschlaf lag, Freude und einen glücklichen Sinn und Götterkraft deinem Fuß im Schuh, dann sieh jetzt vorsichtig vor dich hin, Glück währt nie lange, wir sind um dich bang, Glück und Tod bringt die Brise von Namazu. Omiya und Amagata waren zwei Turnlehrer in Ozu und zogen mit ihren beiden Knabenschulen an einem Sommertag in Kähnen auf den Biwasee hinaus, den ganzen Tag an den Ufern entlang. Die Schulknaben konnten nicht schwimmen, aber nur wenigen fiel es ein, sich vor der schwindelnden Tiefe des Biwasees zu grauen, sie erfüllten die Luft mit Gelächter. Die Schulklasse eines jeden Lehrers war nicht groß und saß je in einem Kahn. Nun wird in Ozu erzählt, die heiße Mittagsstunde kam und die Kähne befanden sich auf der Höhe des Sees, wo man fast keine Ufer sieht, nur den bläulichen Hitzedunst in der Ferne. Die beiden Kähne schienen zwischen Himmel und Erde wie zwei abgeschossene Pfeile durch die Luft zu gleiten. Blau verschmolzen lag der glatte Himmel und das glatte Wasser beieinander. Da verwandelte sich vor den Augen der Kinder der See in jene unwirklichen Wiesen, wie sie sonst auf Bildern glatt gemalt und grünspan farbig zu sehen sind. Kirschbäume stiegen auf, als käme der rosigste Frühling noch einmal in den Hochsommer herein, und kleine Mädchen in taubenblauen Gewändern klatschten rhythmisch in die Hände und umwandelten die dunklen Silhouetten der Kirschbaumstämme. Bald gaben sie sich die Hände, bald breiteten sie die Arme. Einige knieten, andere glitten im Kreis um die Knienden. Die Lehrer und die Knaben konnten glauben, sie seien mit den Kähnen unter Kirschbäumen gelandet, in einer Seegegend, wo die Kirsche erst im Hochsommer blüht, und wo die Mädchen den Frühlingsgottheiten eine Tanzzeremonie ausdenken, um der lächelnden Kirschblüte zu huldigen. Kein Knabe war zu halten, alle verließen die Boote, liefen auf die Wiesen, kauerten im Kreis unter den Kirschbäumen und begleiteten mit rhythmischem Händeklatschen die Mädchenfüße. Aber Kinder, die nichts vom Glückswechsel und von Beherrschung der Glückssekunden verstehen, können auch nicht auf den Augenblick der Windstille nach der Brise von Amar zu achten. Die lebhafte Brise, die mit den Kleidern der Kinder spielte, mit den äußersten Spitzen der Kirschbäume, mit den glitzernden Grashalmen der grünspanfarbigen Wiesen, legte sich plötzlich und tiefe Lautlosigkeit trat ein. Vergeblich schrieen die beiden Lehrer aus jedem Boot den übers Wasser wandernden Kindern zu. Kinder sind taub, wenn sie spielen. Kein Knabe kehrte zurück, als die Brise von Amar zu sich legte. Wie wenn ein Spiegel einbricht und die Glassplitter trübes Glasmehl werden und kein Gesicht mehr hergeben, das hineingeschaut hat, so blieben alle Schulkinder im See verschwunden. Die beiden Schullehrer kamen drei Tage später, nachdem sie den ganzen See abgesucht hatten, ohne Kinder zurück nach Ozu, wo der Jammer um die verschwundenen Schulklassen so groß war, dass viele Väter noch in derselben Nacht Selbstmord begingen und viele Mütter hinaus zum See stürzten und sich ertränkten. Auch der eine Lehrer, sein Name war Amagata, wurde am nächsten Morgen tot in seiner Wohnung gefunden. Erwürgt von Nachtgeistern, sagten die Leute. Der andere aber musste seine Schulstellung aufgeben und wurde Polizist. Eines Tages beurlaubte sich dieser Mann, welcher Omiya hieß, und sagte, er wolle sich ein Mädchen zur Frau aus Amazu holen. Und als man ihn fragte, warum gerade aus Amazu, von wo doch das Unglück über ihn und Amagata gekommen sei, da schüttelte er nur den Kopf und sagte finster, auf Glück folgt Unglück und auf Unglück Glück. Darum muß das Mädchen, das ich liebe, aus Amazu sein und mir Glück bringen, weil ich dort mein größtes Unglück hatte. Wenige Tage später brachte Omiya auch wirklich auf seinem Kahn eine Frau aus Amazu nach Ozu, schloß sein Weib in sein Haus ein und zeigte es niemand. Die Frau gebar einen Knaben, der sah, als er größer wurde, dem ermordeten Lehrer Amagata auffällig ähnlich. Nach der Geburt des Knaben trat eine Veränderung mit Omiya ein. Er vernachlässigte seine Frau, er vernachlässigte sein Haus, er vertrank sein Geld, er vermied es, sein Kind zu sehen, und trug immer in seinem Mund eine kleine, kalte Pfeife, die er nie anzündete, die er aber alle Augenblicke ausklopfte, als habe er sie ausgeraucht. Dieses Klopfen der Pfeife des Polizisten Omiya war in ganz Ozu als Signal bekannt. Die Kinder flüchteten in die Häuser und versteckten sich hinter die langen Ärmel der Mütter, wenn am Ende der Straße das Klopfen der Tabakpfeife des Polizisten Omiya ertönte. Nachts schrien Knaben und Mädchen im Schlafe auf, wenn unter den Fenstern der Polizist vorüberging und seine Pfeife an der Hausecke pochte. Ältere Leute, die nachts noch bei der Kerze lasen, löschten das Licht aus, wenn sie das Klopfen der Pfeife hörten. Junge Männer, die eben aus dem Teehaus heimgehen wollten, gingen bei dem unheimlichen Klopfen wieder in das Teehaus und bestellten sich eine neue Tänzerin und Reiswein, um nicht an das verrufene Klopfen denken zu müssen, denn niemand in ganz Ozu wollte mit dem verrufenen Klopfen im Ohr aber mit dem feinen Takt der Japaner erzählte keiner dem anderen in ganz Ozu, welche Plage ihm dieses Pfeifengeräusch des Polizisten verursachte. Jeder vermied von etwas so unangenehmem wie die Vergangenheit oder das Schicksal von Omiya gewesen, von neuem zu sprechen, bis eines Tages ganz Ozu von Omiya erlöst wurde. Es war in den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, als der damalige Kronprinz von Russland Japan bereiste und, gefolgt von verschiedenen japanischen Würdenträgern und begleitet von abendländischen russischen Offizieren, kam und den Biwasee von den Terrassen des Midera-Tempels bewunderte. Es war am frühesten Morgen nach sechs Uhr, zu der Stunde, da die Japaner ihre vornehmsten Visiten machen. Der See lag wie ein großes silbernes Ei in der Sonne, ein großes Silberei, das sich funkelnd um seine Längsachse drehte. Über die Häuser Ozus rieselte der Silberglanz und blendete die Augen der Menschenmenge, die in der Seestraße Kopf an Kopf standen und den ausländischen Prinzen sehen wollten, wie er in der Rikscha vom Midera-Tempel zurückkam. Den zukünftigen Kaiser jenes Landes, das so nahe an Japan grenzte und dessen Bewohner meistens hohe juchtende Stiefel tragen, so daß man hätte glauben können, alle die schwer bestiefelten Russen würden eines Tages dem kleinen Japan einen Fußtritt geben, daß es zerstampft sein würde, wie eine Fliege auf der Diele. Auch die Bewohner von Ozu, die in den Morgenstraßen aufgereiht standen, lächelten, sauer, süß, als dem russischen Kronprinzen voraus, in einigen Rikschas, ein paar riesige, schwer bestiefelte russische Generäle fuhren, die während des Fahrens nichts von der Morgenschönheit des Biversees zu bemerken schienen, sondern mit noch übernächtigten Köpfen wie feiste Dämonen in den kleinen Wagen saßen und halb eingeschlafen waren. An einer Straßenecke war der Polizist Omiya in dunkler europäischer Uniform postiert. Zum ersten Mal hatte er seine Pfeife nicht in der Hand. Ein kleiner, kurzer Säbel hing an seinem Gürtel. Seine Mütze war tief in die Stirn gezogen, sodass ihn der glänzende Biversee nicht blendete. Nun kam der Kronprinz um die Ecke gefahren, und Omiya sollte die Hand an den Mützenschild führen und den russischen Zarensohn grüßen. Aber die Leute auf der Straße sahen plötzlich den russischen Prinzen im heftigsten Handgemenge mit Omiya. Omiyas kurzer Säbel blitzte und zerbrach dann wie ein Stück Glas und flog im Bogen in zwei Stücken über die Köpfe der Zuschauer in eine Seitenstraße. Russische Uniformen und abendländische Fäuste sah man im Gewühl einen Augenblick danach um Omiya toben. Dann verbreitete sich die Nachricht von Mund zu Mund, von Haus zu Haus, von Ufer zu Ufer rund um den Biversee, über ganz Japan, über Russland und über Europa, die Schreckensnachricht, dass der Kronprinz Nikolaus von einem japanischen Offizier in Ozu am Biversee angefallen und durch einen leichten Dollstich am Arm verwundet worden sei. Man erklärte diesen seltsamen Fall damit, dass der japanische Polizist in plötzlichem Irrsinn und unter dem Einfluß der Tobsucht gehandelt habe. Der Irrsinnige sei dann nach der Tat aus seinem Haftlokal ausgebrochen und habe sich in einem Kahn auf den Biversee geflüchtet und da alle Nachforschungen vergeblich blieben und da es ein heißer glühender Tag war, sagten die Leute, die Brise von Amatsu habe den Attentäter in den See gelockt. Omias querner Sohn wurde an diesem Tage gerade fünfzehn Jahre alt. Das ist das Alter, in dem die japanischen Kinder ihren Kinderrufnamen ablegen und einen Namen für ihre Mannesjahre erhalten. Aber Omias Frau verschob wegen des schrecklichen Ereignisses an diesem Tag das Namensfest ihres Knaben, bis sie Kunde haben würde von dem Verbleib ihres irrsinnig gewordenen Mannes. Einige Tage später, eines Mittags, als die Frau den Reis am Herd rührte, flog ein Kieselstein von der Straße her in den Kreistopf. Die Frau streckte den Kopf über die Altane des Hauses und sah einen in Lappen und Lumpen gewickelten Mann, der ein großes auf dem Kopfe trug. Die Schilfhalme hingen so dicht vor seinem Gesicht und um seinen Kopf bis auf die Schultern, daß Omias Frau nur ein riesiges Schilfbündel auf zwei Beinen wandelnd die Straße hinabgehen sah. Sie schüttelte verwundert den Kopf. Die Seestraße war zur Mittagsstunde leer, und die Frau konnte nicht begreifen, wer den Stein durchs Fenster geschleudert hatte. Plötzlich durchzuckte sie ein Gedanke. Sie fährt noch einmal mit dem Kopf über den Altanenrand und betrachtet nochmals den Gang der Männerbeine, die unter dem gelben Schilfbündel die staubweiße Straße entlang schleichen. Sie nickt und murmelt das war Omiya. Den Stein, den sie schon vorher aus dem Reistopf herausgeholt hatte, wäscht sie jetzt rasch im Wasserbottich rein und betrachtet den Bivarkiesel von allen Seiten. Sie erkennt darauf, als sie den Stein über dem Herdfeuer getrocknet hat, ein geritzte winziges Schriftzeichen und liest »Tue mit deinem Sohn, der nicht mein Sohn ist, sondern Amagatas Kind ist, dasselbe, was ich mit Amagata getan habe, töte ihn. Dann halte dich heute um Mitternacht bereit, du musst mit mir auswandern. Hätte ich den abendländischen Prinzen getötet und nicht bloß verwundet, so hätte ich Japan einen so großen Dienst getan, daß meine Vergangenheit reingewaschen wäre, reiner als dieser Kiesel des Bivasees. Das Attentat ist mir mißlungen und ich bin der Mörder Amagatas geblieben und der Mörder der Schulkinder von Ozu. Ich bin aus Eifersucht um deinen Besitz mit Amagata vor Jahren auf der Seehöhe in Streit geraten. Und Er schlug seinen Kahn und ich meinen Kahn im Kampf um und alle Schulkinder ertranken. Das hast du bis heute nicht gewußt. Du wußtest nur, daß ich dich zu deinem und meinem Verderben lieben muß. Und ich habe dir vorgelogen, daß Amagatas letzter Wunsch war, daß du mich heiraten solltest, wenn er tot wäre. Er hatte mir zwar gesagt, daß er dich in Amazu besucht und verführt habe, aber ich hatte doch nie geglaubt, daß ich den Anblick seines Kindes nicht vertragen könnte. Tötest du das Kind nicht, so werde ich es töten. Gehorche jetzt und rotte Amagata vollständig aus unserem Leben aus, indem du sein Kind beseitigst. Der Kampf zwischen mir und Amagata brach aus, als er mir in den Boten auf dem See erzählte, daß er dich besitze, wann er wolle und dich bald aus Amazu holen und zu seiner Frau machen werde. Nachdem wir uns im Wasser müde gekämpft hatten, er und ich, und ich sah, daß alle Kinder ertrunken waren und mich selbst beinahe die Kräfte verließen, veranlaßte ich niemals fühlte und dabei erklärte, daß ich auf dich verzichten wollte. Amagata, der kräftiger war als ich, nahm mich dann auf seinen Rücken und schwamm mit mir stundenlang viele Seemeilen bis ans Ufer. In Ozu verbreiteten wir das Märchen von der Brise von Amazu, das aber trotzdem kein Märchen ist, denn ich habe wirklich einen Augenblick mitten in der Mittagssitze die Erscheinung der Kirschbäume und der tanzenden Mädchen draußen zwischen Wasser und Himmel gehabt. Du kamst mir über das Wasser entgegen und ich hielt dich glücklich in meinen Armen und verlebte in dieser Vision die unschuldig seligsten Augenblicke meines Lebens bis plötzlich Amater neben mir eingeschlafen und traumredend das Geheimnis deiner Verführung verriet. Ich versuchte ihn damals zu erwürgen so wie ich ihn trotzdem er mich gerettet hatte noch in derselben Nacht den Ozu wegen der Liebe zu dir erwürgt habe. Ich gestehe dir dies alles heute ein weil du mir tausendmal versichertest dass du mich mehr als Amater liebtest. Mein Kampf gegen Amater ist aber erst ausgekämpft wenn sein Sohn nicht mehr am Leben ist. Ich liebe dich darum töte Amaters Sohn wie ich für dich getötet habe. So sprach die Schrift des Gieselsteines zu der Frau. Der Reis verbrannte am Feuer das Zimmer füllte sich mit Qualm aber der Rauch verzog sich bald wieder denn das Herdfeuer ging aus weil die Frau es nicht mehr schürte und den großen flachen Stein in ihrer Hand hin und her drehte und die Schrift die winzig gekritzelte entzifferte es wurde Nachmittag die Frau las immer noch wohl wunderte sie sich manchmal daß ihr Junge der draußen auf dem See lag und angelte nicht heimkame und Essen verlangte aber der Stein in ihrer Hand der die tiefsten Geheimnisse zweier Menschenleben zu ihr redete machte daß sie bald wieder Zeit Ort und Wirklichkeit vergaß plötzlich weckte sie ein Gerede auf der Straße Stimmen sprachen unter dem Fenster den Namen ihres Sohnes und ihren eigenen Namen die Stimmen rannten fort und kamen wieder Füße und Stimmen drängten in ihr Haus die Schiebetüre teilte sich und die Stimmen drängten herein und umsummten sie und die vielen Füße traten zu ihr heran und ebenso das Gemurmel und sie dachte einen Augenblick ist der Reis wieder übergekocht weil es so laut wird da kamen Hände zu ihr die ihre Hände streichelten vor ihr legte man ein nasses in graue Segeltücher gewickeltes Paket hin es roch nach dem Grundwasser vom Biwasee und die Frau mußte an den Wasserkampf zwischen Amagata und Omiya denken und an das Gemurmel und Gesäufze und Gegurgel und Geschluchze der ertrinkenden Schulkinder rings um die beiden kämpfenden Männer und an Omiya der schwächer war und auch am Ertrinken war und Amagata der sie zur Mutter gemacht hatte gleichfalls an einem heißen Tag draußen im Boot auf der Seehöhe und der dann aus ihrem Schoß zu ihren Füßen hin rutschte und nach dem Liebeskampf auf einem Haufen Segeltuch sanft einschlief und den sie dann zudeckte mit ihrem Gewand Der See war ihr Hochzeitsgemach gewesen Der See konnte ihr nichts Böses tun Was der Biwasee tat war wohl getan war das Amagata oder Amagatas Sohn der jetzt starr vor ihr lag in dem nassen Segeltuch Die Frau lüftete mit ihrer kleinen abgearbeiteten Hand ein wenig das Tuch des nassen Paketes Dann sah sie ein Äntchen von dem Kleidersaum eines Knabenrockes den sie selbst genäht hatte sie sah tränenlos hin ohne erstaunen und sagte zu dem Gemurmel und zu den vielen Füßen die rund um sie waren es ist Amagatas Sohn der See hat mir Amagata damals geschenkt warum soll ich heute nicht ihm meinen Sohn schenken und das Gemurmel um sie verging allmählich und die vielen Füße um sie gingen aus dem Zimmer und es wurde still als wäre das Feuer zum zweiten Mal im Herd ausgegangen Mein lieber Sohn sagte die Frau die neben dem ertrunkenen Knaben kniete siehst du hier ist ein Kopfkissen aus dem Biwasee und sie schob dem Toten den großen flachen Kieselstein den sie immer noch in der Hand hielt unter den Kopf ich sollte mich jetzt neben dich legen und für immer mit dir einschlafen Kind der Biwasee war mein Hochzeitsbett er könnte auch mein Sterbebett werden wie er deines geworden ist Kind aber ich habe noch eine Rechnung zu machen dein Vater Amagata würde mich nicht als deine Mutter im Totenreich empfangen wenn ich fortgegangen wäre von der Erde ohne Omiya zu zeigen dass ich immer Amagatas Willen tat auch wenn ich Omiya hundertmal sagte daß ich ihn mehr liebte als Amagata tat ich das damit er Amagatas Kind nicht schlüge und Amagatas Kind nicht verhungern ließe dunkle Wasserflecken liefen von der nassen Segelleinwand über die Strohdiele der Stube und die untergehende Sonne leuchtete rot über den See draußen und rot über die Wasserflecken im Zimmer die Frau nickte und saß weiß in dem abendroten Gemach als könne ihr auch die Sonne kein Blut zum Weiterleben mehr geben die Frau nickte und sprach vergossenes Blut braucht nicht mit vergossenem Blut gerecht zu werden aber ich will Omiyas Seele in alle Winde ausschütten daß sie nie mehr in seinen Körper zurückkehren kann ich will Omiyas Seele ausblasen daß er hohl herum geht und die Welt so leer sieht als wäre der Biversee ausgetrocknet und ein unendlich großes Loch ohne Glanz und ohne Welle soll den Platz von Omiyas Seele einnehmen die Nachtsikaden begannen vor den Fenstern zu singen und die Seelandschaft draußen verflüchtigte sich in Dämmerung das kleine Zimmer mit der Leiche mit der toten Asche auf dem Herde mit den dunklen Wasserflecken auf der Diele und mit dem regungslosen blass leuchtenden Frauengesicht neben der Leiche war etwas so stilles im Weltraum daß im Fensterrahmen die funkelnden Sterne am Nachthimmel dagegen wie gestikulierende laute Menschengesichter waren wie ein Volksgetümmel das Kopf an Kopf mit glänzenden Augen vor den Fenstern ein Schauspiel erwartete nur warten nur warten nickte die Frau den Sternbildern zu die sie für Menschengesicht erhielt dann knackte die Diele der Altane ein Gewand raschelte in der Hand eine kleine Blendlaterne trat der ehemalige Polizist Omiya ein und ließ den Laternenstrahl im Halbkreis durch das Zimmer leuchten »Du hast ihn getötet« »Gut, komm« sagte stoßweise seine Stimme und die Blendlaterne als wäre sie Omiyas drittes Auge schoß abwechselnd einen Strahl an die Decke und einen Strahl auf die eingewickelte Leiche am Boden »Komm, wir haben nichts mehr hier zu suchen, Nenotsu wir müssen am Ende des Sees sein, ehe es Tag wird steh auf und nimm dein Kleid über den Kopf, das dich niemand erkennt« »Setz dich hierher, ich habe zu reden« antwortete Omiya eine Stimme, die er nie gehört hatte und er fragte unwillkürlicher Schrocken zurück »Ist Amagata hier?« »Amagatas Sohn war hier«, antwortete die Stimme, welche Omiya nicht von der Erde und nicht vom Himmel zu sein schien eine Stimme, die war als Sprecher einer der bronzenen Versunkenen, die wie Statuen auf dem Grunde des Biwasees stehen einer von jenen, welche die Brise von Amatsu überrascht hatte und die verschlungen wurden vom Unglück »Wer bist du?« fragte Omiya »Du bist nicht mein Weib, du, die da spricht« »Du hast recht, es ist Amagatas Weib, das zu dir spricht« »Sagtest du nicht immer, dass du mich mehr liebst als Amagata?« sagte Omiya rasch »Du sagtest mir, Amagata hätte sterbend gewünscht, dass ich dich, Omiya, lieben sollte« »Darum heiratete ich dich, seinen Freund« »Aber niemals habe ich dir gesagt und niemals dir gestanden, dass ich nur deshalb auf der Erde blieb, nachdem Amagata tot war, um sein Kind zu gebären« »Damit dieses so glücklich würde, wie ich glücklich war an meinem Hochzeitsnachmittag mit Amagata auf dem See« »Das Glück, das ich in Amagatas Armen auf dem See draußen zum ersten Male genoß, wollte ich verlängern, wollte seinen Sohn gebären und nicht sterben, bis Amagatas Fleisch und Blut die Liebe kennenlernen würde und die glücklichsten Liebessekunden, wie ich sie gekannt habe« Amagata, mein toter Geliebter, sollte in seinem Sohn für mich weiteratmen »Verflucht«, brüllte Omiya, »und seine Kehle gurgelte wilde Laute, wie die Kehle eines, der im dunklen Wasser um sich schlägt und Wasser schluckt und schreien will und um sich schweit und nicht Luft zum Schreien findet« Da verlosch die Blendlaterne. Es geschah scheinbar nichts im Dunkeln, kein Seufzen, kein Schrei mehr. Doch fanden am Morgen die Leute von Ozu die kleine, blasse Frau des Omiya erwürgt neben der Leiche ihres ertrunkenen Sohnes. Omiya aber blieb unauffindbar und ungestraft, was gleich ist mit der größten Strafe der Götter. Ende von Teil 6 Gelesen von Hokus Pokus Teil 7 von »Die Acht Gesichter am Beaversee« von Max Dautendei In der alten Hauptstadt Kyoto, in der ältesten Künstler-, Tempel- und Kaiserstadt Japans, hatten im Mittelalter viele Maler den Auftrag erhalten, die Gemächer eines Bergtempels zu bemalen. In diesem Tempel zog sich die kaiserliche Familie in den Sommertagen zurück und pflegte dort einige Wochen unter der Obhut der reichen Mönche zu wohnen. Die Maler begannen ihr Werk. Einer malte einen Saal, wo Sperlinge in Scharen über die Wände flogen und sich in Reisfeldern und Bambushainen auf Halmen und Rohren schaukelten. Ein anderer Maler malte auf Silberpapiergrund einen Saal, wo große Meereswellen aufrauschten und die vier Wände umschäumten. Wieder ein anderer Maler malte einen Saal voll von Katzenmüttern und jungen Katzen, die in Blumenkörben spielten und die Blumenköpfe großer Päonien zerrupften. Der erste Saal wurde der Sperlingssaal genannt, der zweite der Saal der schäumenden Wellen, der dritte der Saal der spielenden Katzen. Der Kaiser und die Kaiserin, die an der Ausschmückung viel Anteil nahmen, ließen sich jedes Mal, wenn ein Saal beendet war, in sänften und mit großem Pomp zu dem Bergtempel tragen und verbrachten eine Teestunde in dem neuen Saal. Die älteste Prinzessin, die einen kleinen japanischen Seidenpinscher auf ihrem Arm trug, mit dem sie spielte, wünschte sich einen Saal voll Schoßhündchen, die um sie spielen sollten, und die Maler malten ihr diesen Saal. Nun wünsche du, mein Kind, was du gemalt haben willst, sagte der Kaiser zur zweitältesten Prinzessin. Diese wünschte sich etwas Ungewöhnliches, einen Saal, wo der Mondschein käme und ginge und in welchem keine Farben sein sollten. Die Maler brachten auch diesen Saal zustande. Sie teilten einen Saal in zwei Teile. Die eine Hälfte sah nach Osten, die andere nach Westen, und jeder Saalteil hatte einen Altan. Von dem einen Altan sah man den Mond aufgehen, von dem anderen Altan den Mond untergehen. Und weil das Auge der Prinzessin und das Auge des Mondes keine der sieben Regenbogenfarben dulden wollten, hatten die Maler Pflanzen und Bäume in jenem Saal in brauner Sepia gemalt. Nun wurde die dritte Prinzessin von dem Kaiser und der Kaiserin gefragt, was sie sich in ihrem Saal von den Malern gemalt wünschte. »Oh«, sagte sie, »sie wünsche sich nicht viel, nur einen Zug Wildgänse, der durch die Luft flöge, graue und weiße Wildgänse, im Zickzackflug rund um den Saal. Aber jede Gans müsse so hinter der anderen fliegen, dass sie alle zusammen ein japanisches Schriftzeichen in ihrem Flug bildeten. Dieses Zeichen würde von einem bestimmten Baum und einer bestimmten Hügellinie und der Fluglinie der Gänse gebildet. Nur in Katata am Biwasee könnten die Maler den Gänseflug, den Baum und den Hügel zusammen antreffen. Nur einmal, an einem Frühlingsabend, habe die Prinzessin bei einem Ausflug in Katata die Wildgänse so fliegen sehen, dass sich das wunderbare Schriftzeichen zwischen Himmel und Erde aus der Fluglinie der Gänse schar, aus der Silhouette eines Hügels und einer Baumlinie bildete. »Und das nennst du ganz einfach«, sagte der Kaiser. »Es war ganz einfach, als ich es sah«, antwortete die Prinzessin. »Es wird nicht zu malen sein«, sagte die Kaiserin. »Dann wünsche ich keinen gemalten Saal«, sagte die Prinzessin. »Und wie hieß das Schriftzeichen?«, fragte der Maler Euzo, als der Kaiser und die Kaiserin ihm den Wunsch der Prinzessin erklärten. »Das hat die Prinzessin vergessen«, wurde ihm zur Antwort. Die Maler zogen mit Reispapier und Tusche, mit Silberpapier und Goldpapier beladen nach Katata, um den Flug der Wildgänse zu studieren. Aber da es Juli war und keine Wildgänse um diese Zeit vorüberziehen, mussten sie warten bis Oktober. Und Euzo suchte inzwischen die Hügellinie und die Baumlinie. Aber da es Sommer war und die Bäume belaubt und da die Hügel voll hoher Gräser wehten, fand er nirgends die Linie freiliegend. Die Maler und der Maler Euzo studierten inzwischen die Fische, die in Rudeln im Wasser stehen, und Bäume am Ufer, welche wie Schriftzeichen ins Wasser tauchen und sich in der Wasserspiegelung krümmen, und Wachteln, die in den Reisfeldern brüten, und Wachtelmütter, die mit ihren Jungen unter den Reishalmen picken. Sie brachten diese Bilder nach Kyoto in den Bergtempel und dachten, vielleicht gibt sich die Prinzessin zufrieden mit einem Wachtelsaal oder mit einem Saal voller Uferbäume und Fische. Aber die Prinzessin schwieg und gab keinen Beifall, und auch der Kaiser und die Kaiserin schwiegen. Da wurde der große Maler Euzo traurig und kehrte wieder nach Katata zurück. Dort wohnte er in dem Hause eines Töpfers auf einem Hügel, der formte aus dem Ton der Katata-Erde Vasen, einfache weiße Vasen, die er mit grüner und blauer Glasur überzog, so daß sie spiegelten wie das grüne und blaue Uferwasser des Biwasees in den Frühlingstagen. Der Töpfer hatte eine Tochter, die war so jung und lebendig wie ein Aprilwind. Sie saß am Töpferofen, darinnen die Vasen und Tonschalen ihres Vaters gebrannt wurden. Sie hatte die Glut zu schüren und die Holzkohlen aufzufüllen, und davon war sie stets schwarz im Gesicht und schwarz an den Händen, so daß der Maler Euzo sie eigentlich noch niemals gesehen hatte. Oft saß er am Ofen bei ihr, wenn sie die Flammen schürte, und zeichnete nachher die roten Korallenäste des Feuerflackerns. Natürlich wußte ganz Katata, daß die kaiserlichen Maler auf den Herbst warteten, bis die Wildgänse in den Oktoberabenden fortflögen. Und auch Graswürzelein, wie die Tochter des Töpfers hieß, wußte, daß Euzo jetzt traurig war, weil er den Wunsch der Prinzessin noch nicht befriedigen konnte. Eines Abends, als der Mond aufging und der Altan des Töpfers zwischen dem Mondschein und dem roten Schein, der aus dem Ofen fiel, zweifarbig beleuchtet, rot und blau wurde, und Graswürzelein, Mond, blau und feuerrot, zweifarbig beschienen, vor dem Ofen im Hof bei dem Altan saß, seufzte der Maler in seiner Altan-Ecke ärgerlich und trotzig darüber, daß der Prinzessin nicht der Wachtelsaal und nicht der Saal der Fische gefallen hatte und auch der Kaiser und die Kaiserin darüber geschwiegen hatten. Da kam die blau und rot beschienene Tochter des Töpfers und sagte, »Seufze nicht, Euzo, ich will dir sagen, was die kaiserliche Prinzessin denkt und was sie will, und ich will dir auch das Schriftzeichen des Fluges der Wildgänse zeigen.« Und Graswürzelein nahm eine Holzkohle, die neben dem Ofen lag, und zeichnete auf einen weißen, ungebrannten Tonkrug ein paar Linien. »Sieh her, Meister«, sagte sie, »was heißt das auf Japanisch, was ich hier schrieb?« »Das heißt«, sagte Euzo und betrachtete flüchtig den Krug mit dem Schriftzeichen, »Ich liebe dich, wenn ich dir nachsehe, aber du liebst mich nicht, weil du fortziehst.« »Sieh, Euzo«, sagte Graswürzelein, »dies denkt die Prinzessin, denn sie ist wahrscheinlich in einen Mann verliebt, der sie nicht ansieht. Und sie will das Schriftzeichen durch den Gänseflug in ihren Saal gemalt haben und will den Mann dann in den Saal führen und ihn von den Wänden ihren Willen lesen lassen. Denn sieh, das Schriftzeichen besteht aus drei Teilen. Sieh hier die Gabel eines vielfach gewundenen Baumes. Waagreich durch die Gabel hindurch siehst du die Brustlinie eines ansteigenden Hügels und darüber die vielfach zackige Fluglinie einer unendlich langen Reihe von grauen und weißen Wildgänsen. Aber zugleich siehst du, die grauen Gänse verschwinden in der Dämmerung und unterbrechen die Linie, wogegen die Weißen sich als Schriftzeichen vom Abendhimmel abheben.« Euzo fragte erstaunt und mit ganzem Herzen zuhörend, »Und woher weißt du, dass die Prinzessin gerade diesen Schriftzug meint? Ich liebe dich, wenn ich dir nachsehe, aber du liebst mich nicht, weil du fortziehst.« »Das ist ganz einfach«, lachte Graswürzelein. Mein Vater machte einmal eine Vase. Ich hatte aber den Ofen schlecht geheizt, sodass die Glasuren nicht gleichmäßig trockneten und sich seltsamerweise dieses Schriftzeichen bildeten, in dem der weiße Grund der Vase in Zickzacklinien durch die blaugrüne Glasur schimmerte. Flüchtig hingesehen, erschienen die weißen Linien wie ein Flug Wildgänse, die in einer Landschaft über Baum und Hügel hinflogen. Die Vase gefiel einem Mönch, der sie sah und ausnehmend schön fand, da sie zugleich Bild und Schriftzeichen deuten ließ. Die Prinzessin hat wahrscheinlich diese Vase in einem Tempel gesehen, und man hat ihr gesagt, dass das Bild darauf den Flug der Wildgänse in Katata darstellt. »Aber ich denke mir, dass das Schriftzeichen ihr mehr wert ist als der Flug der Wildgänse«, lachte Graswürzelein. Euzo schlug sich mit der Hand vor die Stirn und lachte. »Also dieser Baum und dieser Hügel sind gar nicht in Katata, und nur die Wildgänse fliegen hier vorüber im Frühling und im Herbst?« »O ja«, sagte Graswürzelein nachdenklich, »der Baum lebt wohl hier irgendwo, und der Hügel auch irgendwo, denn nichts ist Zufall auf der Welt. Es war auch kein Zufall, dass sich das Feuer damals schlecht schürte, und dass die Vase schlecht trocknete. Nichts ist Zufall«, sagen die Götter hier bei uns in Katata. Und während Graswürzelein das sagte, öffnete sie die Feuerluke, zerschlug den Krug am Boden, auf den sie das Schriftzeichen gemalt hatte, sammelte die Scherben und warf sie ins Feuer. »Was machst du da?«, fragte Euzo verblüfft. »Ich habe zu viel geredet, und das ärgert mich«, sagte Graswürzelein, »deshalb zerbrach ich den Krug.« Der Maler verstand sie nicht, reichte ihr ein Geldstück hin und sagte, »Nimm dies einstweilen als Dank für deine Aufklärung. Ich gebe dir später mehr, wenn mir der Kaiser den Wildgänsersaal bezahlt hat.« Und Euzo ging und packte seine Zeichnungen ein, um am nächsten Morgen nach Kyoto zu reisen. Aber Graswürzelein warf, als er sich abwandte, das Geldstück in das Feuer des Ofens, gerade so, als wäre es eine Tonscherbe. Und als ihr Euzo lebewohl sagte und ihr nochmals dankte, sagte sie, »Warum soll ich dir lebewohl sagen? Ich weiß ja doch, dass du wiederkommen musst.« »Das wäre nur ein Zufall, wenn ich wiederkäme«, sagte Euzo. »Die Götter von Katata kennen keinen Zufall«, murmelte Graswürzelein und blies in das Feuer. Der Maler ging nach Kyoto und malte den Saal nach dem Gedankengang des Schriftzeichens auf dem silbergrauen Grund, den dämmernden Baum im Abend, die Hügellinie und grau und weiß die große Zackenschleife in der Luft, welche die fliegenden Wildgänse beschrieben. Wie Euzo noch am Malen war, kam einer seiner Kameraden, ein anderer Maler, der auch draußen in Katata gewohnt hatte, und lachte ihn aus, weil er sich immer so geheimnisvoll in den Saal einschloss, den er malte, und die anderen nicht wissen lassen wollte, wie der Schriftzug des Gänsefluges hieße. »Du machst dich lächerlich, dass du dich hier einschließt und nichts von der Welt wissen willst, als nur deine Malerei. Komm heute Abend mit mir in die Theaterstraße von Kyoto. Ich verspreche dir, dass ein Besuch in der Theaterstraße deiner Malerei mehr nützen wird, als du glaubst.« Euzo, der die Aufrichtigkeit seines Freundes kannte, gab diesem nach und ging mit ihm schweigend in der Nacht vom Bergtempel hinab über die Brücke in die Stadt zur Theaterstraße, wo erleuchtete Budenreihen und farbige Lampen waren und große Leinwandmalereien in der Nachtluft wie Fahnen flatterten und Szenen aus den Theaterstücken schilderten. Verblüfft blieb Euzo am Eingang der Straße stehen. Da war ein Papierlaternenverkäufer. Der hatte Lampen aus ölgetränktem Pflanzenpapier, und auf jeder Lampe war das Schriftzeichen des geheimnisvollen Gänsefluges gemalt, das er aus Katata mitgebracht hatte, das Schriftzeichen der Wildgänse, des Hügels und des Baumes, von dem er geglaubt hatte, dass es nur allein ihm, der Tochter des Töpfers und der Prinzessin bekannt sei. Euzo schwieg und verbiß sich sein Erstaunen und dachte an irgendeinen spitzbübischen Verrat. Nun kamen sie weiter, sein Freund und er, zu dem größten Theater in der Mitte der Straße. Da zeigten auch die Theaterbilder außen an der Zeltbude rund um die Zeltwand den Flug der Wildgänse. Zugleich kam ein Straßenverkäufer zu den beiden Malern und bot ihnen ein Spielzeug an, aus Seidenwatte gearbeitete kleine Wildgänse, die an einer Seidenschnur hingen und durch die Luft geschleudert in Schleifenform dahinflatterten. Ein Perlmutterarbeiter zeigte ihm Lackkästchen, darauf der Flug der Wildgänse über Baum und Hügel ging, und alle diese Dinge prägten das Schriftzeichen aus, das wie eine Liebeserklärung jene Worte sagte, »Ich liebe dich, wenn ich dir nachsehe, aber du liebst mich nicht, weil du fortziehst.« Ganz verstört schwieg Euzo immer noch. Seine Stirn verfinsterte sich, und er blieb im Menschengedränge stehen und wollte seinem Freund entlaufen. Dieser hielt ihn am Ärmel fest und rief ihm zu, »Lass dir doch erklären, woher ganz Kyoto den Flug der Wildgänse und das Bild, das du malen willst, kennt.« »Du weißt, ich wohnte in Katata bei einem Fruchthändler, dessen Tochter brachte mir eines Tages in einer Porzellanschale einen kleinen Zwerggarten in mein Zimmer. Darin blühte ein ganz winziger Kirschbaum. Der Baum war nicht höher als mein halber Arm. Hinter dem Baum war ein künstlicher Hügel aus Erde. Diesen kleinen Garten stellte sie am Abend hinter einen weißen Papierschirm, auf welchem mit schwarzer Tusche kleine Wildgänse im Schleifenflug gemalt waren. Sie zündete eine Lampe hinter dem Schirm an, so daß der Schatten des Zwerggartens, des Baumes und des Hügels auf den weißen Schirm fiel und sich darauf abzeichnete, und Garten und Gänse ein einziges Schattenbild zu sein schienen. Aber zugleich konnte man das Ganze auch für ein Schriftzeichen halten. Ich verstand sofort, daß sie mich liebte und daß dieses Bild eine Liebeserklärung sein sollte. Ich kümmerte mich nicht um ihre Erklärung, nachdem ich den gesuchten Wildgänseflug von Katata, der eine Liebeserklärung darstellt, so deutlich gesehen hatte, daß ich ihn malen konnte. Ich wollte am nächsten Tag abreisen, ging aber am Abend noch ins Teehaus, wo ich fünf von unseren Malern traf. Dem einen hatte eine Tänzerin den Wildgänseflug von Katata bereits erklärt, dem anderen ein Fischermädchen, bei dessen Vater er wohnte, dem dritten und vierten und fünften andere Mädchen von Katata, so daß wir alle merkten, das Schriftzeichen des Gänsefluges war ein öffentliches Geheimnis der jungen Mädchen in Katata und wurde immer angewendet als Zeichnung auf einer Vase, als Wandschirmbild und so weiter, wenn ein Mädchen von Katata einem Manne eine Liebeserklärung machen wollte. Wir hatten das bis damals in Kyoto nicht gewusst, aber jetzt kennen das Schriftzeichen des Wildgänseflugs von Katata alle Kinder von Kyoto, weil alle Maler das Geheimnis hier verbreitet haben, alle, die in Katata waren. Auch der kaiserliche Hof weiß es längst, und die junge Prinzessin ist bereits von dem ganzen Hof als lächerlich erklärt. Der Kaiser und die Kaiserin sollen sehr ärgerlich sein, und du selbst wirst deinen Kopf verlieren, wenn du den Saal fertig gemalt hast und dir einbildest, von der Prinzessin geliebt zu sein. Eutso dachte einen Augenblick nach. Dann lachte er und sagte, »Da ich die Prinzessin nicht liebe, wird mir der Hof doch nicht böse sein, weil ich den Wildgänseflug mit Lust an meiner Malerei malen wollte und nicht mit Lust an der Liebeserklärung eines Schriftzeichens.« »Doch, doch, mein Freund, du musst fliehen, du musst dich verstecken, bis der Tempel eingeweiht ist. Man wird den Saal der Prinzessin verschlossen halten und gar nicht zeigen. Aber du musst fortbleiben, bis man die Liebeserklärung der Prinzessin vergessen hat. Ich rate dir, nimm ein Segelboot und halte dich einen Monat lang auf dem Biwasee versteckt. Auf dem weiten Wasser draußen wird dich niemand suchen, und du kannst den Booten ausweichen.« »Ich trenne mich nur schwer von meiner Malerei,« sagte der Maler Eutso. »Aber du hast recht. Ich will fliehen und will mich verstecken, bis der Saal der Prinzessin vergessen ist.« Eutso verließ Kioto noch in derselben Nacht, kaufte sich ein Boot, das er mit Nahrungsmitteln versah, und zog dann hinaus auf den See. Aber die Tage waren unfreundlich. Es war vor Frühling, viele Tage lang lagen die Nebel wie Binden vor Eutso's Augen, und er sah nichts und hörte nichts im Nebel als das Knirschen seines Bootes. Eines Tages ließ er sein Boot treiben und sagte zu sich, »Ich will aussteigen, wo das Boot landet. Wenn ich nicht malen kann, tötet mich die Langeweile. Ich will wenigstens wieder einmal malen dürfen. Und wo jetzt das Boot landet, weiß ich auch, werde ich ein Bild finden, das mir längst in der Seele vorgeschwebt hat.« Das Boot des Malers trieb im Abend an den Strand von Katata. »O unglücklicher Ort«, sagte Eutso, »soll ich also wirklich das Bild vom Flug der Wildgänse noch einmal malen?« »Ich will noch abwarten und sehen, was mit mir geschieht, wenn ich ans Land gehe. Die Götter haben das Boot gelenkt, die Götter werden auch meine Schritte lenken.« Der Maler stieg ans Land und ging über den leeren Strand, auf dem kein Schilf wuchs, sondern nur die gelben Schilfstoppeln vom Vorjahr standen. »Hier sang das Schilf im Vorjahr, als ich fleißig war und Fische malte. Jetzt ist der Strand faul und tot, vom Winter verdammt, so wie man mich zur Faulheit verdammt hat.« Plötzlich bückte sich der Maler und hob eine unscheinbare Seemuschel auf, die blau irisierend und rot irisierend, mit weißer Innenschale und schwarzer Außenschale, wie eine Blume hier zwischen den leeren Kieselsteinen am Strand leuchtete. Euzo wendete die Muschel in der Hand hin und her, schüttelte den Kopf, hielt die Hand an die Stirn und dachte nach und meinte zu sich, »Wo habe ich nur diesen blau irisierenden Schein neben dem rot irisierenden Feuerschein hier in Katata schon einmal gesehen?« »Ich weiß gewiß, dass es in Katata war, wo ich diese beiden Farben unvergeßlich nebeneinander sah.« Wie er noch dachte und seinem Gedächtnis noch nicht auf den Grund kommen konnte, kam ein japanisches Mädchen hügelabwärts zum Seewasser hin. Sie trug auf dem Kopf einen flachen Korb und schüttete den Inhalt des Korbes, der wie Erde aussah, ungefähr zwanzig Schritte von Euzo entfernt in den See. »Was machst du da?« rief der Maler ihr zu. Das Mädchen sah sich nach ihm um, streckte plötzlich die Arme von sich, stieß einen zischenden Schreckenslaut aus, als ob sie einem Geist oder einem Gott ins Gesicht sähe, hüllte ihr Gesicht mit ihren Ärmeln, kniete am Seerand nieder und steckte ihren Kopf ins Wasser. Euzo rief, »Haben denn die Götter dir deinen Verstand genommen, dass du dich ertränken willst, Mädchen?« Euzo sprang hin, und als er näher kam, sah er, dass das Mädchen sich eifrig das Gesicht wusch, und er erkannte an der einen Gesichtshälfte, die noch voll Ruß war, die Tochter des Töpfers, Graswürzelein, die aus dem Brennofen ihres Vaters die Asche in einem Korb an den See getragen hatte. »Was machst du da?« fragte Euzo noch einmal. »Ich hätte dich beinahe nicht erkannt, Graswürzelein, weil du zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß bist.« Graswürzelein prustete das Wasser aus ihrer Nase, wusch sich die andere Gesichtshälfte rein, und während sie sich mit dem Innenfutter ihres Ärmels, Gesicht und Hände trocknete, fuhr sie den Maler ärgerlich an. »Ich wollte gar nicht, dass du mich erkennen solltest. Als ich dich hier so plötzlich am Strand stehen sah, nachdem ich die Ofenasche in den See geworfen hatte und ich dir nicht ausweichen konnte, wollte ich mir den Ruß vom Gesicht waschen, damit ich dir unkenntlich bleibe. Denn du hast mich ja nur ein einziges Mal gewaschen gesehen.« Und wirklich, Euzo konnte das weiß gewaschene Mädchen kaum erkennen. »Du sagst, ich hätte dich einmal gewaschen gesehen? Ich habe dich immer nur schwarz gekannt.« »Doch, doch,« nickte Graswürzelein, »erinnerst du dich nicht, Meister, als ich dir auf einer Tonbase den Flug der Wildgänse von Katata beschrieb? Erinnerst du dich nicht? Es war im Mondschein. Du saßt auf dem Altan und ich am Ofen im Hof.« »Du warst rot und blau beschienen,« sagte Euzo, »wie die Muschel hier, die Mondblau und Feuerrot in meiner Hand irisiert und leuchtet. Das ist das Bild, das ich hier malen will. Ich will dein Gesicht malen, blau vom Mond und rot vom Feuer beleuchtet. Darum bin ich nach Katata gekommen.« Graswürzelein lachte einen Augenblick. Dann aber wurde sie sehr ernst. »Nein«, sagte sie und schüttelte den Kopf, »du darfst nicht mehr in unser Haus kommen. Ich habe das Feuer zu schlecht geschürt, solange du da warst, und ich habe meinem Vater zu viele Tonvasen verbrannt.« »Du hast noch einen Grund, den du nicht sagst,« meinte Euzo. »Die Tonvasen will ich deinem Vater alle bezahlen, während ich dich male. Rede und sage mir deinen Grund, warum ich nicht mehr in dein Haus kommen soll.« Graswürzeleins Wangen erröteten, und sie hielt rasch ihre Hände an die Wangen, um die Wangenröte mit den Händen zu verbergen. Euzo sei erstaunt, wie schön das Mädchen war, und hörte, wie ihre Stimme wisperte und rhythmisch sang, während sie sprach, als ob das Schilf vom Vorjahr wieder um sie sänge. »Willst du nicht eine Bootfahrt mit mir machen, Graswürzelein? Es kommt eine lauwarme Luft über den See, und die Abende sind schon lang und hell. Ich glaube, die Wildgänse müssen bald wiederkommen.« »Ja, bei den Göttern, das ist wahr«, seufzte das kleine Mädchen. »Die Wildgänse möchte ich dir auf dem See zeigen, Meister.« Und ein Lachen blitzte in ihren Augen, so wie die nassen schwarzen Seekiesel blitzten. »Das ist die Luft der Wildgänse heute Abend. Du hast sie nie vom See aus kommen sehen, Meister.« »Nein, ich sah den Wildgänseflug nur vom Land über Hügel und Baum.« »Dann will ich ihn dir vom See aus zeigen,« nickte das Mädchen eifrig, und ihr blasses Gesicht und ihre zitternden Hände redeten schnelle Sätze, die sie nicht aussprach. Sie kletterte vor Euzo ins Boot, ergriff die Ruder und ruderte, ohne ein Wort mehr zu sprechen, lenkte das Boot, ohne den Maler zu fragen, wohin er wolle. Euzo fühlte und verstand natürlich an der Röte und der Blässe des Mädchens, dass sie eine Herzensregung verbarg. Er blieb lautlos sitzen und horchte auf sein eigenes Herz, das ihm bis an den Hals schlug. Denn das Mädchen wurde in seinen Augen immer schöner, und er hätte es gern umarmt. Der Biwasee lag wie Öl so glatt, und auch die Luft war wie Öl. Als legte man zwei Spiegel aufeinander, so lag der Spiegel des abendlichen Vorfrühlingshimmels auf dem Spiegel des Sees. Graswürzelein legte plötzlich die Ruder ins Boot und sagte, »Still, Sie kommen!« Und gleich darauf wiederholte sie, »Still, Sie kommen!« Euzo wunderte sich, warum er denn still sein solle, da er nicht sprach. Er wusste nicht, dass seine Stimme fortwährend in den Ohren des Mädchens summte und ihr Blut unausgesetzt mit ihm redete. Ihm selbst geschah jetzt das Gleiche. Er fuhr auf und sagte, »Still, Sie kommen!« Denn auch er hörte das Mädchen in seinem Blut reden. Sie, die kein Wort sprach. Dann war es, als wenn Ruderkähne hoch in der Luft mit großen Ruderschlägen vorbeiführen und als ob Mühlen sich drehten mit unsichtbaren Rädern und laute, die nicht Musik, nicht Menschenstimmen und nicht Tierstimmen glichen, die aber feierliche Akkorde in die Stille über den See schufen, klangen irgendwo im unermesslichen Abendraum, kreiselten, waren da, wurden im Abendgrau zu weißen, fliegenden Erscheinungen, bildeten dann eine Kette über den Köpfen des Mädchens und des Mannes, zogen ein Spiegelbild im Wasser nach, wie eine Reihe weißer winkender Tücher. Die weiße Geisterkette beschrieb eine weiße Schleife am Himmel und eine weiße Schleife im Wasserspiegel und verrauschte wie ein musikalischer Windton und hinterließ Atemzüge von Befremdung, von Sehnsucht, als wäre die Luft mit unerfüllten Wünschen noch lange nach dem Vorbeizug der Wildgänse von Katata angefüllt. Es war jetzt so dunkel auf dem See, als wäre die Dunkelheit wie ein zweites Wasser aus der Tiefe gestiegen und stünde über den Köpfen der beiden Menschen im Kahn. Es war nur noch ein Rest von der Tageshelle, klein wie ein durchsichtiges Ei im Westen über dem Strand. Euzo konnte nicht Graswürzeleins Gesicht sehen. Er tastete nach der Bank im Schiff, suchte ihre Hände, die er streicheln wollte. Aber sie hatte ihre beiden Hände in die weiten Ärmel ihres Kleides gewickelt, als hätte man ihr die Hände abgeschlagen. »Gib mir deine Hände, ich will sie dir wärmen, wenn du frierst. Oder fürchtest du dich vor bösen Sehgeistern, die dich an der Hand nehmen könnten? Hab keine Furcht, Graswürzelein, du bist zu schön, alle Götter müssen dich beschützen, auch die bösen Götter werden gute Götter, wenn du sie ansiehst.« »Was willst du von mir?« sagte das Mädchen. »Habe ich dir nicht den Flug der Wildgänse über dem See gezeigt? Hast du nicht ihr Schriftzeichen lesen können, ihre Schrift aus Himmel- und Wasserlinie?« »Die Liebeserklärung?« fragte Euzo. »Die Liebesabsage!« flüsterte erregt und hastig die Tochter des Töpfers. Und nun verstand Euzo. Der Schriftzug hatte sich durch die Spiegelung, die im Seewasser dazukam, in ein anderes Schriftzeichen verwandelt, und wenn die Mädchen von Katata dieses seinem Liebhaber zeigten, so war er abgewiesen. »Die Fluglinie der Wildgänse im Wasser und am Himmel, vom See aus gesehen, bedeutet in Sprachzüge übersetzt, »Ich liebe nicht, dass du dich nach mir umwendest. Ich wende mich auch nicht nach dir um.« Welch sonderbarer Zufall, daß der Wildgänseflug sich doppelt deuten ließ, je nachdem die Wasserspiegelungslinie sich einfügte oder nicht. Das Graswürzelein ihn liebte und ihn nur necken wollte, als sie ihm die Absage gab und ihn vielleicht zur Annäherung reizen wollte, begriff Euzo sofort, denn die Luft um sie und ihn war wunderbar geschwängert von Verlangen und schweigender Zuneigung. Ohne sich zu besinnen, legte er seinen Arm um das kleine Weib und fand keine Abwehr. Graswürzelein versteckte nur beschämt ihr Gesicht in des Malers Brustgewand. Euzo erzählte ihr rasch, »Du weißt nicht, Graswürzelein, das sich wie ein totes Holz draußen auf dem See seit Tagen herumtreiben mußte, daß ich es endlich nicht aushalten konnte, daß mir das Land verboten war, weil ich vor der Liebeserklärung der Prinzessin fliehen mußte. Aber jetzt, seit ich die Doppeldeutung des Fluges der Wildgänse weiß, kann ich den Saal der Prinzessin fertigmalen, wenn ich die Spiegellinie im Wasser hinzufüge. Und niemand im Land wird mir sagen können, daß die Prinzessin sich lächerlich gemacht hätte, sondern daß sie sich unnahbar machen wollte, wie es einer Prinzessin geziemt. Alle sollen dann im Saal das Schriftzeichen lesen, »Ich liebe nicht, daß du dich nach mir umsiehst, ich sehe mich auch nicht nach dir um.« Dann komme ich wieder und baue in Katata mein Haus. Und du sollst nicht mehr den Ofen deines Vaters schüren. Du sollst neben mir sitzen bei meinem eigenen Feuer. Und ich will dich malen, immer wieder malen, in dem Kleide des Vorfrühlings, am Strand, im Haus, im Mond, im Wasser, am Feuer. Und alle sollen sagen, »Das ist das glücklichste Mädchen von Katata. Sie ist auf allen Bildern im Vorfrühling gemalt, zur warmen Abendstunde, in der man den Flug der Wildgänse erwartet und verliebt sagt, auch wenn niemand redet, »Still, sie kommen!« Da wickelte Graswürzelein ihre Hände aus den Ärmeln und umschlang Euzo. Ende von Teil 7 Gelesen von Hokus Pokus Teil 8 von »Die Acht Gesichter am Biwasee« von Max Dautendai Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von Ischiyama den Herbstmond aufgehen sehen Abschnitt 1 Unter den zehn Teehausmädchen im Teehaus von Ischiyama war Hasenauge eines der unscheinbarsten. Sie war nicht feurig, sie tanzte auch nicht sehr lebendig, sie schminkte sich unordentlich und trug die vier Schleppen ihrer vier Seidenkleider nicht in der richtigen Abstufung übereinander. Aber sie konnte Geschichten erzählen, kleine, winzige Geschichten, die nur fünf Minuten dauerten, aber für fünf Tage zum Nachdenken gaben. Deshalb war sie, in aller Unscheinbarkeit, eine Kostbarkeit für das Teehaus in Ischiyama. Hasenauge kannte dreitausend Geschichten allein über den aufgehenden Herbstmond, der, von Ischiyama gesehen, als einer der herrlichsten Schauspiele über dem Biwasee gilt. Ich will drei dieser nachdenklichen Geschichten hier wiedergeben, die alle den Herbstmond von Ischiyama teils als Hauptperson, teils als Hintergrund haben. Stellt euch vor, wir hätten eben in einem der kleinen Gemächer im ersten Stock des Teehauses auf den geglätteten Strohmatten des Fußbodens auf dünnen, nur fingerdicken, seidenen Kissen an der Diele Platz genommen. Die Schiebefenster zum See sind weit offen. Hinter dem roten Lackgeländer der kleinen Veranda liegt die Seeflut, wie ein Wasser, das bis ans Ende der Welt reicht. Zu beiden Seiten der Fenster zischeln Wassereschen. Ihre Blätter sind in der Abenddämmerung lang und schmal und flirren wie Libellenschwärme vor dem perlmutterfarbigen Seeglanz. Es liegen auch ein paar Hügellinien hinter den Bäumen. Die sind am Abend wie grünliche Glasklocken. Der Himmel ist spinnwebgrau und scheint hinter einem Zipfel des Sees leicht zu brennen, wie wenn man ein Streichholzflämmchen an einen Schleier hält. Die Helle kommt von dem aufgehenden Mond, den deine und viele Augen jetzt auf den Altanen der Häuser von Ischiyama erwarten. Vor dir auf der Diele stehen offene Lackschachteln. In diesen sind gebackene Fische, Reis, Makronen, Wurzelgemüse und Geflügelstücke, soeben heiß vor uns aufgetischt. Elfenbeinerne Essstäbchen liegen, wie lange Damenhutnadeln daneben, und Hasenauge, welche dir Gesellschaft leisten soll, verpflichtet sich dir eine ihrer Geschichten vom aufgehenden Mond zu erzählen, ehe das Essen kalt ist, ehe sich der Essensdampf verflüchtigt hat, und ehe die große goldene Mondscheibe so hoch über den Seerand gestiegen ist, dass sie die Seelinie loslässt. Dabei sollst du dazwischen von den zwei Essstäbchen, die sie ergreift, und aus der dünnen Porzellanschale, die sie mit Reis und anderen Speisen füllt, von Hasenauge selbst, wie ein Kind, immer mit ein paar Bissen gefüttert werden, und du bekommst aus einer Fingerhuttasse Tee und aus einer Fingerhuttasse Reisschnaps, oder aus einem europäischen Glas japanisches Bier aus einer Flasche eingegossen, von Bayrischen Brauern in Tokio gebraut. Vom Fenster kommt die Abendluft und der Fischgeruch des Sees herein, aber der parfümierte Puder von Hasenauges weißgetünchtem Gesicht ist stärker als der Seegeruch. Hasenauge erzählt Der König hatte einst in Hakatate im Norden Japans einem Fischzug beigewohnt, bei dem man unter andern großen Fischen auch ein Meerweib fing. Aber nicht eines jener guten Meerfräulein, die am Strand mit den Fröschen und Unken singen, sondern ein Tiefseeweib, das noch nie an der Wasseroberfläche gewesen war, das nie Land, nie Sonne, Mond und Wolken gesehen hatte. Das gefangene Meerweib hatte einen mächtigen Goldfischschweif statt der Füße. Ihr Haar war schwarz wie Schreibtusche und ihre Augen rot wie Kaninchenaugen. Es war dem König geweissagt worden, dass er drei Nächte ein Weib lieben müsste, das weder Sonne noch Mond gesehen hätte. Deshalb war er zum Fischzug mit seinen Leuten nach Hakatate ausgezogen, hatte besonders große Netze auswerfen lassen, um ein Meerweib der Tiefsee zu fangen. Der König wird sein Reich verlieren, wenn er ein solches Weib nicht drei Tage lieben will, lautete die alte Prophezeiung. Aber damit, dass man das Weib gefangen hatte, war nicht die größte Sorge vom König genommen. Jenes Weib, das ihn mit den roten Augen scheinbar blind ansah, das mit dem roten Schweif um sich schlug und ein paar Kähne des Königs zertrümmerte, jenes Weib, das nicht sprechen, nicht lachen und nicht seufzen konnte, drei Tage lieben? Dies war eine so heroische Aufgabe, dass sich alle, die um den König waren, entsetzten. Nur der König war ruhig, stellte sich am Ufer vor die Weisen seines Landes hin und fragte, »Wie weit reicht meine Macht?« Deine Macht, o Herr, reicht über Himmel, Erde und Wasser. »Über alles, was darinnen ist«, fragte der König. »Über alles Männliche, was im Himmel, auf der Erde und im Wasser ist«, sagten die Weisen. »Nur das Weibliche läßt sich nicht regieren.« »Gut, dann soll der Mond, der dort aufgeht, untergehen«, rief der König. »Wenn ich allen gebieten kann, dann soll der Mond nie mehr in meinem Reich erscheinen, ehe er mir geholfen hat, dieses Fischweib hier in ein Menschenweib zu verwandeln.« Der König ließ das Fischweib binden und in sein Zelt legen, ließ Essen und Trinken in das Zelt stellen und ließ die Zeltvorhänge fest hinter sich verschließen, so daß es finster im Zelt war wie in der Meerestiefe. Die Weisen des Königs aber setzten sich mit des Königs Mannschaft rings um das Zelt draußen und waren sicher, daß der Mond nicht in dieser und in keiner anderen Nacht mehr aufgehen werde. Aber der Mond kam wie immer und teilte sanfte Schatten und gelben Feuerschimmer über die Weisen und über das Zelt aus. Der Mond kam auch in der zweiten Nacht und in der dritten Nacht. Am Anfang der vierten Nacht rief der König drinnen im Zelt, man solle die Zelttüre öffnen. Und der König trat heraus, und neben ihm an seiner Hand ging ein gesittetes, schönes Weib. Das hatte Augen so dunkel wie eine mondleere Nacht und hatte keinen Fischschweif, sondern zierliche Füße und war frisiert und in seidene Schleppenkleider gehüllt, wie es einer Königin geziemt. Die Weisen waren erstaunt, daß der König ohne Hilfe des Mondes das Seeweib in ein Menschenweib verwandelt hatte. Denn während der Mond drei Nächte lang auf- und untergegangen war und sich nicht um den Befehl des Königs gekümmert hatte, hatten die Weisen drei Nächte lang für ihr Leben gezittert, weil sie des Königs Macht übertrieben hatten und in dem König den Glauben an eine Allmacht erweckt hatten, die er nicht besaß. Jetzt aber waren die königlichen Weisen zufrieden, übertrieben des Königs Macht noch mehr und sagten zungenfertig, »O König, eure Macht ist noch größer, als wir dachten. Ihr habt ohne Hilfe des Mondes das Meerweib in ein Menschenweib verwandelt.« Der König antwortete ihnen nicht, führte das Weib zu einem Boot und befahl, daß man die Segel lichte, um von Hakatata heim nach Süden zur Königsstadt zu ziehen und dort den Einzug der Königin zu feiern. Auf dem roten Lackaltan des goldenen Bootshauses saß die neue Königin schweigend neben dem König, sie, die noch keine Sonne und keinen Mond hatte aufgehen sehen, sie, die von ihrem Menschenleben nur die Liebesumarmung des Königs kannte, sie, die drei Nächte und drei Tage an des Königs Brust gelegen hatte und von des Königs Wunsch und Sehnsucht durchdrungen, aus einem Meerweib in ein Menschenweib verwandelt worden war. Ihre Haare hatten sich von selbst geflochten, um dem König zu gefallen, in der Finsternis hatten sich Kleider um sie gewebt, damit sie für den König geschmückt erschiene. Sie hatte sich aus ihrem Fischleib Füße gebildet, um dem König folgen zu können, denn das starke Herz des Königs hatte drei Nächte über ihr gelegen und hatte sechzigmal in der Minute das Wort Liebe zu ihr gesagt. Von der Liebe jetzt verwandelt, sah die Königin noch nicht das schaukelnde Schiff und noch nicht des Königs Gefolge und noch nicht sich selbst. Sie ahnte noch nichts von ihrer Verwandlung und saß noch in liebestrunkenem Zustand und unbewußt neben dem König. Da tauchte, rot wie ein großer Berg, aus rotem Lack die Mondkugel aus der Meerestiefe und zog im Wasser einen feuerroten Widerglanz hinter sich her wie einen feuerroten Schweif. Die Weisen des Königs, welche unter dem Altanrand des Bootshauses in der Bootstiefe saßen, hätten sich längst gerne bei der Königin eingeschmeichelt, fanden aber noch keine passende Anrede. Jetzt aber warf sich einer der Weisen vor dem König nieder und rief, »Seht, Herr, der Mond trägt die Farbe der Scham, weil er zu schwach war, euch zu helfen.« Nun hob die Königin die Augen und der Mond warf seinen Schein wie eine Umarmung über sie. Und der König wurde fast eifersüchtig, dass jemand im Weltraum wagte, sein Weib anzurühren, das er sich selbst geschaffen hatte. Aber ein anderer Weiser, der den ersten überbieten wollte, warf sich vor der Königin nieder und rief, »Seht, der Mond, o Königin, hat, um euch zu gefallen, den Fischleib angezogen, den ihr abgelegt habt. Er hat euren roten Schweif und eure roten Augen angenommen, die der König in die Meerestiefe schickte.« Da ging über der Königin Gesicht ein zuckender Schreck. Sie sah an sich herab und wusste nicht, wer sie verwandelt hätte, und sie erkannte sich als Menschenweib und schauderte über ihre Verwandlung. Der König wurde über die Rede des Weisen vor Zorn rot wie die Mondscheibe. Da warf sich rasch ein dritter Weiser vor ihm nieder, ihn und die verwirrte Königin zu beschwichtigen. »Nein, hohe Herr, hohe Herrin, das ist nicht der Mond, den ihr dort aufgehen seht, das ist des Königs Herz, das nicht in des Königs Brust, sondern in des Königs Reich wohnt, des Königs Nachtherz, das abends rot aus dem Meere steigt, und das nur euch gehört, o Königin. Aber der König hat auch ein Tagherz, das werdet ihr morgen früh sehen, o Königin. Das gehört uns, uns Weisen, denn es ist hell wie die Weisheit selbst und teilt Klarheit aus und nennt sich die Sonne.« Als dieser Weise so gesprochen hatte, daß ihn keiner mehr überbieten konnte, zog er sich selbstzufrieden mit den anderen in die Bootstiefe zurück. Dort saßen sie in einer langen Reihe, jeder mit dem Kopf auf der Schulter des anderen, und schliefen ein. Der König aber legte seine Brust an die Brust der Königin, und während das Schiff mit gespannten Segeln durch die Nacht strich nach Süden, umarmte der König die Königin wie ein brünstiger Adler. Das Meer aber zischte und raschelte, als wären die Wellen bis an den Weltrand des Königs Flügel und als schlügen sie laut an den Himmel, während der König die Königin umschlungen hielt. Gegen Morgen wurde das Meer still. Der König schlummerte ein, und seine Arme ließen im Schlafe die Königin los. Diese richtete sich auf, als eben der Mond gelblich-grau vom Himmelsbogen herabstieg und im Meer verschwinden wollte. Da des Königs Augen geschlossen waren und er schlief, erkannte ihn die Königin nicht mehr, denn sie hatte nie einen schlafenden Menschen gesehen. Weil auch die Weisen unten im Schiff sich nicht rührten und die Bootwachen lautlos unter dem Mast kauerten, glaubte sich die Königin ganz allein und verlassen. Und sie sprach zum Monde, der schon zur Hälfte im Meer versunken war und den sie für des Königs Herz hielt. O Nachtherz, das mir gehört, ich will nicht des Königs zweites Herz erwarten, das den anderen gehört. Ich will bei dir bleiben und mit dir gehen, wohin du gehst. Die Königin stand auf, trat an den Bootrand und ließ sich ins Meer fallen und verschwand in der Flut. Als der König die Königin am Morgen nicht fand, versuchten ihn die Weisen mit ihrer Weisheit zu trösten und sagten, »Die Prophezeiung lautet, o König, du solltest ein Meerweib drei Tage und drei Nächte lieben, aber nicht eine vierte Nacht dazu.« Doch der König war erschüttert von Trauer und wild und aufgebracht von Verzweiflung über die Torheit der Weisen, die ihn nicht einen König hatten sein lassen, sondern ihn zu einem Gott hatten machen wollen. Denn ihm war klar, es hatte der Königin vor dem Tageslicht gekraut, das sie einsam machen sollte, weil die Weisen gesagt hatten, das Tagesherz des Königs gehören nur der Weisheit und nicht der Liebe. Eine furchtbare Wut überfiel den verlassenen Mann. Er riß mit einer Faust die Segel von den Tauen und wollte mit der anderen Faust den Mastbaum ausreißen, um alle Weisen damit zu erschlagen. Diese aber, erschrocken, heuchelten Demut und riefen, »O Herr, die Königin wird wiederkommen, wenn ihr es befehlt, sobald der Mond heute Abend aufsteigt. Ehe ihr uns jetzt ungerecht umbringt, wartet wenigstens mit eurem Urteil über uns bis zum Abend. Kommt die Königin nicht mit dem aufgehenden Mond, so könnt ihr uns immer noch töten.« Mit solchen Worten schläferten sie des Königs Wut ein, denn sein Schmerz war größer als sein Zorn. Und als er hörte, daß die Königin vielleicht am Abend wiederkommen könnte, glaubte er daran, wie jeder Liebende gern an Wunder glaubt. Und er hoffte, die Königin würde vielleicht als Fischweib am Abend wiederkommen und sich von ihm wieder in ein Menschenweib verwandeln lassen, wenn der Mond aufginge. In der Mittaghitze, als die Sonne aus dem Meer und aus dem Himmel zugleich brannte und der König auf einem Haufen Segeltuch am Bootrand einschlief, schlichen sich die schlauen Weisen seines Landes an den Schlafenden heran und stießen den Haufen Segeltuch samt dem schlafenden König ins Meer. Denn alle hatten beratschlagt, daß sie den wütenden König noch vor Abend töten müssten, um nicht selbst getötet zu werden. Als die Sonne den König nicht mehr auf dem Deck sah, stieg sie früher als sonst von der Mastspitze herunter und verwundert sahen die Weisen, daß der Tag schneller zu Ende war als je. In dieser Nacht warteten sie vergeblich auf den Mond. Es war kein Mondaufgang und es schien eine endlose Nacht angebrochen zu sein, denn die Sonne ging auch nicht mehr auf zu der Zeit, da sie erwartet wurde. Danach verwirrte sich die Weisheit in all ihren Hirnen. Die Weisen des Landes hatten die Liebe im Reich umgebracht, und mit der Liebe blieben Sonne und Mond aus dem Reich verschwunden. Denn die Liebe ist allmächtiger als die Weisheit. Alle, die im Boot waren, wurden wahnsinnig und stürzten sich ins Meer, dem toten König nach. So erzählte Hasenauge, und bei den letzten Worten deutete sie mit den Essstäbchen, mit denen sie dich bei der Unterhaltung gefüttert hatte, hinaus auf den Biversee. Umgeben von einem gelben Dunstkreis, als hätte er einen gelben Ehrenkranz auf dem Kopf, stand der Vollmondgott draußen am Fenster und trat seinen Rundgang an. Wenn du dann aus dem Teehaus heimgehst, kann es einem Neuling, der Hasenauge zum ersten Mal erzählen hörte vorkommen, dass er mit dem Mond in Streit gerät. Der Mond stellt sich quer über den Weg und fragt ihn, »Nun, hat dir wirklich Hasenauge während meines Aufgangs zwölf Geschichten erzählt?« »Zuerst sagst du ja, du besinnst dich nicht, du rechnest nicht nach, du sagst ja, zwölf.« Der Mond lacht stolz über Ischiyama und freut sich. Nach einer Weile rufst du den Mond hinter einer Hausecke an den Weg hervor und sagst, »Es war nur eine Geschichte, aber es klang wie zwölf.« Da lächelt der Mond noch stolzer und freut sich noch mehr über Ischiyama. Und wieder nach einer Weile, ehe du dein Haus betrittst, fragst du den Mond an der Türschwelle, »Sag mal, wie kommt es, dass Fräulein Hasenauge dreitausend Geschichten allein vom Mondaufgang über Ischiyama erzählen kann? Kommt es daher, dass du nirgends so schön wie am Biwasee aufgehst? Ich glaube, du bist Fräulein Hasenauges Geliebter.« Da rascheln alle Eschenbäume im Mond und sie fragen dich, »Hat dir Fräulein Hasenauge heute ihre dreitausend Geschichten erzählt?« »Ja, ungefähr dreitausend,« antwortest du, ohne dich zu besinnen. Ende von Teil 8 Gelesen von Hokus Pokus Teil 9 von »Die Acht Gesichter am Biwasee« von Max Dautendai Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von Ischiyama den Herbstmond aufgehen sehen Abschnitt 2 Und am nächsten Abend geht der Mond über dem Biwasee bei Ischiyama noch geschichtenreicher auf als sonst. Liebe und der aufgehende Mond machen das Haarwachsen. Darüber will ich dir gleich eine Geschichte erzählen, sagte Hasenauge zu mir und reichte mir ein Schälchen frischen Tee und einen großen Brocken Pfefferminzzucker dazu und drückte mir eine kleine Prise frischen Tabak in die kleine silberne Tabakpfeife. Als einer des schönsten Tempel in Kyoto gebaut werden sollte, erwiesen sich alle Stricke, die den bronzenen Dachfirst auf die Gerüste hinaufwinden sollten, als zu schwach. Darum entschlossen sich alle, die tausende von Frauen in Kyoto, dem Tempel ein Opfer zu bringen und ihr Haar dicht am Kopf abschneiden zu lassen, damit daraus Stricke für den Tempelbau gedreht würden. Es wurde auch wirklich ein 300 Meter langer Haarstrick aus den geopferten Haaren gedreht, und dieser schwarze Strick, der die Dicke eines Männerarms hat, wird noch heute in einer Lacktonne im Tempel von Kyoto aufbewahrt. Die Frau eines japanischen Adeligen, die auch ihr Haar zum Tempelopfer abgeschnitten hatte und die in jener Zeit schwanger war und nahe vor der Stunde des Gebärens stand, erschrak so sehr, als sie sich im Handspiegel sah und ihr Kopf ihr kahlrasiert entgegen glänzte, dass sie sich der Tränen nicht erwehren konnte. Die Tempelgötter nahmen die Schwachheit dieser Frau übel und straften sie an dem Kinde, das sie gebar. Sie schenkten ihr ein kleines Mädchen, aber diesem wuchs nicht ein einziges Haar auf dem Kopf, und wie eine Elfenbeinkugel so glatt, weiß und haarlos blieb die Schädelschale des Kindes. Die Frauen von Kyoto, denen allen daran gelegen war, dass ihr Haar bald wieder wüchse, und die wußten, dass der zunehmende Vollmond den Haarwuchs beschleunigt, taten sich zu Vollmondprozessionen zusammen und Wallfahrten in langen Zügen im Mondschein zu den verschiedenen Kyoto-Tempeln. Jene adelige Dame nahm zu jenen Nachtprozessionen ihr kleines Mädchen mit, in der Hoffnung, der Mond würde dem Kind Haare wachsen lassen. Aber die Prozessionen nützten nichts, und die Mutter war gezwungen, dem Kind Perücken machen zu lassen. Das Mädchen wurde damals von allen Leuten in Kyoto Mondköpfchen genannt, weil es so kahl war wie der Vollmond. Als Mondköpfchen verheiratet wurde, wußte der junge Mann, der sie zur Frau nahm, dass er eine kahlköpfige Frau heiratete. Aber es lag ihm nichts daran, denn er hatte Mondköpfchen immer in schöner, gut sitzender Perücke gesehen, und er hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, wie eine kahlköpfige Frau ohne Perücke aussehen kann. Die Hochzeitsnacht verlief wie die meisten Hochzeitsnächte, für die beiden neuvermählten mit geschlossenen Augen, und das Liebesglück ward nicht gestört. Aber schon in der zweiten Nacht verschob der junge Ehemann erst zufällig, dann scherzend Mondköpfchens schwarze Perücke. Er spaßte und schob sie ihr bald auf das linke Ohr, bald auf das rechte, bald auf die Nase, bald auf den Nacken zurück, und er kollerte sich neben seiner jungen Frau vor Lachen. Immer wenn die Frau ernst und liebend ihre Arme ausbreitete, juckte den Mann ein Kobold an den Fingern, so daß er der Perücke erst jedes Mal einen kleinen Puff gab, ehe er seine Frau in die Arme schloß. Dieses geschah in der zweiten Nacht, aber in der dritten war es überhaupt nicht mehr zum Aushalten. Der junge Mann setzte sich selbst die Perücke auf, so daß die Frau böse wurde, nicht mehr im Zimmer bleiben wollte und sich auf den Altan setzte. Es war dunkel draußen, und er lief ihr mit einem Licht nach. Als er sie perückenlos mit hellleuchtendem Schädel am Altanrand sitzen sah, prustete er vor Lachen, kollerte ins Zimmer zurück und rief, »Ich habe den Vollmond geheiratet!« Bisher hatte Mondköpfchen ihren Namen immer harmlos hingenommen und sich nie darüber erschreckt. Nun aber brach sie in Weinen aus. Am dritten Tage nach der Hochzeit ist es in Japan Sitte, daß die Frau ihre Eltern besucht. Mondköpfchen ließ sich am nächsten Morgen in einer Sänfte in ihr Vaterhaus tragen, weinte sich bei ihrem Vater und ihrer Mutter aus und wollte nicht mehr zu dem Manne zurückkehren, der mit ihrer Perücke spielte und statt der Liebe Gelächter über sie ausschüttete. Aber Vater und Mutter überredeten Mondköpfchen wieder zu ihrem Mann zurückzukehren und versprachen, alles daran zu setzen, ein Mittel ausfindig zu machen, damit ihre Haare wüchsen. Sie sollte sich nur noch eine kurze Wartezeit auferlegen. Mondköpfchens Eltern hatten diesen Rat nur aus Verzweiflung gegeben und mußten jetzt selbst weinen, als ihr Kind zu ihrem Manne zurückgekehrt war. Sie waren ratlos. Plötzlich sagte die alte Frau zu ihrem Mann, »Ich weiß, womit ich die Götter jetzt versöhnen kann. Ich will mein Haar zum zweiten Mal abschneiden und es den Tempelgöttern opfern. Die Götter sind gut und geben mir dann sicher einen Rat für unser Kind.« Die Frau tat so und trug ihr ergrautes, abgeschnittenes Haar zu einer kleinen Schnur geflochten in den Tempel der tausendhändigen Quannon. und band dort die Haarschnur um das goldene Handgelenk der tausendfach segenspendenden Göttin. Die Götter versöhnten sich danach mit ihr und gaben ihr in der Nacht einen Rat. Die Frau hörte im Traum eine Stimme, die sagte, »Liebe und Vollmond lassen die Haare wachsen. Schicke dein Kind nach Ischiyama. Wenn es dort den Herbstmond aufgehen sieht, werden Liebe und Mond deinem Kind ein schönes Haar schenken.« Die Mutter erzählte den Traum ihrer Tochter und Mondköpfchen glaubte begeistert an die Weissagung. Und Mondköpfchens Mann, der immer noch lachte, sagte wenig rücksichtsvoll zu seiner jungen Frau, »Reise nur nach dem Biwasee und laß dir dort Haare wachsen. Ich muß mich hier inzwischen von dem Nachtgelächter erholen.« Mondköpfchen reiste an den Biwasee. Im aufgehenden Mondschein sahen die Bewohner von Ischiyama, die kahlköpfige junge Frau, auf dem Balkon des Rathauses sitzen, wo Mondköpfchen Wohnung genommen hatte. Die frommen Bewohner des Seeortes nannten sie nur die Elfenbeinerner Heilige, weil ihr haarloser Kopf wie vergilbtes altes Elfenbein in der Abenddämmerung leuchtete. Viele lenkten abends vom See her ihre Kähne am Rathaus vorbei, um die bleiche, stille Frau auf dem Altan unter den Sykomorenbäumen sitzen zu sehen, und jeder, der sie sah, dachte sich eine Geschichte über sie aus. Ein junger Adeliger, der ein Landhaus in der Nähe von Ischiyama hatte, hörte durch seine Leute von der fremden Frau, die Abend für Abend den aufgehenden Herbstmond von Ischiyama erwartete. Und er richtete es so ein, dass er am Spätnachmittag in einen der Sykomorenbäume am Ufer stieg, wo er, hinter den Ästen verborgen, Mondköpfchen beobachten konnte, die wie ein Götterbild reglos im Mondschein saß und sich Liebe und Haare wünschte. Bald danach erhielt die junge Frau von dem jungen Adeligen ein Gedicht gesandt, das war mit Goldtusche auf Purpurpapier geschrieben. Das Gedicht erzählte von einem Sykomorenbaum, der ein Mensch werden wollte, um zu ihr zu kommen und neben ihr auf dem Altan zu sitzen. Mondköpfchen freute sich aufrichtig über das schwärmerische Gedicht, und als sie wieder im Mondschein saß und mit der Hand über ihren Kopf strich, fühlte sie zu ihrem Entzücken die ersten Haarspuren, denn sie sehnte sich in dieser Nacht sehr nach ihrem Mann zurück. Am nächsten Tag erhielt sie einen Brief, der sagte ihr, »Ich bin ein Mann, der dich liebt und möchte dich bald vom Altan holen. Lass dich entführen, schöne Frau!« In dieser Nacht sehnte sich Mondköpfchen noch mehr nach ihrem Manne, und ihre Haare wuchsen einen Arm lang, und am Morgen reichten sie ihr bis zum Gürtel. In der nächsten Nacht wuchsen sie ihr beim aufgehenden Mond bis zu den Knien. Mondköpfchen empfing in dieser Nacht einen dritten Brief, der sprach, »Ich weiß, dass du einen Mann in Tokio hast. Liebe mich, so werde ich ihn töten.« Da erschrak Mondköpfchen, ließ sich noch in derselben Nacht in einem Kahn über den Biwasee fahren und reiste nach Kyoto und zeigte sich und die Briefe ihrem Mann. Als der Mann seine Frau im prächtigen Haar vor sich sah, wurde er still, und seine Augen wurden dunkel vor Bewunderung. Und als er die drei Briefe gelesen hatte, wurden seine Augen finster. Seine Arme breiteten sich aus, und sein Mund, der nicht mehr lachte, sagte, »Komm in meine Arme, wenn du mir jetzt noch treu sein willst, seit du schön bist, und wenn du mir verzeihen kannst, dass ich gelacht habe, als du noch nicht so schön warst. Willst du mir aber eines Tages die Treue brechen, dann tue es lieber jetzt und gehe zu dem Mann, der dir die Briefe geschrieben hat, damit er mich tötet. Denn wenn du mich jetzt verlässt, hat mich schon mein Leben verlassen, und der Tod ist dann nur eine Zeremonie, die ich nicht spüren werde.« Mondköpfchen setzte sich auf die Diele vor ihrem Mann nieder und begann, den Tee zu bereiten. Das bedeutete, daß sie ihn für immer lieben und ihm treu bleiben würde und ihm verziehen hätte. Und Fräulein Hasenauge lächelte ungläubig und erzählte eine neue Geschichte. Ein Spielzeugverkäufer, ein Schilfmattenflechter und ein Holzkohlenhändler saßen eines Abends, ehe der Vollmond über Ischiyama aufging, am Rande der Landstraße nach Ischiyama. Der Spielzeugverkäufer hatte an einer langen Stange ein Bündel Spielsachen hängen, meist aus Watte gearbeitete große Insekten, ungeheure graue und silberne Riesenspinnen, grüne und braune Grashüpfer und Heuschrecken, riesige Libellen mit farbigen Flügeln aus Gelatinepapier. Der Schilfmattenflechter trug ein großes Bündel zusammengerollter, fein geflochtener Schilfmatten auf dem Rücken. Das sah in der Abenddämmerung aus, als trüge er lange Kanonenrohre. Der Kohlenhändler trug einen Korb auf dem Kopf, den er im Gehen balancierte. Drinnen im Korb unter einem Tuch war die feinste Holzkohle, die er selbst zubereitet hatte. Im Straßengraben sitzend, in welchem das Schilf vom See her heranreichte, erzählten sich die drei Kriegsgeschichten. Der eine der Spielwarenhändler behauptete, er wäre bei der Einnahme von Peking dabei gewesen. Der Rohrmattenflechter behauptete, er wäre mit vor Port Arthur gelegen. Der Kohlenhändler behauptete, er wäre auf einem Schlachtschiff im chinesischen Meer Heizer gewesen. Aber alle drei verstanden vom Kriegshandwerk so wenig wie eine Katze vom Neujahrsfest. Und ihre Erzählungen waren so drollig, dass ganz Japan sie lachend immer noch weitererzählt. Der Spielwarenhändler sagte, als wir die Stadtmauern von Peking sahen, liefen unsere Augen wie Spinnen über die Ebene von Peking. Unsere Füße hüpften wie Heuschreckenbeine über die Mauerwelle. Unsere Bajonette, Säbel und Kugeln flogen wie surrende Libellen über die Chinesen her. Aber es war alles umsonst. Ihr wisst, wenn man den Chinesen sticht, haut oder vierteilt, ist dies gerade so unnütz, als wenn man gegen den aufgehenden Vollmond streitet. Die Chinesen stehen immer wieder gesund und unverwundbar vor dir, denn jeder hat tausende von Körpern ineinander geschachtelt, so wie es Spielzeugschachteln gibt, von denen Hunderte ineinander passen. Womit habt ihr denn die Chinesen umgebracht, wenn sie nicht zu erschießen und nicht zu erschlagen sind? fragte der Schilfmattenflechter. Der Spielzeughändler blähte sich auf wie eine Schweinsblase, die ein Kinderluftballon werden will. Oh, wir haben ihnen allen den Rücken gewendet, so daß die Chinesen keines unserer Gesichter sahen und nicht sahen, wie wir lachten, und haben und haben unsere Gewehre in die Luft geschossen, in die Wolken und in den blauen Himmel und haben mit den Bayonetten und den Säbeln in die Luft gestochen und haben nicht gegen die Chinesen, sondern gegen den Himmel gekämpft. Da hat die Chinesen die Söhne des Himmels ein großer Schreck erfasst, als sie sahen, daß wir ihren Himmel angriffen. Tausende starben vor Erstaunen, Tausende vor Entsetzen, und Tausende kamen auf den Knien zu uns gekrochen und hatten die Tore zur himmlischen Stadt Peking geöffnet, damit wir ihre Väter und Götter im Himmel nicht bekriegten. Das ist drollig, sagte der Schilfmattenhändler, aber gegen die Russen hättet ihr nicht so kämpfen dürfen. Die Russen haben von den Knien abwärts Kanonenrohre statt der Füße, und immer wenn sie ein Bein heben, können sie mit dem Bein auf dich schießen. Sie heben ihre Beine in die Luft gerade so, wie meine zusammengerollten Matten lang in die Luft gucken, und sie brauchen nicht zu zielen, denn ihre Füße haben Augen, die sie Hühneraugen nennen, und diese zielen für sie, und während ihre Beine gehen und schießen, haben die meisten Essen und Trinkflaschen in den Händen, und füttern und tränken jeder sein Maul. So bleiben sie immer stark und kommen nie von Kräften und sind unbesiegbar. Ja, aber wie habt ihr sie denn besiegt, die Russen? fragte der Kohlenhändler. Oh, das war einfach, das sagt einem jeden doch der helle Verstand, wie man einen Russen besiegt. Nur ein Kohlenhändler wie du kann so dumm fragen, als ob du Kohlenstaub in deinen Augen hättest und nicht wüsstest, dass wir die Russen besiegt haben. Der Russe läßt doch immer nur seine Beine gerade aus marschieren und schießen, aber seine Augen im Gesicht sehen nichts als das Essen und Trinken vor dem Maul. Darum, wenn die Russen aus Port Arthur auf uns los marschierten mit ihren schießenden Beinen, stellten wir uns ruhig zu beiden Seiten des Weges auf und ließen sie ruhig an uns vorbei. Dann gingen wir hinter ihnen her, jeder faßte einen Russen am Gürtel und drehte ihn einfach wieder gegen Port Arthur um, in der Richtung auf das Meer zu. Da sie einmal im Gehen waren und sich im Fressen und Saufen nicht stören lassen wollten, marschierten sie auf Port Arthur zurück und liefen dort über die Kaimauer ins Meer, wo sie ertranken. wir nach Norden um, so dass sie ruhig zur Sibirischen Eisenbahn zurück marschierten und die Eisenbahn Beamten im Glauben der Krieg sei beendet und die Russen seien Sieger fuhren die fressenden und saufenden Armeen nach Petersburg zurück, wo sie dann einzogen immer noch in dem Glauben dass sie die Sieger wären. In der Zeit besetzten wir die ganze Manchurei und das menschenleere Port Arthur war unser. So einfach war es aber doch nicht, sagte der Kohlenhändler, denn erst mussten wir die russische Flotte zerstören, wobei ich einer der Haupthelden war. Erzähle, sagten die beiden anderen Helden. Da ist nichts zu erzählen. Das war die allereinfachste Sache von der Welt, die russische Flotte zu vernichten, wisperte der Kohlenhändler bescheiden wie eine Fledermaus. Eines Morgens dachte ich mir, heute zerstöre ich die russische Flotte, denn ich hatte Sehnsucht nach meiner Frau und nichts als die russische Flotte hinderte mich zu meiner Frau zu reisen. Ich steckte mir eine Schachtel Streichhölzer ein, ein paar japanische Zeitungen und ein paar Stückchen Holzkohle. Ich schwamm von meinem Schiff an die Hafenmauer von Port Arthur heran, zündete mir ein Pfeifchen an, setzte mich auf einen Klippenstein und fabrizierte aus meinen japanischen Zeitungen kleine Papierschiffe, wie sie die Schulkinder am Biwasee machen. In jedes Schiffchen steckte ich ein Stückchen Kohle, das war der Schornstein des Schiffes, manche hatten auch zwei oder vier Schornsteine. Die Kohlenstücke zündete ich an, und dann ließ ich meine Schiffe mit dem Südostwind auf Port Arthur los, und sie zogen an der Hafenmauer entlang. Meine kleine Papierflotte wurde augenblicklich von allen Leuchttürmen und Fernrohren auf den Leuchttürmen dem Admiral der russischen Flotte signalisiert. Die russische Flotte verließ sofort in Schlachtreihen den Hafen und umzingelte meine Zeitungspapierflotte. Tausend Schüsse hallten aus den russischen Schiffsbäuchen, und als sich der Rauch verzog, war natürlich meine Papierflotte untergegangen. Auf allen Rahn und auf allen Masten stellten sich nun die russischen Marinesoldaten in Parade auf, um dem sieghaften russischen Admiral ein dreifaches Hurra für seinen Sieg auszubringen. Auf diesen Augenblick hatte ich nur gewartet, denn ich wußte, die Russen hatten ihren Mut mit Schnaps angefeuert, und es mußte beim Sieges Geschrei der Tausende von Soldaten eine Wolke von Alkoholgasen in der Luft entstehen, und diese Wolke konnte ich mit einem einzigen Streichholz in Brand setzen. So war es auch. Das erste Hurra ließ sich sie zum Vergnügen schreien, aber bei dem zweiten Hurra wäre ich beinahe selbst erstickt, so sehr stank die Luft nach Alkohol. Kaum flackerte das Streichholz auf, so entzündete sich über dem Meer die Alkoholwolke, und eine Flamme pflanzte sich fort von Schiff zu Schiff, Mannschaften und Schiffe vom Alkoholdunst erfüllt, explodierten unter Gekrach. Später sagten die Russen uns nach, wir hätten mit Stinkbomben geschossen und mit griechischem Feuer, doch es war nur ihr Alkoholatem, der die ganze Flotte verbrannt hat, als ich mein Streichholz anzündete. Ja, sag mir aber, fragte misstrauisch und kleinlich der Spielzeughändler, sag mir, Kriegskamerad, wie konntest du die Streichholzschachtel trocken erhalten, wenn du von deinem Schiff nach Port Arthur geschwommen bist? Auch der Schilfmattenhändler nickte heftig und ungläubig und bezweifelte gleichfalls, dass eine Streichholzschachtel beim Schwimmen trocken bleiben könnte. Habe ich euch denn nicht gesagt, fuhr der Kohlenhändler sie grob an, dass ich an diesem Morgen Sehnsucht nach meinem Weib hatte. Wisst ihr nicht, was Sehnsucht bedeutet? Sehnsucht haben heißt so heißes Blut kriegen, dass alles ringsum verdorrt. Ja, dann verstehen wir, dass deine Streichholzschachtel im Gürtel nicht nass wurde, wenn du Sehnsucht nach deinem Weib hattest, Kriegskamerad, nickten der Spielzeughändler und der Schilfmattenverkäufer dem Holzkohlenhändler zu. Der Vollmond war inzwischen langsam aus dem Schilf gerollt, betrachtete breit lachend die drei Überhelden und erzählte die Geschichte in ganz Japan weiter. Ende von Teil 9 Gelesen von Hokus Pokus Teil 10 von Die Acht Gesichter am Biwasee von Max Dautendai Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Abendrot zu Seta Ein japanischer Winter am Biwasee ist nicht so kalt und so schneereich wie die meisten deutschen Winter, aber doch liegt oft fußhoch eine weiße Schneerinde am Seerand, auf den Hausdächern und in den Gabeln der Bäume. See und Himmel sind dann vom Winterdunst eingewickelt. Der See liegt wie ein dunkles Zelt im Nebelrauch und wie weiße Insektenschwärme kommen die Schneeflocken an. Ihr kreiselnder Tanz im Wind ist im Wintertag das einzige Leben am See, dessen Spiegel blind ist, auf dem sich kein Segel zeigt, dessen Schilffelder abgemäht sind und der einer Wüste aus grauem Basalt ähnelt. Die Japaner tragen in der weißen Jahreszeit drei bis vier wattierte graue und bräunliche Seidenkleider übereinander. Sie kennen keine Öfen, nur eine kleine Kohlenglut in einem Messingbecken wärmt die hingehaltenen Fingerspitzen. Aber die Japaner haben viel Eigenwärme in sich. Sie sind gewöhnt an den Verkehr mit offener Luft in luftreichen leichten Bambusholz Häuschen, hinter dünnen Papierwänden und Papierscheiben, gekleidet in den drei anderen Jahreszeiten in luftige Seiden und Kreppstoffen und eingehüllt in das bequeme Schlafrockkostüm, das den Gliedern Spielraum zur Eigenbewegung lässt. So sind sie ein gesundes warmblütiges Volk geblieben. Die Seele der Japaner ist ebenso warmblütig wie ihre reinlichen, gut gelüfteten und leeren Papierzimmer. Keine Möbelstücke sind in ihren Zimmern, der saubere Strohmattenboden des Gemachs muss alle Möbel ersetzen. Er stellt Tisch, Stuhl, Sofa und Sessel dar, ist handdick, aus dünstem, feinstem Rohrmatten geflecht, ist nachgiebig, leicht elastisch und du darfst ihn nur mit Strümpfen, nie mit Schuhen betreten. In diesen leeren Gemächern, deren Wände, leicht getönte Bambusstrohfarbe, mehlweißes Papier oder gelbliche Naturhölzer zeigen, hebt sich das Menschenantlitz ab wie ein Porträt auf ungestörtem Hintergrund, und die Gesten der Menschen in diesen leeren Gemächern werden in den kleinsten Bewegungen wichtig und bleiben deine Erinnerung eingeprägt, wie Schriftzüge auf weißem Papier. Als farbiger, natürlicher Zimmerschmuck stehen in den offenen Schiebetüren die Ausblicke auf die maigrünen, sommergelben, herbstbraunen und winterblauen Landschaftsbilder, der Flug vorüberziehender Vögel, wandernder Wolken und Menschen. Unwillkürlich befürworten die leeren, farblosen Gemächer die Liebe zur Farbe, lebigen Außenwelt. Die Welt, die immer am Türrahmen erscheint, wenn eine Schiebetür sich öffnet, wirkt im leeren Zimmer doppelt lebhaft als Landschaft oder als Mensch, der zu Besuch kommt. Jeder Mensch wird zum lebenden Bild, der sich zu dir auf die Leere der Diele zwischen die leeren Wände setzt. Man kann sich leicht denken, dass sich dann alle Landschaftsreize steigern und den Hausbewohnern so wichtig werden, wie einer europäischen Hausfrau die Möbelstücke. In den leeren Gemächern von Seta am Biwasee ist das Abendrot vor den Türen zu Seta eine Berühmtheit geworden, und das Abendrot zu Seta gesehen haben, ist wie Bienenhonig dem Ärmsten und verspricht dir noch nach langen Jahren einen sanften Tod. In Seta lebte die Frau eines verarmten Adeligen. Ihr Mann war im Krieg gegen die Europäer gefallen, ebenso ihre zwei Söhne. Diese Frau reiste öfters im Sommer oder im Frühling zur Kirschblütenzeit nach Kyoto und nach dem Wallfahrtsort Nara oder nach den heiligen Tempeln von Niko, um dort im Gebet in den Tempeln an den heiligen Orten ihrem Mann und ihren zwei Söhnen näher zu sein. In Kyoto, im Tempel der 5000 Kriegsgenien, stehen in den zehn langen Reihen je 500 aufrechte goldene Götter. Jeder Gott hat 20 bis 30 Arme, schwingt Speere und Schwerter, und man sagt, sollte Kyoto einmal von Feinden angegriffen werden und in höchster Not sein, dann ziehen die 5000 Götter aus der langen hölzernen Tempelhalle aus und werden die alte Kaiserstadt verteidigen. In diesen Tempel ging die verwitwete Frau am liebsten, denn dort traf sie im Gebet ihren Mann. Wenn sie vor den 5000 Götterbildern niederkniete, sprach er in ihr Ohr wie ein Lebender. Die feuerrote, düstere und fensterlose Lackhalle, darinnen die 5000 goldenen Götter nur von den riesigen offenen Türen beleuchtet wurden, gab der Witwe ein aufregend wohliges Gefühl. Wenn sie über die 100.000 goldenen Speere und Schwertspitzen schaute, glaubte sie, ein Kriegsgetümmel vor sich zu sehen. Von den zehn Reihen der Götter steht immer eine Reihe höher hinter der anderen, so daß man sich vor einem Berg von Lanzen, Schwertspitzen, goldenen Armen und goldenen Heiligenscheinen befindet, als strömten dir goldene Götterscharen bergab entgegen. Als die Frau eines Tages wieder im Gebetstaumel die Halle verließ, sah sie draußen auf dem Bretterweg, der an der 100-fuß-langen Halle entlang führt, einen Mann stehen, der sich, wie das die Japaner öfters tun, hier im Bogenschießen übte. Der Mann glich auffallend ihrem toten Gatten. Am einen Ende des Bretterwegs stand der Schütze mit dem altmodischen, mannsgroßen Bogen, am anderen Ende des Bretterwegs war die weiße Scheibe angebracht, und an der ganzen Tempellänge entlang surrte der Pfeil des Schießenden. Trotzdem jetzt allgemein das Gewehr in Japan eingeführt ist, üben sich einige Japaner noch zum Vergnügen im Bogenschießen, und besonders ist der Bretterweg am Tempel der 5000 Kriegsgenien ein beliebter Übungsplatz in Kyoto. Die Frau zitterte vor Erregung, als sie den Schützen sah, der das getreue Abbild ihres gestorbenen Mannes war. Ihre Augen hatten einen unwiderstehlichen, leidenschaftlichen Ausdruck, und ihr ganzer kleiner Körper wurde wie ein Stück Magneteisen und zog den Mann nach sich, den sie anschaute. Sie blickte den Schützen an, trat rückwärts wieder in die Tempelhalle zurück und ging an der untersten Reihe der Genien entlang, genau wissend, daß der Schütze Bogen und Pfeile wegstellen und ihr nachfolgen müßte. Sie kam in das dunkle Ende der Halle, wo Holztreppen, ähnliche Leitern, verstaubt, uralt und düster, zu einer dunklen Holzgalerie führen, die sich hoch unter dem Dach des Tempels über den Fünftausend Genien hinzieht. Der Mann, der ihr gefolgt war, kam leise die dunkle Stiege herauf. Sie kauerte auf der obersten Stufe nieder und wollte ihn an sich vorübergehen lassen. »Deine Augen können surren wie Pfeile«, sagte der Mann und blieb neben ihr stehen. »Du siehst meinem verstorbenen Mann ähnlich«, sagte die Frau, »deswegen habe ich dich angesehen.« Der Mann atmete schwer, er senkte den Nacken und flüsterte rasch, »Wenn dich dein Mann so gern umarmt hat, wie ich dich jetzt umarmen möchte?« Er sprach den Satz nicht fertig, faßte die Frau flink wie ein Affe eine Äffin, und die harte Tempeldiele wurde ihr Liebeslager. Danach sagte die Frau leise, »Was haben wir getan? Wir sind im Tempel der Fünftausend Genien.« »Wollust schändet keinen Tempel«, antwortete der Mann, »Fünftausendmal will ich dich hier umarmen, Fünftausendmal wollen wir uns hier treffen.« Die Frau schauderte vor Glück. In der geheimnisvollen Tempelluft und Tempeldunkelheit schienen außer den Fünftausend Kriegsgöttern Fünftausend Liebesgötter eingedrungen zu sein. Und sie sagte zu dem Mann, »Wir wollen nicht wissen, wie wir heißen. Wir wollen nicht wissen, wo wir wohnen. Wir wollen nicht verabreden, wann wir uns treffen. Wir wollen es den Fünftausend Genien überlassen, dass sie unsere Wege zusammenführen. Und immer, wenn wir uns zusammenfinden, wollen wir nichts besprechen und nichts fragen, und uns nur umarmen, wie wir uns hier umarmt haben. Ich will nicht wissen, ob du ein wirklicher Mensch bist, oder nur eine Erscheinung, ähnlich meinem Mann. Ich will dich genießen, wie die Abendröte, die jetzt über die Türschwelle dort tritt, und die wirklich und unwirklich zugleich ist.« Die beiden hielten ihre Verabredung. Die Frau änderte nicht ihre Reisen und ihre Wallfahrten nach den anderen Wallfahrtsorten, und nachdem sie monatelang in Kyoto täglich zu den verschiedensten Stunden den Tempel der Fünftausend Genien besucht, und täglich den Schützen dort getroffen, umarmt und geliebt hatte, reiste sie nach dem Wallfahrtsort Nara, ohne ihrem Geliebten bei ihrer Abreise ein Wort zu sagen. In Nara war es Hochsommer. Die Wiesen vor dem großen Zedernwald, darauf die feuerrote, sechseckige Pagode steht, war umwimmelt von weißen, blauen und gelben Schmetterlingen. Im Wald bei den rotbraunen, senkrechten Zedernstämmen stehen, dicht gedrängt wie Grabdenkmäle in einem Kirchhof, Steinlaternen in Gruppen und Gassen, und begleiten alle Waldwege, dicht gedrängt wie versteinerte Völker. Schwarzbronzene Hirsche, von Künstlern als Statuen gegossen, ruhen auf Steinsockeln. Aber auch Hunderte von lebenden Rehen und Hirschen gehen in großen Rudeln zahm auf allen Wegen, zahmer als Hühner in einem Hühnerhof. Als jene Frau mit dem Bahnzug nach Nara kam, stand ein großes Gewitter über dem Wald. Aber sie fürchtete sich nicht, nahm am Bahnhof einen Rikscha-Wagen, fuhr bis zum Eingang des Waldes und schickte den Wagen zurück. Hier in Nara betete die Frau meist zu ihrem ältesten Sohn und kniete viele Stunden in der Halle des großen Daibutsu, welches eines der riesigsten Buddha-Bilder Japans ist. In einem roten, mächtigen Holzbalkenhaus sitzt der haushohe Buddha, alt und schwerfällig geschnitzt, bräunlich vergoldet auf einer ungeheuren Lotusblume. Sein runder Kopf reicht bis unter das Dach des Tempels. Drei haushohe Flügeltüren stehen offen, aber das Licht von den Wiesen draußen kann den mächtigen Kopf, der bis in die Dämmerung des Dachstuhles reicht, kaum erhellen. Die Frau war in den Tempel getreten, kniete auf den Strommatten nieder und vertiefte sich in ein stilles Gespräch mit ihrem verstorbenen ältesten Sohn. Da rollte der ferne Donner und war wie die näherkommende Stimme eines Gottes über ihr. Die schwüle Gewitterluft machte die große, dunkle Tempelholzhalle noch dumpfer, und der Geruch des Räucherwerks und der Geruch der alten, sonnengewärmten Holzbalken wurde der knienden Frau wie eine Last, als ob sich der schwere, mächtige Buddha über sie böge. Und sie mußte an den Mann denken, der sie Tag für Tag in Kyoto im Tempel der 5000 Genien umarmt hatte. Der Regen prasselte jetzt draußen auf das Tempeldach und auf die ungeheure Holzgalerie vor dem Tempel. Ein Blitz flog herein, und der große, goldene Buddha erschien für den tausendsten Teil einer Sekunde hell bis unter das Dach. »Ist es wahr, Gott,« dachte die Frau, »daß die Wollus den Tempel nicht schändet? So laß den Mann aus Kyoto eintreten und mich in Nara hier bei dir wiederfinden.« Über die Holzgalerien draußen kamen jetzt hunderte von Schritten, Schritte über die Wiesenwege, Menschenstimmen aus den Wäldern, Männer, Frauen und Kinder lachend und kreischend, die, vor dem Gewitter flüchtend, in die Halle des großen Daipuzo eindrangen. Die knieende Frau wollte wieder zu ihrem Sohn beten, aber der Lärm des Regens, der vielen humpelnden Füße von Wallfahrern und der Menschenstimmen zerstreute sie, so daß sie unter die Gruppen der Leute an eine der offenen Türen trat und dem Sturzregen zusah, der die Landschaft in einen weißen Nebel hüllte. Blitz um Blitz blendete sie, daß sie sich von der Tür weg gegen die Gesichter der Menschen wenden mußte, von denen einzelne Gruppen, weiß im finstern Tempel, bei jedem Blitz aufleuchteten. Neben einer kleinen Frau und umgeben von einer Schar von Kindern entdeckte sie plötzlich einen Mann, der ihrem Sohn, zu dem sie eben gebetet hatte, ähnlich sah. So müßte ihr Sohn jetzt aussehen, so seine Frau und seine Kinder, wenn er jetzt lebte und glücklich wäre. Bei dem zweiten Blitz aber erschrak sie. Es war nicht mehr das Gesicht ihres Sohnes, es war jener Mann aus Kyoto mit seiner Familie, die hier vor dem Gewitter in den Tempel geflüchtet waren. Bei dem dritten und vierten Blitz erkannte sie ihn deutlich und sah weg. Sie schlug rasch ihren kleinen Fächer auf, versteckte ihr Gesicht dahinter, drängte sich aus dem Tempel hinaus und eilte mitten in den prasselnden Regen den Hügelweg hinunter in die graue, dampfende Sommerlandschaft. Weit weg stellte sie sich unter einen Zedernbaum, versteckt hinter einer Steinlaterne. Ihr Haar war vom Regen aufgelöst, ihr Fächer aufgeweicht. Sie hatte ihre Schmucknadeln aus dem Haar verloren, ihr seidenes Festkleid klebte an ihr wie eine Fischhaut. Sie weinte und weinte. Sie hatte doch nicht wissen wollen, ob der geliebte Mann verheiratet wäre, ob er eine Familie hätte. Sie hatte diesen Geliebten zu einem Gott, zu einer Erscheinung machen wollen, zu einer wollüstig, gruseligen Tempelvision. Sie hätte sich gern blind geweint, um das Bild aus ihren Augen auszulöschen und den Schützen aus dem Tempel der 5000 Genien nicht als Gatten und Familienvater sehen zu müssen. Der Platzregen ließ nach und die Spitze der roten, sechseckigen Pagode über den noch regendampfenden Wiesen schien im Abendrot Feuer zu fangen. Das Abendrot ging durch die Wiesendämpfe, färbte die Zedernstämme rot, die Scharen der grauen, mosigen Steinlaternen braun wie Kupfer. Das Abendrot beruhigte die Frau und gab ihr wieder den Glauben an inbrünstige Ungeheuerlichkeiten. Sie lächelte und fühlte sich rot durchdrängt von dem abenteuerlichen Licht und sagte ganz einfach, die Blitze haben gelogen. Der Mann im Daibutsu-Tempel war eben nicht der Mann aus dem Tempel der 5000 Genien, den ich wie die Abendröte mit Inbrunst liebe. Er kann nicht zugleich hier und in Kyoto sein, wo ich ihn gestern verließ, ohne ihm etwas von meiner Reise nach Nara zu sagen. Aber sie getraute sich doch nicht noch einmal zum Daibutsu-Tempel zurückzugehen und sich zu überzeugen fehlte ihr der Mut. Die Frau warf ihren zerknitterten Fächer fort, strich ihre Frisur glatt, schob ihren Gürtel zurecht und machte sich gesittet auf den Heimweg zum Bahnhof von Nara. Sie reiste durch Kyoto ohne den Tempel der 5000 Genien aufzusuchen und ging nach Seta in ihr Haus zurück, tagsüber gepeinigt von dem Gedanken, daß der Mann, den sie in Kyoto liebte, Frau und Kinder hätte. Sie wurden nur am Abend erlöst von dem fantastischen Abendrot, das sich über Seta in den wunderbarsten Blutlinienwellen hinzieht, so daß alles Unwahrscheinliche wahrscheinlich wird, so daß die Bäume blutrot wie Korallenwälder werden und die Hügel wie die Brüste und Körperlinien hingelagerter Männer und Frauen, als sei die Erde hier am Abend zu Menschenfleisch und Menschenblut geworden und kenne nichts als umarmte Wollust und Liebe. Die untergehende Sonne am Himmel ist dann in ihrer Röte nur wie eine kleine Kerze in einem roten Gemach, in dem sich zwei umarmt halten, wo das Licht keinen Sinn hat und keinen Wert, weil die zwei von Leidenschaft entbrannt sich mit geschlossenen Augen ohne Licht sehen. Im Abendrot wurde der Biwasee rotgoldig glitzernd und wie von fünftausend goldenen Lanzen Spitzen und goldenen Heiligenscheinen bewegt. Die Diele und die Wände im Hause jener Frau wurden düsterrot, als wären sie die uralten, düsterroten Balken des Genientempels in Kyoto, als wäre in dem Haus der Frau irgendwo die geheimnisvolle rote Balkentreppe, wo sie in der roten Tempeldunkelheit auf der obersten Stufe hinter dem hohen Geländer Tag für Tag den Mann treffen könnte, der sie wie das Feuer der Abendröte schnell umarmte und nach der Umarmung wie die Abendröte in das Unbekannte wieder versenke. In den kältesten Wintertagen konnten die Bewohner von Seta jene Frau zur Spätnachmittagsstunde an den geöffneten Fenster sehen, das auf das flüchtige Winterabendrot hinaus sah. Die Frau, die einen kleinen Fächer schwang, als wäre es ihr heiß im Abendrot, trotzdem der Schnee auf dem Geländer des Altans lag und auf den Dächern der Holzhäuser von Seta. Auch wenn die Abendsonne im Winternebel keine Kraft zum Röten des Himmels hatte und nur wie ein kleiner Tropfen roter Kirschsaft das weiße Laken des Himmels betupfte, saß die Frau zwischen den zurückgeschobenen Papierwänden ihres Teezimmers und fächelte sich, als müßte sie das Abendrot mit jedem Fächerschlag anschüren. Der Frühling kam, und die Frau fürchtete sich immer noch vor einer Begegnung mit dem geliebten Mann und vor einer Enttäuschung. Sie beschloss, eine große Reise zu den Tempeln von Niko zu machen, im Norden Japans, um dort zu ihrem zweiten Sohn zu beten. Die kurzweilige Bahnfahrt dorthin zerstreute sie, und sie lachte sich unterwegs wegen aller ihrer Zweifel aus, und war schon, ehe sie nach Niko kam, ganz im Klaren, daß der Mann in Nara niemals der Mann von Kyoto sein könnte, daß sie sich einfach in der Ähnlichkeit getäuscht hätte. Und sie nahm sich vor, sobald sie von ihrer Wallfahrt nach Niko zurückkäme, wollte sie den Tempel der 5000 Genien wieder aufsuchen, und versuchen, den Schützen zu treffen, der ihr versprochen hatte, sie 5000 Mal zu umarmen. Das Rasseln der Eisenbahnräder, das Vorüberfliegen großer Plakatfiguren, gemalter Männer und Frauen, die an den Bahngleisen amerikanische Fahrräder, deutsches Bier, englische Grammophone anpriesen, das eilige Leben in den Eisernen Bahnhof Hallen, alle die vorüberhastenden Eindrücke gaben der entmutigten Frau neuen Wirklichkeitsmut, und sie begann sich innerlich zu verspotten, und bedauerte den langen Winter, der damit vergangen war, daß sie sich nur vom Abendrot in Setar, aber nicht von ihrem Geliebten hatte umarmen lassen. Die schiefergraue Bergwelt von Niko, mit einer Silbersonne über den silbernen Kiesbächen, mit blausteinigen Schluchten, deren Ränder von schwarzen zerzausten Kryptomerien umstanden sind, tauchte auf. Das liebliche Japan war verschwunden, und ein heroisches Japan lag hier, mit nasser Felsenschlucht, mit senkrechten weißen Wasserfällen unter einer Sonne, die einem weißen Metallspiegel glich. Wie kupferrote Wimpel hing das rotblättrige Frühlingslaub der Ahornbäume über den Gebirgswegen. Hier und da blühten auch ein paar rosige, wilde Kirschbäume, und an der Sonnenseite der Abhänge ganze Wälder von rosigen Kamelienbäumen. Das Bergwasser der Nikoschlucht aber glitzerte, als wäre es die eherne Kette eines Rosenkranzes, daran Tausende von Gebeten gebetet werden. Die Frau suchte die Tempel auf, die auf grünen, dunklen Waldterrassen, mit blaubronzenen Dächern und rotem Gebälk, wie verwunschene Waldschlösser unter bärtigen, tausendjährigen Kryptomerienbäumen liegen. Viele Tempelwände sind mit kopfgroßen Chrysanthemum-Blumen aus erhabener Perlmutterarbeit geschmückt und leuchten in sieben Regenbogenfarben. Auf anderen Wänden sind aus goldenem Lack in Relief erhabene goldene Löwen und goldene Tiger in springender Stellung gearbeitet. Auf anderen aus rotem Lack rote Fasane, aus grünem und blauem Perlmutter Pfauen, aus Elfenbein weiße Kaninchen und weiße Rehe und ganze Elfenbein Wände voll von weißen und bläulichen Peonien, umgeben von Schmetterlings Scharen aus Perlmutter. Diese kostbaren Tempelwände unter grünen Waldbäumen, unter blau und weißem Wolkenhimmel und umwandert von gelbem Sonnenschein scheinen mit ihrem irisierenden Perlmutter eine lebende Welt von immer blühenden hochzeitlichen Blumen und eine unvergängliche Welt von sich tummelnden wilden und zahmen Tieren zu sein. Die Frau kam auf die erste Terrasse, wo die drei berühmten Affen auf einem Tempeltor dargestellt sind, geschnitzt und bemalt. Der erste Affe hält sich die Augen zu, der zweite Affe die Ohren, der dritte Affe hält sich den Mund zu. Und ihre Bedeutung ist, du sollst nichts Böses sehen, du sollst nichts Böses hören, du sollst nichts Böses reden. Wie leicht ist das getan für den, der geliebt wird, und wie schwer für den, der an der Liebe zweifeln muss, dachte die Frau und ging an den drei Affen vorüber. Und sie kamen zu dem schönsten aller Tempeltore, dessen weiße Säulen sind mit erhabenen Schnitzereien, mit Bäumen, Schilf, Kranichen, Drachen und Wolken geschmückt. An den Friesen der Säulen entlang wandern Scharen von winzigen kleinen Göttern. Dieses Tor ist so vollkommen gearbeitet, dass es, als es fertig war, den Neid der Götter erweckt hätte, wenn man nicht an einer der Säulen absichtlich einen ungeschickten Fehler angebracht hätte, um die neidischen Götter zu versöhnen. So vollkommen wie dieses Tor wäre die Liebe zweier Menschen auf Erden und die Götter würden die Menschen beneiden müssen, wenn sich nicht glücklich Liebende immer einen künstlichen Liebeszweifel erfänden, dachte die Frau und ging durch das kostbare Tor in den Tempelhof der zweiten Terrasse. Hier ist zur rechten Hand über einer Tempeltür von einem Maler eine lebensgroße weiße Katze gemalt. Sie scheint zu schlafen und schläft schon Jahrhunderte. Aber wer sie lange ansieht und sich einen Herzenswunsch dabei denkt, dem kann es, wenn sein Wunsch in Erfüllung gehen darf, begegnen, dass die schlafende Katze ihre Augen öffnet und ihn anblinzelt. O ihr Götter, wünschte die Frau die Katze über dem Tore betrachtend, lasst eure Tempelkatze die Augen öffnen und mich ansehen, wenn mein Geliebter in Kyoto und jener Mann, den ich in Nara sah, zwei verschiedene Männer sind. Die Frau starrte die schlafende Katze an, aber die gemalte Katze hielt die Augen geschlossen und blinzelt nicht. Ist es möglich, dass ich Recht gehabt haben sollte? Die beiden Männer sind einer und derselbe gewesen und mein Geliebter hat eine Familie und macht eine andere Frau außer mir glücklich. O weiße Katze, schlage doch die Augen auf und sage damit Nein. O ich will dich ansehen, bis ich blind werde. Die Katze hielt die Augen geschlossen und die Frau verzweifelte und ihr Herz schmerzte, als würde es ihr ausgerenkt. Gut, O Götter, wenn ihr diesen Wunsch nicht erfüllt, sprach sie plötzlich entschlossen, dann laßt mich dem Mann noch einmal begegnen, um mich zu überzeugen, und zweifle ich dann nicht mehr, dass es derselbe ist, dann laßt mich blind werden mein Leben lang. Schlafende Katze, öffne jetzt deine Augen und sage Ja. Die Frau zitterte und hielt sich mit den Fingerspitzen an einer roten Lackwand des Tempelhofes. Die großen Kryptomerienbäume über den Tempeldächern bewegten sich schaukelnd für ein paar Sekunden und warfen Licht- und Schattennetze über die Tempeldächer, über die Lackwände und über die gemalte weiße Katze. Und im Licht- und Schattenspiel schien sich die weiße Katze zu bewegen. Sie blinzelte und zeigte für eine Hundertstel Sekunde ihre senkrechten Pupillen. Sie hat mich angesehen, seufzte die Frau und klapperte humpelnd auf ihren Holzschuhen, demütig mit gesenktem Kopf, als wäre sie um viele Jahre gealtert, durch die schmale Vorkammer in den Seitentempel. Da drinnen war ein langes Gemach, und hinter langen Glaswänden lagen in seidenen Futeralen die Schwerter verstorbener japanischer Helden und Könige, ihre Rüstungen und ihre Helme aus Lack, Kork und Holz geschnitzt und mit Bronze beschlagen. Auch große Bogen und Köcher mit Pfeilen standen da. Die Frau blieb unwillkürlich vor einem großen schwarzen Bogen stehen und legte ihre warme Stirn an die kühle Glasscheibe des Glasschrankes. Es war ganz menschenleer hier, nur vorher hie und da waren ihr Pilger begegnet auf den Treppen und den Terrassen der Tempel, Männer und Frauen aus allen Teilen Japans, welche Nico besuchen. Wie sie jetzt an der Glasscheibe lehnt, sieht sie in dem spiegelnden Glas durch dieselbe Tür, durch die sie in die lange Kammer eingetreten ist, einen Mann kommen, der eine weißhaarige, gebeugte, alte Frau begleitet. Die kleine Alte stützt sich auf einen Stock und auf den Arm des Mannes und sagt zu ihm »mein Sohn«. Die Frau wendete ihren Kopf betroffen von der Glasscheibe, und warf nur einen Blick über ihre Schulter. Dann sah sie rasch wieder in den Glasschrank zurück, als wollte sie ihr Gesicht im Glas verbergen. Sie hielt den Atem an und ließ den Mann und die alte Frau an ihrem Rücken vorüber gehen. Die Götter hatten ihr ihren Wunsch erfüllt. Sie hatte ihren Geliebten noch einmal gesehen, und sie wußte nun auch, dass er eine Vater und Gatte war, so wie sie ihn in Nara gesehen hatte, dass er auch Kindespflichten kannte, seine alte Mutter an seinem Arm stützte, und dass er ihr nun nie mehr der Gott der Abendröte sein könnte, der Gott des Unbekannten, des Abenteuerlichen, der Gott der Inbrunst ohne Pflichten und ohne Schranken. Und nun wollte sie blind werden und nicht mehr in der Gegenwart und Wirklichkeit leben, sondern im Dunkeln sitzen wie ein Herz in der Brust, ohne Licht, nur vom dunklen Blut umgeben. Gealtert und bekümmert kehrte die Frau von ihrer Wallfahrt nach Seta an den Biwasee zurück, ohne den Tempel der 5000 Genien in Kyoto zu besuchen, wie sie sich vorgenommen hatte. Ein brennender, feuriger Sonnensommer verwandelte den Biwasee täglich in eine weißglühende Masse. Zwischen dem flammigen Spiegel des Sees und dem flammigen Spiegel des Sonnenhimmels saß die Frau auf dem Altan ihres Hauses oder in einem schaukelnden Boot und ließ sich die tausend funkelnden Sonnenscheiben, die sich in den Wellen brachen, wie tausend Brenngläser in ihre Augen stechen. Wenn sie vor Schmerzen die Augen schloß, saß sie in einer feuerrot durchflammten Dunkelheit, als wäre sie mitten im Abendrot von Setar, als wäre sie die rote, untergehende Sonne selbst. Sie wurde blind, wie sie gewollt hatte. Aber auch erblindet sahen sie die Leute von Setar, Sommer und Winter, Abend für Abend mit dem Fächer auf dem Altan sitzen, zu der Stunde, wo das Abendrot in Setar die irdischen Landschaften zu roten Götterlandschaften verwandeln kann und die irdischen gesetzmäßigen Menschengesichter in berauschte unirdische Göttergesichter. An einem Winternachmittag, als der Nebel des Sees so dick lag, daß die Sonne schon am Mittag im Winterrauch wie eine papierne Scheibe blass verschwand und ein Hauch von Abendröte erschien, saß die Blinde wieder mit begeistertem Ausdruck auf dem Altan und beschrieb der Dienerin, die ihr den Tee brachte, daß sie rote Wolken sähe, rot wie das Tempelgebälk eines Kyoto-Tempels und daß 5000 goldene Genien mit 100.000 goldenen Armen über die roten Wolken geschritten kämen und daß ein Bogenschützer an der Spitze der 5000 ging. Er winkte ihr auf der obersten Stufe einer roten Treppe. So schön wie heute sah ich das Abendrot von Seta noch nie, sagte die Blinde und legte den Kopf an das Altarngeländer, von dem der kalte Schnee abbröckelte. Ihre kleine Teetasse klirrte. Sie setzte sie mit zitternden Fingern auf den Boden. Sie fächelte sich noch mit dem Fächer, in des ihr Gesicht die Helle des Schnees annahm. Dann starb sie lächelnd. Ende von Teil Zehn Elf von Bogenlampen in die Nacht. Sie beleuchten einen Landungskai im Hafen von Marseille. Wie ein langer weißer Kreideblock liegt dort ein weißer eiserner Orientdampfer mit hunderten von runden gelbleuchtenden Kabinenfenstern. Rot, gelb und weiß beschienene Gesichter und viele beleuchtete Hände und Arme hantieren in der Nacht auf der Plankenbrücke und um die klirrenden Ketten der Verladungskähne, wo Haufen von Koffern, Reisekörben und Reisekisten verstaut werden. Durch die langen schneeweißen Korridore drinnen im Dampfer eilen schneeweiß bekleidete Inder mit schwarzen Gesichtern und schwarzen Händen aus prächtigen Küchen, in denen üppiges Kupfer leuchtet, in die prächtigen Speisesäle, die von rotem Mahagoniholz und blanken Messingsäulen von Prunk und Gediegenheit strotzen, darin alles seltsam Stille steht, in dessen die bittere, bewegliche Seeluft durch die Glühlampen hellen Räume und durch die Korridortüren wie ein unruhiges Fluidum streicht. Diese Seeluft, die in dem Schiffspalast, auch wenn er am Kai still steht, immer noch allen Räumen quecksilberhafte Ungeduld gibt, wie der Saft einer Pflanze, die man vom Wald ins Zimmer geholt hat. Ein ruhiges Schiff ist kein stillstehender Gegenstand, denn die Wanderluft, die auch im Hafen noch um seine Räume streicht, lässt es nicht schlafen und nicht tot erscheinen. Die Offiziere, Matrosen und Bedienungsmannschaften behalten auf dem ruhigen Schiff immer noch das bittere Fieber der Seeluft in der Brust und allen erscheint Ruhe als ein Unglück und Wandern als das alleinige Glück. Das Schiff legt nachts in Marseille an und soll morgen um neun Uhr früh seine Weiterfahrt nach Asien und Japan antreten. Die meisten Passagiere haben für ein paar Nachtstunden das Schiff, das schon aus London kommt, zu einem kurzen Aufenthalt in Marseille verlassen, um wieder einmal Abend Brot an Land zu essen, denn das Schiff ist schon seit mehreren Jetzt neigt sich die Nacht ihrem Ende zu. Die elektrischen Lampen brennen noch, aber der Himmel wird schon blau und Scharen von lachenden und etwas kindisch scheiteren Passagieren kehren aus den Nachttheatern und Nachtcafés der Stadt zurück. Junge Leute haben rote und blaue Kinderluftballons an ihre Hüte gebunden, die Damen haben sich Arme voll Blumen gekauft, Winterfeilchen von der Riviera und alle Gesichter sehen belustigt aus, als kehrten diese Menschen von einem Volksfest heim. Alle haben sie nur für ein paar Stunden mit ihren Füßen die Erde besucht, die schöne, ruhige, stillstehende Erde mit ihrem irdischen Staubgeruch und die hat die Passagiere im Herzen so überschwänglich und warm gestimmt. Jetzt müssen alle wieder auf die schwankenden Schiffsbretter, zurück auf das bucklige Meer, in die staublose, unirdische Seeluft, in der ihnen die Sonne noch treu bleibt, wo aber die Erde meilentief in das Wasser sinkt. Ein blauer, lauer Januarmorgen brach an, die Lampen am Kai und im Schiffsinnern verloschen, dafür zündete die Morgensonne tausend Lampen in den tausend Wellenspiegeln an, und die Messinggeländer des schneeweißen Schiffes, seine roten Schornsteine und zinnoberroten Ventilatoren leuchteten wie die künstliche Kulissenwelt eines Theaters, aufgebaut unter dem indigo-blauen Mittelmeerhimmel. Am Kai standen Verkäufer von Bergen von hölzernen Segeltuchstühlen, die sie an die Passagiere für die weite Seereise nach Asien verkauften. An der Abfahrtshalle vor der Telefonoffice drängten sich die Reisenden, schrieben auf umgestülpten Koffern, Tonnen und Kisten Telegramme, die letzten Abschiedsgrüße aus dem letzten europäischen Hafen nach den Heimatorten. An den langen Geländern des Promenadendecks standen sie Kopf bei Kopf, Ellenbogen bei Ellenbogen. Viele kleine Kodaks knipsten und fingen das Hafenbild. Auf der nassen Kaimauer vor der Reihe der Packträger und Verlader hatte ein Athlet einen braunen Teppichfetzen ausgebreitet. An dem einen Ende des Teppichs tanzte in gelbem Trikot und rosa Tüllröckchen seine zehnjährige Tochter und klapperte mit Kastagnetten, armselig und ungeschickt. Auf der anderen Ecke des Teppichs stand der Sohn des Athleten in blauem Trikot und spielte auf einer dünnen Violine. Auf der dritten Ecke lagen Gewichtsteine und Kugeln und auf der vierten Ecke des Teppichs stand der Athlet selbst in schmutzig weißem Trikot und stemmte die Gewichtkugeln, Kanonenrohre und eisernen Wagenräder. Die Schiffsirene hatte bereits mehrmals ihre gellenden Abfahrtssignale gegeben. Der Athlet, die kleine Tänzerin und der kleine Geiger rauften sich mit den Packträgern um die Kupfersu-Stücke, die wie ein brauner Hagel vom Schiff auf den Kai regneten. Scharen englischer Klerks, die nach Indien reisen wollten und rote whisky trunkene Gesichter aus dem Nachtleben von Marseille mitgebracht hatten, brüllten im Chor Hundert Cheers for Old England. Dann bewegte sich wie eine Drehbühne das mächtige Schiff vom Ufer weg. Die sich balgenden Leute am Ufer, die Ladungshallen verkleinerten sich, als schrumpften sie in irgendeine Tasche hinein. Erdbilder, Felsenufer, weiße Kalksteingebirge, graue Dächereien drehten sich wie Bilder, gemalt auf einen Riesenkreisel vorüber. Das Schiff schien still zu stehen, aber wurde zu einer ungeheuren Kugel, die sich unter dem Schiff drehte. Allmählich liefen die Bilder immer kleiner, ferner und farbloser wie Nebelwische vorüber, und nun nahm der gewaltige Rausch der Seeluft das Schiff in sich auf, und das Ungeheuer, der endlose Himmel, machte die lauten Passagiere still, löste nicht nur die Erde unter den Füßen, sondern nahm auch den Gedanken jede Festigkeit und Sicherheit, machte das Blut argwöhnisch, die Füße schwankend, die Gehirne ohnmächtig. Hunderte von Deckstühlen wurden an die Geländer gebunden, daß sie nicht von dem Seegang hin und her rutschten. Unter riesigen Riesenkappen, in ungeheuren Reisemänteln und vielfarbige und karierte Schals gewickelt, lagen die Passagiere ausgestreckt in endlosen Reihen auf dem weißen Promenadendeck. Die weißgetünchten Eisenwände, die sachlichen Eisengeländer, die alle gerade und senkrechte Linien zeigten, flüßten Sicherheit, aber auch Nüchternheit ein, als wäre das Schiff ein riesiger physikalischer Apparat in einem Laboratorium, als wären die Menschen Präparate, die da künstlich aufbewahrt würden, bis zur Landung an einem anderen Kontinent. Unter den Schiffspassagieren, die da in Reih und Glied in Liegestühlen auf den langen Decks schlagen, als wären die Deckpromenaden Lazarette, fielen zwei Japaner auf, die von zwei deutschen Damen, einer jungen Rotblonden und einer alten Weißhaarigen begleitet waren. Es waren die beiden Schauspieler Kotsuma und Okuro, die mit der Sadayako-Truppe eine Europatournee unternommen hatten und jetzt getrennt von der Truppe nach Japan zurückkehrten. Okuro hatte sich eben erst mit einer deutschen Dame verheiratet, und diese, welche immer mit ihrer Großmutter zusammengelebt hatte, wollte sich auch nicht in der Ehe von ihr trennen. Darum begleitete die achtzigjährige Weißhaarige Alte das junge Ehepaar nach Japan. Die beiden Japaner waren europäisch gekleidet, nur ihre gelben Gesichter und ihre kleinen Figuren fielen unter den langen rosa heutigen Engländern auf. Ilse, Okuros junge und schöne Frau, hatte Goldglanzhaare, Rotgold wie der rote Metallglanz der Goldfische. Sie trug ein smaragdgrünes Reisekleid und war unter allen den braunen, grauen und schwarz karierten Engländerinnen und Engländern wie ein Sonnenprisma. Ihre gute Laune gab ihrem Wesen die Fülle eines freigiebigen Sommers. Die Großmutter neben ihr mit dem weißen Haar, das wie ein alter Silberschmuck den Kopf umgab, lachte ebenso wie ihre Enkelin immer mit blauen Augen, und ihr Gesicht war wie ein sonniger Wintertag, frisch und lautlos. Nie sind zwei Menschen fröhlicher und sorgloser in die Zukunft gereist als diese beiden Damen. Okuro hatte sich ein Vermögen durch seine Tournee verdient. Ilse wußte nicht, was sie mehr an ihrem Mann schätzen sollte, die ausgesuchte Fürsorge, mit der er sie umgab, die große Anspruchslosigkeit, mit der er auftrat, oder die große Leichtigkeit, mit der er alle Schwierigkeiten lächelnd aufnahm. Nur eines machte ihr Unruhe, Sie verstand allmählich, daß ein Asiate nicht ist wie fünf und fünf ist zehn, sondern daß bei ihm fünf und fünf einmal tausend und einmal null sein kann. Sie ahnte, daß sie noch nicht den hundertsten Teil von dem Gehirn ihres Mannes kannte, und manchmal merkte sie, daß seine kleinen asiatischen Augen, die eben noch rosinensüß und lächelnd ausgesehen hatten, plötzlich schwarz und bitter wie Gallapfelsaft werden oder sogar tödlich, vernichtend wirken konnten wie schwarze, funkelnde Tollkirschen. Aber gerade, daß sie seiner nicht sicher war, daß sie seine Weltallruhe und sein göttliches Aufgehen im Verstehen Verstehen des Kleinsten bewundern und dann wieder plötzlich erschrecken mußte vor tierischen Kehllauten, die er ausstoßen konnte und die bestialische Leidenschaftlichkeit vermuten ließen, dieses machte Ilses Seele sanft wie ein Kaninchen, das man mit einer Klapperschlange zusammengesperrt hatte. Sie war ihm in die Ehe gefolgt, weil sie sich nach einer Welt von Abenteuern sehnte, nach exotischen Geheimnissen. Als der rauchende und erhitzte Dampfer zwischen dem blauen Äther des Mittelmeer Himmels und dem glasblauen Wasser des Mittelmeers sich jetzt von Europa trennte, um Afrika und Asien zu erreichen, erschien Ilse das weiße blendende Schiffsgerüst in der Bläue ringsum wie der weiße Silberkörper eines Riesenfisches, der viele Meilen in die Bläue untergetaucht wäre und unter den Meeren mit ihr Fortschwemme. Nur das gelbe Stück Sonne oben war wie ein Stück Land, das in die Bläue herabschiene. Und sie hoffte, so verzaubernd wie das Meer, so von Grund aus sollte sich jetzt ihr Leben in der Zukunft verändern, daß alle Begriffe sich umstülpten. Aber Aber als in der zweiten Nacht die elektrischen Keilampen von Messina, das damals noch nicht untergegangen war, in langer Reihe vorüberzogen, nahm Ilse ihrem Mann Okuru, der neben ihr im Deckstuhl saß und in der Dunkelheit nur am roten Punkt seiner Zigarette ihr kenntlich war, die Zigarette aus dem Mund, warf sie über Bord und sagte schmollend in ihrer Flitterwochenstimmung, Geliebter, wie kannst du rauchen und dich mit einer Zigarette lautlos unterhalten? Ich bin eifersüchtig auf deine Zigarette und deine Ruhe bei ihr. Ich bin noch keine so alte ruhige Frau wie meine Großmutter, welche einschläft, wenn du stundenlang schweigend rauchst. Ich möchte lieber, daß du mich erwürfst, ins Meer wirfst oder irgendetwas Böses mit mir tust, aber ich mag nicht, daß du so ruhig und gleichgültig neben mir rauchst. Wir kennen uns noch nicht auswendig, nur ist das, als wärest du mir untreu, wenn du die Zigarette mehr liebst als mich. Darauf antwortete der junge asiatische Ehemann, wenn ich Diener brauche, die dich und mich bedienen, so bin ich deshalb nicht ein schwacher Mann, der sich nicht selbst bedienen könnte. Wenn ich eine Zigarette brauche, die mir Ruhe gibt, so habe ich deshalb dich nicht aus meinem Herzen verstoßen, denn dich brauche ich natürlich erst recht zu meiner Ruhe. Die Zigarette allein würde mich nicht genügend mit Ruhe bedienen. Ilse fuhr schnell und heftig auf. Wenn du vielleicht statt der Zigarette eines Tages eine andere Frau brauchst, die dich mit Ruhe bedienen müßte, dann dürfte ich auch nicht unruhig werden, Okuro. Dieser lächelte und sagte noch ruhiger, in Japan liebt ein Mann seine Frau immer, solange er sie nicht fortschickt, und Frauen fragen bei uns nicht nach den Wegen, die ein Mann gehen muss, die ihn Ilse wurde noch heftiger, du darfst also viele Frauen lieben, wenn es dich zum Mann macht, und ich soll keinen Schmerz empfinden, wenn du deine Nächte mit anderen Frauen teilst, und deine Umarmungen, deinen Leib und dein Herz anderen Frauen gibst, wo ich doch dachte, daß der Tag der Hochzeit dich mir ganz und gar geschenkt hätte. Nicht ich bin dein, sondern du bist mein geworden, antwortete ruhig der Japaner. Ich bin ich geblieben und bin durch dich mehr geworden, aber du bist seit dem Tag unserer Hochzeit nach unseren asiatischen Begriffen verschwunden und bist nicht mehr. Ich bin also schon, lachte Ilse, an dem Tag unserer Hochzeit ins Nirwana eingegangen und gehöre jetzt zu den Toten. Ja, Ilse, größtes Glück ist Nirwana und die Frau, die sich nicht um das wirkliche Leben zu kümmern braucht, um Geld verdienen und Staatsgeschäfte, kann deshalb schon am Tag ihrer Hochzeit ins Nirwana eingehen, der Mann erst am Tage seines Todes. Aber ich will gar nicht im Nirwana sein, wenn du nicht darin bist, rief die junge Frau eigensinnig, und solange du im gewöhnlichen Leben bist, will ich auch eine gewöhnliche Lebende sein. Okuru sagte ruhig, die Götter haben euch Frauen keine Knochen gegeben, um im gewöhnlichen Leben so fest zu stehen wie der Mann. Dieses war das erste von hundert ähnlichen Gesprächen, welche Ilse und Okuru in ihren Deckstühlen liegend oder um die Schiffsschornsteine promenierend morgens, mittags und abends führten. Seit Europa verschwunden war und das nach Asien schweifende Meer vor ihnen lag, bauten sich die Gedankenwelten der beiden neuvermehlten in der Leere des Meeres wie die Ufer von zwei einander gegenüberliegenden Ländern voreinander auf. Nie hatten die beiden in den lebendigen Alltagsstunden des zerstückelten Tageslebens von Berlin, wo sie sich kennengelernt hatten, Muße gefunden, mehr voneinander zu sehen, als nur leichte Beleuchtungen unterhaltende Augenblicksbilder ihres Herzens. Jetzt aber unter der unendlichen Weite auf der Reise über die halbe Erdkugel, die vor ihnen lag, unter der Riesenruhe des körperlosen Himmels und des unbegrenzten Wassers und in der Ruhe der unendlichen Einförmigkeit des kasernenhaften Schiffslebens wuchsen die Betrachtungen der beiden wie meilenlange Seeschlangen, die unterirdisch dem Schiff folgten und hie und da in großen Wellenlinien an die Oberfläche kamen. Bei dem ersten Gespräch von dieser Art, das bei Nacht in der Meerenge von Messina geführt wurde, sahen sich die beiden nicht. Ihre Deckstühle standen großen Rettungsboten und es war zu der späten Stunde, da die Deckbeleuchtung der gelben Glühbirnen halb gelöscht ist. Es fehlte diesem Gespräch das Echo der Gesichtsminen und Bewegungen und da es als erstes Gespräch nicht zu Ende geführt wurde und da sie danach nur immer ihre Stimmen im Ohr und nicht ihre Gesichter gesehen hatten, so blieb dieses Gespräch wie ein ewig dunkler verborgener Keim, der auf dem beweglichen Schiff und auf der Bodenlosigkeit der Meerestiefe keine Wurzeln fassen und nicht ausgerissen werden konnte, sondern mit ihnen schwamm und anwuchs wie ein millionenfingriges Seegewächs. Als Ilse und Okuru die erste Landstation, die lange weiße Molenmauer von Porzeit unter dem grünlich-blauen Afrikahimmel sahen, da hingen die Gespräche über die verschiedenen Denk- und Empfindungsweisen der beiden wie der Schaum des Fahrwassers hinter ihrem Schiff. Ihre Gedankenwell schrumpfte aber sofort ein und verflüchtigte sich zu einer angenehmen Gedankenlosigkeit, als die beiden mit Kuzuma und der Großmutter für ein paar Stunden in den langen Basarstraßen von Port Said unter Ägyptern, Arabern, Abessiniern in den Straßencafés saßen und den Millionärstöchtern der Amerikaner zu sahen, die, mit den üppigsten Pelzen bekleidet hier in dem nächtlich-kühlen Ägypten landeten und den kleinen Port Saider Bahnhof belagerten, um den Schnellzug nach Kairo und in das Wüstenland nach Heluan zu besteigen. So wie sich Ilse von schwarzhäutigen Afrikanegern in langen, weißen und blauen Leinwand Hemdkleidern umgeben sah, von den schwarzen Schultern und Gesichtern, die wie eine Schar lebendig gewordener riesiger Kaffeebohnen hier am Kai durcheinander liefen, fühlte sie sich magdhaft, fraulich und sehnte sich schutzsuchend neben ihrer Großmutter nach ihrem Mann. Wenn sie sich dann umsah und hinter ihr Okuru und Kutsuma gingen, fühlte sie keine Sicherheit, keine Ruhe, denn die zierlichen gelbhäutigen Japaner waren hier in Afrika noch weniger zu Hause als in Europa, und Okurus gelbe Gesichtsfarbe erschien ihr lächerlich und leichenhaft neben der schönen Pulverfarbe der Afrikaner. Hier am Land waren es jetzt nicht nur die Gedanken der Europäerin, die gegen die Gedanken des Asiaten Wort Gefechte führten. Es war noch schlimmer, es war der Körper selbst, der dem Herzen abtrünnig zu werden schien. Als sie am Abend zum Schiff zurückkehren mußten, ging die junge Frau früher als sonst zu Bett, sie schloß ihre Augen hartnäckig und stellte sich schlafend, als Okuru ihr Haar streichelte und ihr ein paar zärtliche Worte zuflüsterte. Ilse hütete sich wohl, der Großmutter am nächsten Tag von ihren schwankenden Gedanken und Gefühlen zu erzählen. Auf dem Weg über das Mittelmeer nach Afrika hatte sie geglaubt, es sei der schwankende Schiffsboden, der sie selbstquälerisch und heimatlos stimme und auf dem sie sich behaupten müsse. Aber der Spaziergang in Portseid hatte sie noch mehr erschreckt, und sie konnte sich nicht der Überlegung erwehren, daß sie von jetzt an schweigen und asiatisch dulden oder sich auflehnen und europäisch behaupten müsste. Trotzdem lachte sie äußerlich. Ihr rotgoldenes Haar strahlte schon allein ein reiches sommerliches Lächeln. Ilse war im Grunde viel zu genußsüchtig, als daß sie unter Gedanken lange hätte leiden mögen, und es schien, als ließe sie ihr rotes Haar immer gern wie zu einem täglichen Lebensfest leuchten. Die Deckbevölkerung hatte sich vermehrt und verändert. Reiche indische Kaufleute in europäischer Kleidung, aber mit sehr vielen Ringen und goldenen Uhrketten geschmückt, standen wie die Schatten der weißen Leute auf den langen Schiffspromenaden herum, hatten die Augen von guten Waldtieren oder von eitlen Tropenvögeln. Die schmalen Messingstiegen, die vom Promenadendeck der ersten Klasse in das tiefere Zwischendeck hinunterführten, waren drunten belagert wie von einer Maskerade. Mekka-Pilger mit smaragdgrünen Turbanen, buddhistische Mönche in senfgelben Mänteln, türkische Hausierer in dunkelblauen und violetten Kaftanen, nackte Fakire in dicken Stricken und Muschelketten gekleidet, indische Handwerker in weißen Schleierhosen, roten Samtwesten und goldgestickten Kappen und die braune indische Schiffsbemannung des englischen Dampfers in blauen Hosen und roten scharpen Gürteln mit tigerartig geschmeidigen nackten Oberkörpern, die alle barfuß wie die Tiere auf dem Feld durcheinander liefen, vervollständigten das Papageienbild des Zwischendecks. Das Schiff wanderte und wanderte, beladen und belastet mit den hundert verschiedenen Ideenwelten von hundert verschiedenen Rassen. Es hatte die lange Sandwüstengasse des Suezkanals passiert, wo der Sand auf Meilen wie gelber Goldstaub lag und wo weiße Salzlaken Moore gleich weißen Eisflächen glänzten. Auf die Öde und den Stillstand dieses Landes folgte die höllische Glutbrunst des roten Meeres, wo das Meer nicht rot vor Korallen ist, sondern rot wird von der Hitze, mit der es deine Augen brennt, wo die Sonne wie ein Feuereimer das Tageslicht gleich rotem flüssigem Metall ausgießt, wo violette Steingebirge in Nubien dastehen und gegenüber in Arabien solche die silbernen Aschehaufen gleichen, wo der Berg Sinai als Silhouette am Himmel vor Hitze zittert. Die Arbeit der indischen Matrosen auf dem Schiff besteht jetzt den ganzen Tag darin, die Segeldächer über den langen Schiffspromenaden, über den in Reihen hingestreckten und vor Hitze aufgelösten Passagieren zuzuziehen und je nach dem Stand der Sonne anders zu stellen. Mit Strohhüten und weißen Sommerkleidern liegen Herren und Damen wie am Rande einer Strandpromenade, vor Hitze aufgedunsen, als wäre das Blut von der Hitze in dem Menschenkörper zu Rotwein geworden, als wären die Reisenden vom Alkohol betäubt und blau gedunsen. So liegen die Scharen der Reisenden wie in einer betrunkenen Schlafwelt auf der dreitägigen Fahrt durch das Rote Meer. In den Schiffsseelen bewegen sich an der Decke lange weiße Leinwandfächer, die gleich den Stoffen eines Bühnenhimmels quer durch die Räume gezogen sind und sich wie ein weißer Wellengang über die Körper der Speisenden bewegen, aber keine Kühlung geben und nur die brühwarme Meeresluft von einem Gesicht zum Andern Schicken. Das große, beheizte Schiff wandert und wandert. Die Fernrohre entdecken täglich wieder Afrika auf der einen Seite, Arabien auf der anderen. Das glühende Schiff schleppt am Tage die Sonne wie einen Riesen Ballast mit. Am Abend scheint der Himmel zur Wüste ausgetrocknet zu sein und wird goldgelb wie Wüstensand. Dann stehen über Afrika lange schilfgrüne Wolken, gleich spukhaften Erscheinungen unwirklicher grüner Felder. Jetzt nach Sonnenuntergang werden die Segeldächer gerafft. Die Reisenden, die vor Hitze nicht mehr sprechen können, und jeder Mund, der geglaubt hätte, es würden ihm Flammen aus der Zunge fahren, beginnen den Abend zu bewundern, der aber immer noch heißer bleibt als ein europäischer Julitag. In diesen Hitzetagen, die alle Hirngespinste wegbrannten, war Ilse nicht Europäerin, nicht werdende Asiatin, sie war wie der Klumpen Sonne selbst, der oben über dem Schiffsmast hing und mit dem Schiff weiter zog. Sie brauchte keine Nachsicht zu üben, sie brauchte keine Behauptungen, um sich sicher zu stellen. Es war, als impfe die Sonne mit ihrer Glut Liebe ein, und jeder Menschenkörper war heißes Metall geworden und begriff kaum mehr die Unterschiede von Tag und Nacht, von Jugend und Alter, von Zeit und Vergänglichkeit, von Gegenwart und Zukunft. Die Hitze, die alles verschmolz, brachte in den Tagen des Roten Meeres, Ilse und Okuro so eng und Sinnlich zusammen wie nie zuvor, wie nicht einmal die erste Hochzeitsnacht. Wenn sie auch den Tag in der Reihe von Hunderten von Deckstühlen Seite an Seite, wie in einem Lazarett aufgebahrt liegend zubrachten, so war es, als schliefen sie in der Hitze einen gemeinsamen Schlaf. Die Hitze legte ihren Arm sicher um beide. Ohne daß sie ihre Arme ausstreckten und sich berührten, ohne daß ihre Lippen sich fanden, lagen sie mit dem Gefühl großer Innigkeit und Friedlichkeit unter der langen Reihe von Reisenden wie allein in ihrem eigenen Schlafzimmer und eng vereint. Niemals fiel es Ilse und Okuru ein, nach Sonnenuntergang, wenn sie vom Tagesschlaf erwachten, sich andere Dinge als Herzlichkeiten zu sagen. Ilse lehnte in ihrem langen weißen Abendkleid am Schiffsgeländer Okuru neben ihr im schwarzen Abendanzug. Er sagte ihr, ihr Hals sei schmal wie der afrikanische junge Mond und sie sagte, daß sie seine Hände so liebe, die nie einen Ring trügen, die Knöchel hätten, fein und stark wie die kräftigen Federpossen elastischer Vogelflügel, und sie sahen beide den in weißen elektrischen Kreisen leuchtenden Meerestierchen zu, die gleich metallischen Kinderkreiseln auf den Wellen entlang tanzten. Dann erschien das Spiegelbild des Mondes unten im Wasser, das bergauf- und bergabwogende Schiff, das Champagnerzischen der Kielwellen und das Geknister des elektrischen Wassers voll tagheller Schaumwolken, stellte den beiden, je länger sie sich über das Geländer lehnten, die Welt auf den Kopf, und sie fanden sich beide erst wieder in dem grausen Weltallgetriebe und dem spiegelfechtenden Meeresnachtleben auf ihren zwei Füßen zurecht, wenn sie, versteckt hinter einem Rettungsboot oder hinter einer Kabinentüre, die Arme umeinanderlegten und Wange an Wange ihr Blut miteinander pochen ließen. Ende von Teil 11 Gelesen von Hukuspokus Dann rückte am vierten Tag am Ende des roten Meeres ein mächtiger, dunkelbrauner, ausgedörrter Berg heran, zu seinen Füßen lange, rote Kasernendächer, die Festung Aden. Dieser Berg war wie der Pfosten der Tür in den Indischen Ozean, und im grüngelben Abendhimmel blieb das Meer zurück, und die Boote mit nackten, schmalen Somalienägern, die das Dampfschiff draußen vor Aden, wie eine Affenherde umwimmelt hatten, blieben zurück, und zurück blieben die Länder, wo der Halbmond regierte, und die graue arabische Felsenküste, auf der weiße Minaretz am Nachmittag gleich weißen Fahnenstangen gestanden hatten, und dahinter man sich das Land voll Harems und Frauen träumte. Alles das ging im Westen in dem friedlich ölgelben Himmel unter, und auf der straff gespannten Meeresfläche im Osten lag vor Ilse und Okuro das noch unsichtbare, aber sich stündlich nähernde Indische Reich, an dem sie jetzt vorbeiziehen sollten. Auf der Weite des Indischen Ozeans kam auch wieder die Weite der Gedanken über Ilse und Okuro. Die Hitze, die mit ihren Flammen im Roten Meer alle Menschenkörper zu ihren Medien gemacht hatte, verlor an Kraft, und die Menschen wurden wieder selbstständig und dachten wieder ihren eigenen Gedanken nach. Eines Abends saß Ilses Großmutter allein am Ende des Promenadendecks. Große Sternbilder der fremden Südzone stiegen aus dem Meerestiefe auf und wanderten über die Masten des Schiffes fort. In der Nähe der Dame saß nur Kuzuma und las. Das Schiff war wie eine große indische Trommel, daran die Meereswellen ihre Märsche trommelten, und sein Gang war immer ein Wechsel von Begeisterung, wenn es sich in die Sterne hob, von Enttäuschung, wenn es wieder in die Leere sank. Wie viele Gedanken mögen an den Sternen hängen, dachte die alte Dame, wie viele Tausende von Seereisenden haben nachts mit offenen Augen hier unter den Sternen auf wandernden Schiffen gesessen. Jeder Stern ist wie eine eingepuppte Seidenraupe, von der man Gedanken wie Seidenfäden abspinnt. Sehen Sie, Herr Kuzuma, sagte die alte Dame, Sie sagen immer, mein Haar sei so weiß wie der Abendschnee auf dem Hirayama am Biwasee in ihrer Heimat Japan. Und so wahr mein Haar nie mehr dunkel wird, so wahr glaube ich, dass Ilse für ihr Herz keinen besseren Mann finden konnte als Okuro. Aber damit ist nicht gesagt, dass Okuro in Japan nicht eine bessere Frau als Ilse finden und ohne Ilse sehr glücklich werden könnte. Kotzuma hatte eine Landkarte auf seinem Schoß, sah auf und sagte, ich bewundere immer, wie großartig die Europäer die Welt einteilen können, die Länder in flache Figuren, die Erdkugel in Breitengrade und Längengrade, in alles Irdische bringen die Europäer Zahlen und Ordnung. Aber sie erfinden kein System für ihre Gefühle, wollen kein System Anerkennen für das kleine kurze Menschenleben, das doch aus nichts anderem besteht als aus Jugend, Reife und Alter, das also Grenzen hat und nicht als etwas Unbegrenztes, Unordentliches angesehen werden kann. Aber mein Herr, unterbrach die weißhaarige Dame ungeduldig Kotzuma, Gefühle lassen sich doch nicht in Systeme bringen, Gefühle sind doch das Unbegrenzte am Leben. Liebesgefühl kann Unordnung und Ordnung zugleich sein. Liebesgefühl ist eine Hassanummer, man setzt auf Rouge oder Noir, aber es gibt kein sicheres System, in dem man beim Liebesgefühl in Ordnung mit sich selbst kommen könnte. Wer liebt, wünscht glücklich zu machen, aber das Leben muß erst beweisen, ob er einen Gewinn oder eine Niete gezogen hat. Wo Liebe ist, ist ewiges Glück, sagte der Asiate. Wo ein Wechsel eintreten kann, war die Liebe nicht vollständig. Ihr Europäer wünscht, daß der Mann sein Leben lang die Frau bediene und sie höher halte als sich selbst. Wir Asiaten verlangen von der Frau, daß sie den Mann bediene und sich ihm unterordne. Und wir finden, dieses bringt Ordnung in die Liebe zwischen Mann und Frau. »Sehr weise gesprochen, sagte die alte Dame, aber lassen Sie jetzt auch den Abendschnee auf dem Hirayama zu Ihnen sprechen, das heißt, vertrauen Sie den Gedanken, die unter meinen weißen Haaren entstanden. Das Kostbare an der Liebe ist, daß sie ein ewiges Abenteuer bleibt, und daß weder die Sicherheit der madonnenhaften Unterordnung einer asiatischen Frau, noch die olympische Selbstherrlichkeit einer europäischen Liebe in ein System bringen kann. Die Liebe wird immer etwas verschwenderisch sein, immer ein Zuviel in das Blut der Menschen bringen, das Zuviel, das die Endlichkeit des seligen Augenblicks in eine Unendlichkeit des Genusses verwandeln kann. Wo das Zuviel zwischen zwei Menschen fehlt, die sich vorstellen, dass sie sich lieben, wird die Liebe immer nur ein erbärmlicher chemischer Prozess bleiben, der Kinder hervorbringt und sich ruhig in ein System fassen lässt. Der Asiate schwieg lange und ließ die Sternbilder wandern. Dann sagte er und faltete seine Landkarte zusammen, »Die Götter in Europa haben euch Europäern nicht umsonst Mikroskope für eure Augen konstruieren lassen. Ihr könnt auch eure Liebesaufregung unter ein Mikroskop legen. Wie die Eisblumen an euren Fenstern, so seht ihr die Linien eurer Liebesleidenschaft. Und ihr Europäer könnt über Dinge sprechen, die uns Asiaten ewig unsichtbar bleiben.« Die alte Dame antwortete, »Ihr Asiaten könnt das auch, wenn ihr wollt. Nur seid ihr liebenswürdige und bescheidene Kinder eurer Götter. Wir sind vorwitzig. Wir müssen unsere Freuden belauschen und unsere Schmerzen. So wie unsere Anatomen den Blutkreislauf fanden, so suchen wir nach dem Kreislauf unserer Schmerzen und Freuden.« Kuzuma spricht eifriger. »Wir haben nur immer von den Indern den Kreislauf der Seele zu beobachten gelernt. Aber die Liebesleidenschaft haben wir nicht als lebenswert untersucht und die Liebe nicht auf die Höhe gestellt wie ihr in Europa. Aber seit ich bei euch war, begreife ich, dass die Zukunftswelt die Liebesleidenschaft als Weltmittelpunkt erkennen wird. Nicht die Weltruhe, aber nicht das Nirwana, wie wir in Asien immer glaubten, und nicht den Weltschmerz und das Weltmitleid, wie euer vergehendes Christentum immer glaubte. Die Liebesleidenschaft ist für jeden, der sein Leben ernst nimmt, sein Gott, der ihm Leben und Tod gibt. So sagte auch gestern Okuro zu mir, als wir bei Aden das Rote Meer verließen. Er sagte mir, er würde nie mehr mit Ilse über die Meinung streiten, die sie als Europäerin von der Ehe hat. Sie macht ihn mit jeder Meinung glücklich. Sein Blut ist so zufrieden von ihrem Blut, daß er nicht mehr nach Lebensgebräuchen und Lebenssitten fragt, daß er ihr zuliebe ein Europäer werden will, auch in seiner Heimat. Seine Liebe ist jetzt so groß, daß er meinungslos geworden ist. Kotzuma wartete auf einen Freudenausbruch der Dame, und als der junge Mann keinen Laut als Antwort erhielt, empfand er mit einem Mal das Schweigen zwischen sich und der alten Dame wie einen Abgrund, als wäre sie über einen Ozean vor ihm und seinen Worten zurückgewichen. Lächelnd suchte Kotzuma eine Verbindung herzustellen und sagte, »Warum schweigt der Abendschnee am Hirayama, er, der mir vorhin so schöne weite Gedanken gab?« Da seufzte die alte Dame. »Oh, wie unglücklich sind die gütig Liebenden! Güte in der Liebe bringt Unglück, Liebe fordert, mißhandelt, vergewaltigt. Von zwei Liebenden muß einer der stärkere werden, der Mann muß die Frau unterjochen. Er kann ihr ja den Wahn ihrer Selbstherrlichkeit lassen, wenn sie es noch nötig hat. Aber er darf nicht gütig und meinungslos werden.« »Sagen Sie das, Okuro! Das sei die Ansicht dieser weißen Haare. Und immer, wenn er meine weißen Haare sieht, die ihr Japaner mit dem Abendschnee von Hirayama vergleicht, soll er stark werden, soll nicht vor Ilse meinungslos werden. So wie der Schnee am Hirayama nie zu schmelzen ist, so soll sein Wille von keinem Frauenwillen zu schmelzen sein. Nur dann macht er Ilse glücklich.« Kazuma betrachtete andächtig den weißen Kopf der alten Dame, so andächtig, wie nur ein Japaner im Abend am Beaversee den Schnee von Hirayama betrachten kann. Cylon mit seinen wolkenblauen glänzenden Bergen, die voll Amethysten und Mondsteinen liegen, wurde von dem wandernden Schiff für einen Tag berührt. Dann zog die magnetische Ferne das Schiff weiter nach Osten. Und Ilse träumte sich Palmenwälder aufs Meer, denn sie wußte, rings waren Küsten mit heiligen indischen Wäldern und heiligen indischen Tempeln. Und ringsum an den Küsten lebten Völker, die so gut waren, daß sie den Schlaf eines Tieres heilig hielten. Den Schlaf des geringsten Straßenhundes, dem es einfiel, mitten in den verkehrsreichsten Städten sich in die Sonne zu legen und zu träumen. Kein Fußtritt verjagte den Träumenden, denn jeder Traum, auch der Traum eines Hundes, ist ein Paradies, das sich für Augenblicke auf die Erde senkt. Darum wird auch der Schlaf der Tiere mit Ehrfurcht behandelt. Keine Peitschen knallen, nur Silberglocken am Kutschbock treiben die Pferde an. Über alles das dachte sie oft mit Scheu nach. Wie seltsam, meinten die beiden Japaner und die beiden Europäerinnen, daß Europa und Asien nebeneinander auf derselben Erde liegen. Sie, die weniger zusammengehören als Erde und Mond. Europa gibt seinem Leben das Sprichwort Zeit ist Geld, und Asien beachtet weder die Zeit noch das Geld. Es ist erstaunlich, daß die einfache Schiffsschraube, die nichts tut, als sich drehen, uns aus der Welt der Begriffe von Zeit und Geld in die Welt der entgegengesetzten Begriffe befördern kann, ohne daß wir dabei daran zugrunde gehen oder erst sterben müssen. Am seltsamsten, sagte die alte Dame, ist es für mich, daß ich schneeweiß aus Europa komme. Ich glaubte mich schon am Ende meines Lebens, und ohne daß ich eine neue Inkarnation eingehen muß, verjüngen und erwärmen sich hier in Asien meine Gedanken. Wenn ich morgens in den Spiegel sehe, wundere ich mich, daß ich immer noch den Schnee auf meinem Kopf trage. Das Schiff hatte hinter Indien, Penang und Singapur passiert und drang in das Chinesische Meer. In Singapur aber war Ilse aus ihren indischen Träumen gerissen worden. Dort, wo die Chinesen wie der Sand am Meer sind, wo die gelbe Rasse die braune Rasse verdrängt, wo Ilse noch gelbere Menschen als die gelben Japaner sah, während ihr das Reisen schon wie das Wandern des Blutes in ihrem Körper zur Gewohnheit geworden war, überfiel sie ein Schrecken und eine Angst vor der Zukunft. Die schlitzäugigen Menschen entsetzten sie. Die geschlitzten Augen, die hervorstehenden Backenknochen schienen ihr die Gesichter zu verkrüppeln. Am Abend, als sie mit ihrer Großmutter aus Singapur an Bord des Schiffes zurückkam und der Himmel voll gelber Abendwolken gleich tausend gelben Chinesengesichtern war, ging sie nicht in ihre Kabine zu ihrem Mann. Sie eilte in die Kabine ihrer Großmutter, drückte ihr Gesicht in die Hände der alten Dame und schluchzte. »Kind, Kind, ich weiß es«, sagte die alte Dame, »ich habe dasselbe gedacht wie du heute. Aber laß die Zeit verstreichen. Die Zeit bringt Gewohnheit, und Gewohnheit kann dich wieder glücklich machen. Wenn die Erde hier auch fremder ist als ein fremder Planet, wir stehen doch noch mit den Füßen auf derselben Erde, und wir werden auch mit der gelben Rasse gut Freund werden.« »Ich nicht«, sagte Else, »sieh mein rotes Haar an, sieh meine weiße Haut an. Ich habe nicht daran gedacht, daß ich unter eine ganze Welt von gelben Menschen komme. Okuro war mir lieber, als er allein eine Kuriosität in Europa war. Aber jetzt ging er heute vor mir unter in der Flut der gelben Gesichter, als wäre er im Chinesischen Meer ertrunken. Ich will heute Nacht nicht in seiner Kabine schlafen. Ich werde bei dir bleiben, Großmutter, und im nächsten Hafen fliehen wir und kehren um nach Europa. Es ist mir, als ginge ich bis zum Hals in gelbem Lehm und erstickte, wenn ich unter den gelben Menschen bleiben muß.« »Kehre nicht um, Kind. Die Gewohnheit wird dich glücklich machen«, wiederholte die alte Dame. »Großer Gott, welch ödes Glück dann! Gewohnheit ist das Glück der Dienstboten, nicht das der Herr schafft, hast du immer weise gesagt, Großmutter. Und jetzt gibst du deine Weisheit auf, nur um mich zu trösten. Neulich sagtest du noch, daß das Liebesglück ein Zuviel im Blut haben müsse, einen Überschwang. Dieses Zuviel wird unter diesen gelben Menschen nie mehr zu mir zurückkommen.« Die beiden Frauen umarmten sich leidvoll und saßen miteinander auf dem Rand des Kabinenbettes in dem kleinen weißlackierten Raum und saßen eine Stunde still, ohne sich zu rühren, und waren beide weit fort aus dem Schiff. Beide gingen durch die Straßen von Europa, beide verstummt vor Sehnsucht nach der Heimat, und beide von neuem Aufschluchzend, als sie sich ansahen und sich vom Schiff weitergeschleppt fühlten. Sie wunderten sich im Stillen, daß das im Wasser druckknisternde Schiff vom Heimweh zweier Menschen nicht zum Sinken gebracht würde. Die Nacht kam, und Ilse blieb in der Kabine ihrer Großmutter und ließ sich durch die alte Dame bei Okuro entschuldigen. Was dann in dieser Nacht geschah, weiß kaum ein einziger, der sich im Schiff befand, mit Genauigkeit zu erzählen. Die alte Dame fühlte sich plötzlich durch einen Stoß mitten im Schlaf aus dem Bett geschleudert. Sie schrie nach Ilse. Alle Leute im Schiff schienen mit ihr zu schreien, alle Lampen waren erloschen, das Schiff schien mitten im Meer still zu liegen. Statt der taktmäßig arbeitenden Maschinenschraube herrschte Todesstille, und als die alte Dame sich von einem Koffer aufrichtete, auf den sie gefallen war, faßten sie zwei Männerhände, zogen sie wie eine Maschine durch die Dunkelheit, wo kniehohes Wasser ihr entgegenschoß, schäumendes, gurgelndes Wasser, schreiendes, sich windendes Wasser, das mit Menschenleibern angefüllt zu sein schien. Statt der Schiffstreppe fühlte sie Menschenkörper unter ihren nackten Füßen. Die Männerhände und das sich türmende Wasser hoben sie wie mit Hebeln über tausend Hindernisse, bis sie auf ein Schiffsdeck hinfiel, auf einen anderen Dampfer, der wie ein dunkler Berg in der mondhellen Nacht neben dem taumelnden und untergehenden Schiffsdeck stand, von dem sie kam. Sie erkannte jetzt Okuros Gesicht im Getümmel der sich rettenden, Okuro, der ihre Hände hielt und sie fortschleifte und sie auf den roten Teppich eines erleuchteten Schiffssahles niederlegte. Dann schrien beide zugleich Ilse und Okuro verschwand. Die alte Dame sah sich unter halb begleiteten Frauen und Männern, die wie in einem Tollhaus weinten, lachten, gleich Menschen, die zu Hunden und Affen geworden wären. Sie stießen übereinander sprangen, in dem Schiffssaal unter die langen Speisetische krochen, sich hinter Stühle verbarrikadierten, sich die Augen zuhielten, fortgesetzt Hilfe schrien, trotzdem sie gerettet waren und fortgesetzt die Namen von Angehörigen schrien, trotzdem sie diese gerettet im Arm hielten. »Ilse! Ilse!« rief die alte Dame immer wieder, als könnte sie mit dem gerufenen Namen einen Menschen erschaffen. Das vom Meerwasser durchdrängte Nachtkleid hing ihr wie eine schleppende, schwere Haut um den zitternden Körper. Aber sie rutschte noch mit den letzten Kräften von den Knäueln der Menschen fort, die mit den Armen um sich schlugen, fort von diesen Skelettmenschen, welchen die Sekunden des Todesschreckens den jungen Leib in den Leib von Greisen verwandelt hatten. Ein paar wahnsinnig gewordene Männer wurden neben ihr von Matrosen gefesselt. Ein paar andere strengten sich an, einen der Glühlicht-Kronenleuchter von der Decke zu reißen und zerschlugen mit den Fäusten die gläsernen Birnen und schrien, »Wir wollen kein Licht! Wir wollen nichts sehen!« Ein Mann biß sich in den Arm einer Frau fest. Die Augen quollen ihm aus dem Kopf und die Frau lachte und schrie, »Mein lieber, mein lieber!« Das Blut rann ihr vom Arm auf die Diele und die Augen quollen ihr vor Verzückung aus den Höhlen. Die alte Dame kroch zu einer Kabinentür, die weit offen stand. Da sprang ein wahnsinnig gewordener Malaie mit zwei Messern in den Händen über sie weg, hinein in den Saal, stach nach den Weibern, die unter den Tischen schrien, stach nach den Männern, die unter dem Kronleuchter hingen und kniete sich dann auf den Rücken des Mannes, der sich in den Arm der Frau hineingebissen hatte. Die Frau lachte noch verzückter als der wahnsinnige gelbe Malaie, der den weißen Rücken ihres Mannes mit den blutigen Messern bearbeitete. Neue Matrosen stürzten herein und rissen die Leute auseinander, und unter der Türe sah die alte gerettete Frau die Flügel einer riesigen silbernen Windmühle. Es waren die elektrischen Scheinwerfer des Dampfers, die mit ihren steilen weißen Strahlen die Nachtluft zertrennten. Am Schiffsgeländer neben ihr erkannte sie im weiß-blauen Licht des Scheinwerfers zwei Männer, wie aus Schnee geformt, die miteinander rangen. Die Dame schrie mit ihren letzten Kräften, »Okuro! Kuzuma! Ilse! Ilse!« Dann sah sie, wie der eine Mann den andern mit dem Kopf an das Messinggeländer schlug, und dann den Niedergeschlagenen zärtlich aufhob, und auf den Ruf »Ilse! Ilse!« sich nach der alten Dame umsah, den Ohnmächtigen aus dem weißen Lichtschein forttrug hin zu der alten Dame. Als der Schleppende und der Geschleppte im gelben Lichtschein des Schiffssaales erschienen, fielen beide Männer wie tot an der Türschwelle nieder. Es waren Okuro und Kuzuma. »Ilse!« keuchte die alte Frau noch einmal und fiel neben den beiden Japanern ohnmächtig hin. Die Geretteten hörten am nächsten Tag, daß im Mondnebel ein Zusammenstoß zwischen ihrem und dem Schiff, auf welchem sie sich befanden, stattgefunden und ihren Dampfer zum Sinken gebracht hatte. Unter den Ertrunkenen, die ringsum aus der glatten See gefischt wurden, wurde auch Ilses Leiche an Bord gebracht. Kuzuma aber hielt Okuro in der Kabine zurück und belog ihn und sagte ihm, Ilse wäre mit ihrer Großmutter gerettet. Denn er fürchtete, daß sein Freund sich nochmals ins Wasser stürzen würde, wie er es beim Untergang des Schiffes versucht hatte, als er Ilse nicht fand. Aber Okuro war bei der Lüge seines Freundes ungläubig, schüttelte den Kopf und sagte, »Ich weiß, daß Ilse ertrunken ist. Ihre Seele war für mich schon nach Europa zurückgekehrt. Sie war für mich schon tot, ehe das Schiffsunglück eintrat. Ilse lebt nicht mehr, sonst würde sie vor mir stehen. Sonst wäre sie in der letzten Nacht in meiner Kabine geblieben. Ilse kehrt nicht wieder.« Nach den wahnwitzigen Kämpfen und Aufregungen der Unglücksnacht blieb Okuro von nun an bis zur Landung in Japan teilnahmslos. Er betrachtete nur stundenlang seine Hände, welche Ilse immer geliebt hatte. Er, die weißhaarige Großmutter und sein Freund Kutsuma saßen wie Wandbilder schweigend nebeneinander auf den Deckstühlen des nach Japan wandernden Schiffes, und Ilses Name wurde nicht mehr ausgesprochen. Aber Kutsuma war immer bereit aufzuspringen, um die alte Dame und Okuro vom Schiffsgeländer zurückzuhalten. Denn das Wasser unten schien magnetische Kraft zu haben für alle die Schiffbrüchigen, welche Angehörige in der Unglücksnacht verloren hatten. Einige sprangen auf der Fahrt plötzlich ins Wasser, Männer, welche ihre Kinder suchten, Frauen, die zu ihren Männern wollten. Dann erschienen eines Morgens die stillen, zwerghaften Inseln Japans im Frühnebel, die Silhouetten der vielfach gekrümmten uralten Bäume, die zierlichen Hügel mit den winzigen Terrassen winziger Reisfelder. Die beiden Japaner erwachten aus der Totenstille, und nur die weißhaarige Dame blieb stumm, und ihre Augen sagten müde, seit Ilse tot ist, ist die Erde für mich ein Sargdeckel geworden. Ich möchte mich auch in den Sarg legen. Als die Schiffsbrücke in Nagasaki herabgelassen wurde und unten Motorboote voll von Angehörigen der japanischen Reisenden beim Schiff anlegten, sahen die Leute, welche Okuro und seine junge Frau erwarteten, zu ihrem Erstaunen den berühmten Schauspieler die Schiffstreppe herabsteigen, mit seinem Arm eine alte, weißhaarige Dame stützend. »Ist Okuro deswegen nach Deutschland gereist, um sich eine alte Dame, die weiß ist wie der Abendschnee am Hirayama, zur Frau zu holen?« fragten sich seine Freunde verwundert. Aber niemand lachte. Unter Okuros Freunden war ein japanischer Schriftsteller, welcher den Eindruck nicht vergessen konnte, welchen die weiße, alte deutsche Dame auf ihn gemacht hatte. Die als vermeintliche Frau des Okuro am Arm des jungen Japaners ans japanische Land gestiegen war. Dieser Schriftsteller schrieb ein Drama, und nachdem Monate vergangen waren und die alte Großmutter von deutschen Freunden nach Europa zurückgebracht worden war, las er sein Drama Kutsuma und Okuro vor. Kutsuma, welche in Japan Frauenrollen spielte, war sehr begeistert von der Rolle der Ilse, und Okuro sollte die Rolle der weißhaarigen Großmutter spielen. Der Schriftsteller hatte das Stück »Den Abendschnee auf dem Hirayama« genannt. Der Abend der Vorstellung kam, und Okuro trug eine Perücke aus weißer Seidenwatte. Nie hatten die Zuschauer eines japanischen Theaters ein lebhafteres und atemloseres Stück gesehen. Nur einige murmelten und wunderten sich, daß der junge Ehemann das Drama spielen wollte, das sich erst vor Monaten ereignet hatte. Und viele nannten ihn »Herzlos und Gefühllos«, weil er den Tod seiner jungen Frau nicht ernster nahm als ein Drama. Der letzte Akt kam, und die Szene, wo die gerettete Großmutter aus der Kabinentür kriecht und während des Schiffs und Glücks nach Ilse schreit. Sie tastet sich vorwärts. Aber stattdessen richtet sich der die Großmutter spielende Okuro auf und springt an die Theaterrampe vor, streckt die Arme ins Publikum, und statt in Wehklagen über die Ertrunkene auszubrechen, ruft er »Seht mich aus dem Schrecken neu geboren und weise und kühl geworden, wie der Abendschnee am Hirayama. Klatscht in die Hände, klatscht Beifall dem Größten, dem Gott des Unglücks, der die Herzen erlöst, der männlicher ist als das Glück, der einen Willen hat, wenn das Glück keinen mehr hat. Gedankenvoller als der Schnee am Hirayama über dem Biwasee am Abend scheint, ist der Blick des Unglücks, der sich auf uns richtet. Feierlicher und gigantischer ist die Weisheit des Unglücks und ragt über alles Wissen. Ich beweine sie, die Ertrunkene, nicht, und ihr sollt auch mich nicht beweinen, der ich die Gunst des größten Gottes genoß, die Gunst des Unglücks, das heiliger ist als der Anblick des Glücks. »Klatscht Beifall!« rief Okuro noch einmal. Und dann kam Kuzuma, der, als Ilse verkleidet, jetzt ertrunken sein sollte und nicht mehr zu erscheinen hatte und fing den wahnsinnig gewordenen Freund in seinen Armen auf. Die Zuschauer sahen noch, wie Kuzuma dem Okuro die weiße Perücke vom Kopf verriß, um ihm Luft zu machen und sein Gehirn zu kühlen. Da, mit einem einzigen Ausruf des Schreckens, erhob sich das ganze Theaterpublikum, denn Okuros Haar war unter dem Spiel vor Schmerz so weiß geworden wie die Watte der weißen Perücke. Einer im Theater wies es dem anderen und wurde ehrfürchtig vor der Seele des Liebenden, die hier größer als die Kunst des Schauspielers gespielt hatte. Alle im Theater weinten, und keiner, der je zum Biwasee kommt und den Abendschnee am Hirayama bewundert, vergiß der Geschichte des Liebenden zu gedenken, den das Unglück weiß wie Schnee machte. Ende von Abschnitt 12 Ende von Die Acht Gesichter am Biwasee von Max Dautendai Gelesen von Hokus Pokus